7 4 3 6 funktioniert los geht's der hustle der grind der mindset der leo der meint meint leo neuer name leo shiny verox hallo das hat dich gestern gefreut ne wie all die pokémon profis hundemann gesagt haben oder ich musste an dich denken verdammt noch mal alle keine ahnung oh ja ja aber das verteidige ich bis zu meinem sterbebett anime poké wiki ich alle sagen es und es ist es ist es ist es ist quatsch es hundemann zu nennen es ist so quatsch da konnte ich mich nicht zurückhalten da musste ich rein gerätscht und sagen was ich sagt alle hundemann warum sagt ihr alle hundemann ich glaube present hat hundemann auch gesagt aber alle anderen haben ich weiß es nicht es ergibt keinen sinn jj hallo hallo anne ane dankeschön für acht monate vielen vielen danke pups pups danke dankeschön 7 4 4 4 schöne zahl 7 7 7 7 7 7 wäre schöner weil das nochmal hundemann geschrieben wird und nicht hundemann ich verstehe diesen punkt aber dieser ich du hast du weißt was ich dazu sage ein pokémon muss nicht richtig geschrieben sein dass es trotzdem das ist kein pokémon oder vielleicht schon ein paar pokémon aber enton heißt auch nicht ente und trotzdem wird es ente gesprochen weißt du vielleicht schlechtes beispiel jetzt aber aber keine ahnung ich sage auch nicht hundemann ich sag hundemann es geht nur um die betonung die betonung quasi deutet an dass es ein dämon ist aber ich sage nicht hundemann ich sag hundemann weil es mit e geschrieben wird aber es ist die betonung wegen der anlehnung an dämon ich weiß gar nicht wie das leute bestreiten können ich verstehe das gar nicht wenn es poké wiki der anime und die die logische schlussfolgerung von allen ist ich verstehe es nicht heitere beispielsweise wäre auch so ein beispiel dass es falsch ausgesprochen wird ja ich weiß was du meinst heitere ist aber tatsächlich was du meinst von era heitere meinst chanera anstatt heitere stimmt da ist ein i dazwischen ich dachte gerade wird das wird mit a geschrieben vielleicht ich war verwirrt du hast es quasi schon so gesprochen wie man es ausspricht so geschrieben wie man es ausspricht hast dich gut geschlagen gestern dankeschön glückwunsch zu deiner leistung von gestern dankeschön ich weiß nicht wie ihr mich für glück wünschen könnt da ich sowas von nur glück hatte und ich natürlich wieder raus geflogen bin wegen den einfachsten sachen ever aber ich fliege nicht raus wegen aber klar wenn man raus liegt dann ist es wegen einfachen sachen das ist ja logisch aber ich war froh dass ich nicht wieder mal also ich war letztes mal auch nicht erst ich glaube ich war letztes mal auch dritter und diesmal war ich vierter raus ich war genau in der mitte und da das bin ich sehr happy drüber aber es war wirklich glück hätte ich die fragen die ich am ende gekriegt habe am anfang gekriegt wäre ich als erster raus gewesen jetzt mal dachte ich mir wieso nicht die shiny frage oder die magstags frage für dich ja ja ich habe ja auch dann immer so geguckt so ich habe ja hallo montagne ich sage es auch falsch weil ich selber mit neun jahren gespielt habe und das angewohnt ist ich habe das als kind auch hundemann genannt auf jeden fall ich habe ja sogar megani gesagt weil ich nie daran gedacht habe dass es von geranier kommt für mich war das megani hallo maori oder oder ich sage immer noch warum sage ich es das ist diese sachen die ich meine ich hatte vor vielen jahren eine quasi einen gedanken und dann weiß ich inzwischen dass das falsch war somit habe ich zwei gedanken im kopf aber weiß nicht mehr welcher von den beiden richtig ist so wie jetzt mit funpi und panfi weil ich habe als kind immer gedacht und viele habe ich dann im chat herausgefunden durch euch das ist was heißt don fahren und deswegen war es für mich fanpi ne fanpi ist richtig es heißt panfi ich habe früher gedacht es panfi aus heißt fanpi ph fanpi aus heißt ich dachte man heißt panfi obwohl es da steht und vor kurzem habe ich es herausgefunden es heißt nicht faser nop sondern faser snob ich habe das es nie gesehen also die arsch frage weißt du bei den fragen geht man so in seinen kopf rein weil ich habe das schon mal gehört dass barsch war quasi nicht übertragbar war wegen arsch und dann ist es genau das ist genau dieser moment dann wo man denkt habe ich das gehört und habe dann herausgefunden dass das nur ein gerücht ist oder habe ich das gehört und herausgefunden dass es tatsächlich so war weiß ich habe diesen fakt schon mal gehört aber ich habe vergessen welches von beiden es war das ist halt 50 50 es gibt so viele sachen die gesagt werden wie zb das ditto und new dass ditto quasi ein fehlgeschlagener klon von new ist und so was solche sachen so trivia und das ist einfach nur ein gerücht das stimmt nicht es hat sogar gamefreak dagegen geinterviewt gesagt nein das stimmt nicht ditto und new sind komplett unterschiedliche pokémon weil es gibt gerüchte und und dann naja egal panfi war lustig gestern aber warum so spät marco hatte früh steht und ich bin generell ab 21 uhr durch du ich du du bei mir war es 19 uhr als das angefangen hat ich hatte gar kein problem und ich bin eh bis vier uhr morgens wach geblieben aber das musst du den lieben nestflur fragen kannst du ja sagen kann mir das bitte früher machen aber du kannst ja auch das youtube video anschauen da finde das ich echt gut gemacht ihr wisst alle dass ich am anfang einfach nur glück hatte es kam einfach ich da war es waren ein paar fragen dabei wo ich stolz auf mich war dass ich das wusste und da ich auch schon mal dabei war letztes mal zum beispiel war ich auch so fragen nicht vorbereitet wie ist kratzer eine schnittattacke auf solche fragen ich wusste gar nicht dass das existiert weil ich keinen keinen vgc mache deswegen auf diese fragen war ich dieses mal vorbereitet und dann weiß ich halt ungefähr so was es zumindest ist und worauf man achten muss und kratzer war aber wieder so eine gemeine sache bei kratzer könnte man denken es ist eine schnittattacke aber dann dachte ich mir im moment kratzer es sind mehrere knallen und eine schnittattacke für mich ist immer wenn es so ein fetter schnitt ist keine ahnung wie das definiert wird aber das war so meine definition deswegen bin ich ganz schnell zurück und habe gesagt in die kratzer ist keine schnittattacke das sind immer schwere fragen dabei das ist ja der witz deswegen da ist sehr viel glück dabei und das ist ja auch okay so zum beispiel im chat haben sich glaube ich manche aufgeregt dass das doof ist dass das so unterschiedliche schwierigkeiten sind aber das ist denn das ist der witz dabei das ist ja lustig wenn dann auf einmal kommt was war diese unfassbar einfache frage habe ich auch gekriegt wo ich zuerst so war was wer waren die begleiter von ash im anime ich so was menschen oder was er schon rocker und misty aber das ist halt glück ist mit dabei sonst sonst wäre es halt auch nicht so schön random wenn es nur schwere fragen wären dann würden sofort die leute wie ich ausgefiltert werden und wenn es nur leichte fragen wären dann wird die ganze zeit nur bla 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 wird es einfach nur durchgehen wäre auch blöd deswegen dieser mix und dass es random ist und glück ist und auch dann dieser wunderschöne zufall dass ich zuerst die die das zauberblatt war das zweite was war die erste attacke ich habe die echt verwechselt und ich hätte wahrscheinlich beim zweiten mal nicht realisiert rasierblatt genau rasierblatt und zauberblatt hatte ich tatsächlich tatsächlich verwechselt aber dann wurde das diskutiert und wenn es nicht diskutiert geworden wäre hätte ich jetzt beim zweiten mal wahrscheinlich nicht gewusst deswegen das war auch geil dass die leute drüber reden und dann kommt die frage später die ich auch noch kriege und das ist das was lustig macht und ohne diese schwer leichten fragen wäre das nicht da und das wäre dann wäre es nicht so lustig hallo nack so hallo waffelschein das mit leucht stein ich will noch ein paar sachen erwähnen das mit leucht stein war wirklich aber aber krass weil jedes mal wenn ich eine frage beantwortet habe habe ich so den nächsten eine vielleicht sogar zwei runden nicht mitgekriegt in meinem kopf weil ich dann sofort so verkopft und so gedacht habe war das richtig war das cool wie ich das gesagt habe war das lustig blablabla so komplett so selbstzweifel sofort die nächsten keine ahnung 30 sekunden hatte ich meistens nicht mitgekriegt nach meiner frage weil ich immer sofort in meinen kopf gegangen bin oder vor allem wenn ich es falsch beantwortet habe dann geht es auf deinen kopf wie kann ich das jetzt rechtfertigen und so was und wirklich ja eine frage nach mir wurde gefragt anscheinend ich weiß es nicht wurde gefragt zähle alle entwicklungssteine von gen 1 auf und dann fangen die leute natürlich an feuerstein wasserstein donnerstein und so weiter und ich höre nur langsam so immer lauter werden stein 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 und dann sagt auf einmal leni ich weiß nicht mal was leni gesagt hat leni hat auch irgendwas stein gesagt und ich so okay wir zählen entwicklungssteine auf nehme ich ein ich habe keine ahnung was bisher kam nehme ich ein der besonders besonders ist leucht stein und dann floh das ist nicht gen 1 weil es war wirklich von mir bis es wieder bei mir war sind nicht mal zehn sekunden vergangen das ging so krass schnell logischerweise ich weiß gar nicht was gefehlt hat sie hat blattstein gesagt was hat denn gefehlt weil ich glaube eins hat gefehlt wenn ich so abgezählt hätte vielleicht hat mondstein gefehlt oder es hat nichts gefehlt weiß ich nicht aber das war einfach pech das war so pech dass es so schnell ging bei so einer einfachen frage und ich war so was wir sind wieder bei mir ich war noch nicht ich war noch nicht ich glaube alles wurde gesagt er hätte ich aber dann hätte ich kurz so ok 4 auf mondsteiner wurde gesagt okay nein fertig das war logisch dass ich das gewusst hätte aber ich wäre auch nicht böse gewesen wenn sie mir ein punkt abgezogen hätten weil für nicht aufpassen kann man schon auch einen punkt verlieren aber ich habe keinen punkt hatte ich verloren was hat gefehlt ich glaube hättest du nichts gesagt hätte es auch kein wort bekommen doch safe wenn ich mich da nicht gerechtfertigt hätte von wegen dass ich es vergessen habe hätten die mich alle hätten die mich rausgeworfen also hätten die mir allen fehler hätten die mir allen die biskurs abgezogen safe weil ich einfach leuchtstein gesagt habe für gen 1 also ich hätte die person rauskündigt geschmissen und ich musste mich verteidigen dass ich das natürlich wusste und ich habe halt das war echt krass wie schnell das ging habe ich das gerade richtig gesagt stein 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 moment moment was leuchtstein hallo hen pro aber die peinlichste sache war wahrscheinlich was hat gestein für schwächen das war dieses typische wieder keine ahnung ich bin da so raus und das gestein ist so nicht mal schwer ich wollte stahl sagen da dachte ich mir das ist es jetzt wieder nicht mehr es ist in meinem kopf drin dass stahl eine schwäche ist von stein aber es stimmt wahrscheinlich wieder nicht und habe ich halt gesagt nix mehr und dann gab es halt noch drei schwächen pflanze also dass mir pflanze nicht eingefallen ist ist halt so peinlich bei kampf und wasser wurde gesagt boden der boden gesagt ich so ein natürlich boden da der stahl gesagt da hätte ich es doch gesagt und dann sagt ab pflanze und da dachte ich mir so oh mein gott wie kann mir nicht pflanze einfallen ist ja nicht so als ob ich es nicht wüsste es ist halt nur es fällt einem in dem moment nicht ein wenn wenn es eine typenfrage kommt bin ich sofort so nein nicht das klischee ich kann nicht schon wieder nein aber das überrascht mich nicht mehr du willst ja nicht die typen lernen ich weiß die typen nur sie fallen mir halt in dem moment nicht ein so wie ich jedes pokémon kennen aber manchmal sagt man halt panty mimi und dann hat man glück ich meine wir können sowas mal machen da ziehe ich wahrscheinlich alle ab anhand von pixeln flapp der rix kommen und gibt mir was schweres photonen was auch immer hätte ich glaube ich richtig buchstabiert nur ich hätte ohne bindestrich gesagt photonen irgendwas ich kannte die attacke natürlich nicht was ist denn photonen keine ahnung aber ich glaube photonen geysir ja oh hätte ich a gesagt p h o t o n e n g ich glaube ich hätte gesagt aber jetzt habe ich es gerade gesehen ich weiß es nicht mehr ob man schon bindestrich ne photonen photonen geysir hatte auch bindestrich also florz dann so korrigiert mit bindestrich hey thomas hallo drarot ich fand die metallfrage zu wie die schwierig kann doch keiner wissen dass die sich nicht an den normalen typen halten du meinst tcg meinst tcg ja tcg hält sich nicht an typen da gibt es auch nicht mal die hälfte der typen gibt es bei tcg da gibt es zum beispiel fe gibt es gar nicht gibt es fe ich glaube gibt es nicht es gibt kein gestein er hat zum beispiel gestein ist quasi boden in eins zusammengefasst es gab ein paar sachen die hätte ich gewusst die andere gekriegt haben die sie falsch beantwortet haben so so sachen wie keine ahnung das mit spezial ob flug spezial oder physisch ist und so das weiß ich jetzt weil wir zusammen hier gen 3 gespielt haben und ihr mir das erklärt habt sonst hätte ich auch so gedacht wie ein ganzer typ ist spezial oder was aber das mit dem mit der evoli eselbrücke und sowas habt ihr mir das beigebracht das hätte ich zum beispiel gewusst aber ja und das im nachhinein bin ich so sauer dass ich bei manchen sachen nicht das gesagt habe was ich mir zuerst gedacht hätte wie zum beispiel bei dieser einen attacke ob das elektro oder stahl ist beim endeffekt ich glaube wenn es eine elektroattacke war ich kannte die attacke nicht mal ich glaube wenn es ja elektro das habe ich mir dann gedacht ich habe dann gesagt elektro es war klar stahl oder elektro metall sound nee es hat irgendwas elektronamen gehabt das war mir klar also ich habe gesagt elektro und in dem moment war mir klar dass es nicht elektro ist weil wenn es elektro ist hätte ich die attacke wahrscheinlich gekannt weil wenn ich eine attacke nicht kenne dann ist er von stahl und dann wollte ich aber nicht schon wieder wechseln so die ganze zeit hin und her und so im endeffekt das ist 50 50 und da ist mir auch eine taktik glaube ich die wichtig ist die ich die ich gemacht habe wenn man was nicht weiß was man ja instant weiß also ich wenn mich was wenn mich was so 50 50 mäßiges gefragt wird weiß ich ja instant ob ich weiß oder nicht weil entweder weiß das oder weiß es dich es wird dir nicht einfallen und meine taktik ist auf jeden fall so schnell es geht antworten weil wenn du so schnell es geht antwort ist geht es so schnell es geht weiter und niemand erinnert sich dran wohingegen wenn du halt wirklich 30 sekunden überlegst bei einer 50 50 frage und dann auch noch das falsche wählst dann erinnert sich jeder dran deswegen so schnell es geht einfach eins von beiden sagen vielleicht noch irgendwas lustiges und dann passt schon aber ja wie fandet ihr meinen blitz den ich eingebaut habe gute stoff anker lichten ahoi hey demon king hallo yellow flash genial war der grandierers moment wo du richtig warst und dann den typ falsch gesagt hast fand ich schon frech dass du dafür stimmen bekommen hast das war super lustig ja manchmal sollte man die klappe halten aber grandierers als stahl zu bezeichnen finde ich gar nicht mal so peinlich weil das ding hat stahlplatten wie was anderes also wenn das kein stahl drache ist optisch zumindest aber ja kampftrache war mir dann klar als es gesagt wurde klar und dann bekam ich aber auch die mindierers frage also das auch drache stahl vor allem halt den gen 9 ist das so was von am glänzen das ding so stählern einfach manche hat meine nervosität angesehen du ich war auch am anfang sehr nervös weil es ist schon du bist krass in einem spotlight und dann wurde ich super locker als ich wieder quasi das gefühl bekam so ja ich weiß wieder wie es läuft so dann ist man im flow drin vor allem als ich dann immer die leichten fragen bekam und eigentlich ganz gut durchgekommen bin und dann als nur noch viel übrig waren und auf einmal die blöden fragen für mich kam dann wurde ich wieder nervös war was anderes das war ich nicht aber anfang war ich auch nervös klar es ist einfach du bist halt so krass im du dich auf dich wird halt so krasser fokus gelegt von wegen weiß das jetzt und wenn nicht ist das peinlich zumindest denkt man das in dem moment man sagt da ist ein schlimmer fehler weil man weiß dass es kampftrache ist wenn man das spiel einem nicht pokémon spieler zeigt wenn ihm stimmt mehr leute stahl sagen wenn überhaupt wissen dass stahl existiert ja es ist halt das quiz ist wie gc heavy was auch okay ist weil wie gc ist wirklich der hauptfokus von pokémon und da wo man auch am meisten wissen reinpacken kann und auch wissen was interessant ist ich weiß halt dafür viel von so prozenten und wo welches pokémon und sowie viel wahrscheinlichkeit und wie man das übertragen kann und so ein wissen halt aber das ist so allgemein ist pokémon wissen sehr nerdiges wissen aber das wissen was ich über pokémon habe ist in dem bereich pokémon richtig nerdig weißt du wenn du sagst actually was ich auch im chat einmal dann reingeschrieben habe actually das partnerschaft abzeichen ist nicht nur von der freundschaft abhängig sondern alle 10.000 schritte bekommt man zu einem prozent wahrscheinlichkeit das partner abzeichen es ist sowas weiß ich dann aber es ist vollkommen okay wie die fragen ich finde die fragen auswahl ist super ich finde die master x sachen blöd weil niemand spielt master x von denen die da sind wahrscheinlich aber sie sind auch wiederum lustig aber master x ist echt so wer hat den als buddy wer hat den als buddy alter diesmal kam weniger wie gc dran ja ich weiß es nicht es ist schon sehr viel was ist die versteckte fähigkeit von dem was ist die versteckte fähigkeit von dem was ist die spezialattacke von dem was ist die spezialattacke von dem und wenn du nicht wie gc macht weiß es nicht ich hätte das alles nicht gewusst und ich habe nur einmal die frage gekriegt bei moruda und ich hatte sogar recht wenn man nur das erste wort nimmt anka los ahoy nee was die unite fragen sind bei mir auch komplett 50 50 weil ich habe nur am anfang kurz unite gespielt selbst wenn die so eine frage machen wie kommt dieses pokémon in unite vor da denke ich mir immer meint ihr als steuerbarer charakter oder auf der kampffläche und ich schätze mal als alles aber ich weiß es nicht und da bin ich auch 50 50 und das ist halt auch so eine so eine so eine fangfrage wenn dann gefragt wird ich wurde gefragt kommt das item top beleber in unite vor ja keine ahnung vielleicht bist du auf der kantfläche stirbst setzt den top beleber ein und bist du wieder einfach da wobei es klingt ziemlich op wenn man drüber nachdenkt aber so keine ahnung man wenn du das nicht spielst woher soll man das wissen welches item vorkommt aber auch so fragen wie das sind halt leute mit challenge runs gut drin jetzt muss ich das fenster gleich zu machen auch so fragen wie die kitties auch so fragen wie heißt der arenaleiter der dir den flugorden gibt oder wie heißt die stadt in der arena leiter norbert ist vergisst 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 als ob ich mir das merken würde und deswegen ein paar hätte ich gewusst weil viele gen 5 fragen kamen und ich gerade in gen 5 rein suchte so tessera hätte ich gewusst und sowas tessera ist in einal aber das wäre reiner zufall gewesen wenn ich gerade spiele würdest du ich habe eine gen 3 frage gekriegt wo ist der in welcher stadt ist der attacken erlerner verlerner weiß nicht in gen 3 mir ist nicht mal eine gen 3 stadt eingefallen ich wusste dass ich in zwei städte sage aber mir ist keine gen 3 stadt eingefallen aber dafür habe ich auch keinen fehler gekriegt aber da bin ich einfach da sind die tolle leute krass im vorteil die halt diese ganzen nass logs ohne ende machen wenn du nass logs machst dann weißt du ganz genau fucking ebenholz city bei dem arenaleiter wird es richtig hart dann weißt du das weil du hundertmal bei diesem arenaleiter bist und stirbst und immer wieder und oder wenn du halt irgendwelche iron mods machst und so aber ich der das nicht macht ich merke mir die städte null wie die heißen es war gen 4 und du hast schon drei stadt gesagt ich habe du karts hier zuerst gesagt und das ist gen 2 oder ist du karts hier nicht die stadt wo bianca drin ist bianca by the way kennt ihr leute die bianca heißen für mich wird es in allen sprachen mit c geschrieben fletburg muss man halt wissen jetzt wo du sagst fletburg erinnere ich mich sogar dran weil ich in gen 4 in fletburg einmal war um eine attacke zu verlernen die bianca frage ich habe da gar nicht dran gedacht aber tatsächlich wusste ich auch dass bell weil wir gerade gen 5 spielen ich wusste auch dass bell im englischen bianca heißt weil ich dauernd hier auf bulbarpedia und sowas halt google und dann steht da halt bianca und ich denke mir hey bianca ach ja bell aber das habe ich nicht als grund gesehen dass man die eine mit c schreibt und die andere mit k für mich ist bianca immer mit c aber klar es gibt wahrscheinlich auch biancas die mit k geschrieben werden für mich ist das auch immer mit c ja hey ja ahnung muss man halt wissen ist also 50 50 und bei vielen sachen denke ich mir da das ist eine fangfrage die wurde extra so gestellt sowie die kopfnuss frage und das kopfnuss hätte ich nicht kopfnuss kopfstoß kopfstoß hätte ich gewusst weil es habt auch ihr vor einer woche oder sowas mir gesagt hey warum nimmst du nicht kopfstoß als gesteinsattacke für flambierex das ist doch normal also nee nee du meinst kopfnuss kopfstoß ist gestein deswegen ich hätte gewusst wenn es mich gibt aber er wusste es auch krasses deswegen krasses glück was man gerade in dem moment weiß und ich glaube viele fragen waren da die nicht die zufällig gewusst hätte weil ich gerade gen 5 spiele deswegen auf ein paar antworten war ich stolz die ich gegeben habe aber die weiß ich gar nicht mehr ich weiß nur noch natürlich die die peinlich machen ich hatte meine ex die hieß bianca auch mit c kenne beide varianten war mit 100 prozent sicher dass es bianca in silber ist mit zene ja oder keine ahnung warum warum ich das ich habe auch c gedacht bianca bianca ich finde den namen mit k ich weiß es passt nicht irgendwie in meinem kopf war das immer mit c aber für mich war in gen 2 ein funpi auch panfi oder und ein meganie war megani dankeschön nothen ich sag nothen not no oh gott warum sage ich nothen wie viele nennen dich nothen hey no thanks i'm dead dankeschön für den raid bianca sieht mit k sieht's falsch aus hey niemand kein front an jemanden der hier bianca mit k heißt aber bitte ändert deinen namen mit c damit ich recht behalte ich weiß die städte arena leite auch nur von gen 3 und 4 gut bei allen anderen gens sind je nach gen mehr oder weniger klein und größte lücken gönn dir ich habe so viel geredet dass ich deinen job dein job ignoriert habe dein prime sub dankeschön gönn dir für deinen ersten prime dankeschön das treibst du an diesem sonntag gen 4 verlieren in fletburg weißt du das ist sogar wenn es jetzt wenn man das so liest gen 4 verlieren in fletburg ich weiß ich weiß wie die stadt aussieht ich weiß wo er steht am wasser pokémon center runtergehen haus wasser da steht der attackenverlernen aber fletburg in dem moment fällt mir nicht ein und ich glaube aber okay warte aber was war jetzt du weil ich habe zuerst du karts ja city gesagt und das ist doch gen 2 und dann habe ich gesagt ebenholz city und das ist doch auch gen 2 ebenholz city ist doch die stadt des malvenfroh ist ebenholz city nicht die stadt wo sandra ist die drachen malvenfroh habe ich gesagt als zweites habe ich malvenfroh gesagt okay malvenfroh das ist gen 3 ne ja ich dachte ich habe ebenholz gesagt war ebenholz ist gen 2 ja ich dachte ich habe zwei gen 2 sachen gesagt hallo azrael namen sind noch schall und rauch ja hallo terminator das gerade smaragd gespielt auch ich spiele nicht smaragd auch wenn man das denken könnte ich spiele feuerrot in smaragd ist es sehr 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 schwierig deoxys zu scheinern ich pass gar nicht auf wegen deoxys ich hoffe ich sehe es aber es war sehr lustig ich mit bin ich bin wieder mit der einstellung reingegangen gewinnen werde ich eh nicht ich sage von vornherein dass ich mich blamieren werde dann dann kann es nur positiv ausgehen oder entweder ist man dann besser als sich zu blamieren und sie sagen wir so ich war gut und dann habe ich mich blamiert deswegen eigentlich perfekt gelaufen und die die quintessenz ist spaß haben und ich will lieber dass es für die zuschauer also ich meine wir sind streamer ich bin nicht darum zu gewinnen weil mir ist es egal ihr wisst ja ich habe keinen drang zu gewinnen deswegen mache ich auch kein pvp und was nicht alles weil ich nicht den drang habe zu gewinnen und ich finde wenn man streamt dann macht man das ganze um dass die zuschauer entertaint sind und dann gebe ich lieber eine dumme antwort als die vielleicht lustig ist als dass ich da keine ahnung eine minute überlege und vielleicht die richtige antwort zu finden du hast mega unterhalten 100% oh dankeschön ich habe zuerst ich hatte ein paar sachen hat man das überhaupt mitgekriegt dass ich eine glura karte zerschnitten habe ich dachte ich dachte der witz wird er war vorbereitet aber geskriptet der witz wo ich habe gerade gedacht mein mein heiterer hat geschillert weil der meister ball so schillert warum schillert dieser meister bei ja wusste jeder direkt ja klar ich dachte vielleicht ganz kurz so eigentlich war er wollte ich das anders machen aber der moment kam ich hatte noch mehr sachen geplant aber ich hatte angst dass das dann zu cringe wird wenn ich die ganze zeit irgendwie versuchen dumm witz zu machen oder eine dumme sache deswegen dachte ich mir fünf verschiedene behältnisse zu haben aus denen ich trinke es ist vielleicht subtil genug um das bei den zuschauern paar denken was macht der idiota was macht der idiota warum trinkt er aus einem messbecher da ist übrigens das gute prinzip rava prinzip rava aus natürlich dem asia laden was bitte ist in dem magi glas magi glas magi was glaubst du denn ich bin mir dieser eine andere streamer da den witz wollte ich sogar auch machen ich war sogar darauf vorbereitet dass jemand sagt der macht ja nur knossi nach bei knossi trinkt auch manchmal aus magi oder hatte ich den witz schon vorbereitet dass wenn das jemand sagt dass das ich dann sagen kann ich kenne kein knossi ich kenne nur knospi okay aber zum glück hat es niemand gesagt weil das wäre peinlich gewesen ich frage mich schon seit anderthalb jahren was du für eine scheiße machst wie du bist seit anderthalb jahren hier ja das war eigentlich das bräunliche aus dem messbecher sah aus wie schokoproteindrink das bräunlich aus das sah glaube ich nur so aus leute es tut mir leid euch die die illusion zu nehmen aber alles war wasser ich habe einfach und ich musste so auf die toilette die ganze zeit ich war auf der toilette und drei runden später musste ich wieder auf die toilette keine ahnung mauri es ist aber die zeit geht so schnell vorbei ich dachte nicht dass schon ein halbes anderthalb jahre der messbecher war einfach nur ich bin durch die wohnung gegangen habt mir über ich wollte auch eigentlich so ein richtig krasses hochprozentiges alkoholflasche nehmen aber ich habe keine gefunden in der nicht noch so viel drin ist das wollte ich nicht wegschütten ich habe schon so viel magi weggeschüttet aber die flasche ist auch sehr alt wie lange hält es vielleicht nicht schlecht dass ich es weggeschüttet habe september 23 ist magi abgelaufen und ich glaube magi kann gar nicht ablaufen nee der bierkrog war mango mango schorle der messbecher war eigentlich auch nur wasser das war vielleicht dann das plastik was das irgendwie braun gemacht hat ja ich hatte ein bisschen angst weil es stand sehr viel wasser hier auf dem tisch was auch alles so offen war es war ganz weit weg von elektronik es hätte nur alle gamecubes getroffen deine gewürze noch immer ach gewürze kann nicht ablaufen aber das hier weiß nicht ach komm ich glaube das krasseste was ich mal gefunden hatte waren cocktailkirchen von 1995 und da hatten wir glaube ich so 2010 was war deine frage ich möchte mir gern mu shiny holen ins markt aber leider nicht auf legitim wege willst du es dir nicht auf legitimen wege holen wie mu doch schon aber ich wüsste nicht wie mit dem pomek glitsch so wie du auch an deoxys kommst ja soweit ich weiß gibt es mu nur in smaragd aber oder feuerrot und blattgrün gibt es deoxys aber mu gibt es nur in smaragd ne und background info ne weil ich weiß viel zeug nur halt sehr nerdiges zeug tatsächlich wurde dieses diese alte sehkarte die man für mu braucht nur nur in japan verteilt das heißt streng genommen streng genommen ist nur ein japanisches mu legit auf einer japanischen cartridge aber das ist pokémon bank und pokémon home egal komischerweise deswegen selbst wenn du die alte karte irgendwie rein cheat ist oder rein glitscht in ein deutsches smaragd dann ist dieses mir trotzdem übertragbar auf bank und home obwohl es deutsches obwohl das event nur in japan stattfand und du musst einfach den smaragd in smaragd den pomek glitsch machen und dazu habe ich ein video gemacht wenn du einfach eingibst ich wahrscheinlich reicht sogar wenn du pomek glitsch eingibst aber lios meint pomek p o m e g dann folgst du diesem tutorial in smaragd und dann kommst du du musst dir halt dann den code raussuchen für mu weil in dem video zeige ich den code für deoxys aber du suchst dann einfach den code raus für mu ist aber in der beschreibung alles und dann kommst du zu mu und kannst es shiny resetten aber ist schwierig iam tonks tings tungs dankeschön für 16 monate warum warum bist du schon seit 16 monaten sub ich habe das gefühl deinen namen zum ersten mal zu lesen entweder bin ich jetzt das krasse arsch das krasse loch oder du hast dein namen geändert du hast selbst dein namen geändert iam toni tonk punk aber pass auf bei smaragd eben smaragd shiny hunting ist sehr schwierig weil die shiny frames nicht resettet werden das heißt wenn du dein smaragd startest ist etabliert bei welchem frame das new kommt das heißt du musst immer flüchten das heißt du du es ist eine miese shiny hand ein bisschen weil du musst new im hohen gras finden das heißt du musst jedes mal so ein bisschen nach new suchen und es ist jedes mal auch anders wo das erscheint deswegen gehst du da durchs gras findest ist und dann checkst ob shiny ist wenn nicht flüchten und dann rausgehen reingehen weitersuchen flüchten rausgehen reingehen weitersuchen flüchten so du darfst nicht reingehen es finden speichern und dann quasi so wie ich hier immer wieder hingehen reset hingehen reset hingehen reset sondern du musst jedes mal das new neu suchen deswegen new es ist hart aber das ist genau genommen die einzige legit art eine shiny new zu selber zu fangen ich habe hier ein paar zettel vor mir liegen das schloss mich schon ein bisschen länger als die 16 monate aber löse es nie ein vielen vielen dank dir krass du schreibst zum ersten mal ich sehe es ich wollte dich überhaupt nicht aus dem lurk holen lörke weiter oh mein gott ich war nur ja es ist faszinierend man denkt immer dass die leute die schon so krass lange subben dass sie hier auch regelmäßig schreiben und halt interaktiv mitmachen aber tatsächlich gibt es auch eine handvoll von leuten ziemlich viele sogar die schon lange subscriben und einfach noch nie hier geschrieben haben vielen vielen dank dir dankeschön bitte denkt nicht ihr müsst schreiben das war habe ich nur gerade so gesehen und dachte mir so dankeschön einem und dann dachte mir 16 monate und ich habe deinen namen noch nie gelesen krass jgamer rotom mariko hippopotas gibt es in go and shiny dave meditalis dino spoink lucy visko ga draroth kokuna hey pascal hallo prani und hallo danu mauri traumato prani fm radio habe mir das alles schon angeschaut ich müsste mir nur mehr den glitch anschauen genau ein paar mehr glitch relativ easy muss einfach mach einfach eins zu eins das was ich im video mache und dann kriegst es auf jeden fall kommt ein bisschen darauf an wo du ins markt bist du hast schon freigeschalten hast und so was guckst du einfach an sehr viele haben das schon mit meinem video gemacht deswegen wenn du meinem video folgst kriegst es hin warum machen sie es einem solcher an alle legislaturperiode z kommen was warum machen sie es einem so schwer an alle legis zu kommen legis zu kommen das legislatur inzwischen legis heißt das weiß ich welche legis meinst du mew ist kein legis ein mystisches pokémon und deswegen ist es schwer daran zu kommen weil mystische pokémon sind mysteriös und eins was mysteriöse pokémon immer gemeinsam hatten zumindest ist dass sie sehr selten sind und meistens als events verteilt wurden das sind mystische pokémon sowie mew selebi jirachi manafi und so weiter mariko du warst hippopotas gut geschlagen gestern dankeschön ich finde ich hatte nur glück am anfang und dann kamen die fragen die dann offenbaren dass ich wenig ahnung habe das peinlichste war gestein ich finde es ist sogar gepeinlicher als zu denken dass giratina unlicht ist weil pflanze warum ich nicht pflanze gesagt habe dass einem stahl nicht einfällt okay dass einem boden einfällt okay nicht einfällt okay aber pflanze peinlich ähm was war gestern noch cool du warst viskago viskagon viskora viskagon viskorga was da bin ich komme ich immer durcheinander welche goga 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 viskagorgason nichts ist peinlicher als zu denken dass eine frikadelle ein fisch ist das war auch lustig wenn ich dann gefragt werde gibt es die zutat räucherfilet und dann war ich kurz so ich habe dann trotzdem so ja aber da war ich wieder am hinterfragen so warte mal heißt es räucherfilet oder ist es räucherlachs aber lachs dürfte es nicht geben weil lachs wäre ja ein fisch und fische gibt es nicht also es wäre dann kapodor oder so wenn man auf dem stuhl sitzt kann man aber jede frage richtig fies werden ja trotzdem pflanze war peinlich alles andere finde ich war nicht so peinlich nicht zu wissen aber pflanze war peinlich ob das stahl oder elektro ist die attacke mein gott keine ahnung aber das pflanze gutes gegen stein das war schon wurde gut entertaint und das ist die hauptsache who cares ob man viel weiß who cares ob man erster wird hauptsache ihr fandet es lustig und habt spaß gehabt beim zuschauen räucherfilet soll wie ein räucherlachs aussehen ja das mit dem leuchtsteinen war super zwei sekunden vor der antwort dachte ich mir noch er hat gerade null aufgepasst hast du mir hast du es mir angesehen ich weiß nicht mehr an was ich gedacht habe ich habe an irgendwas gedacht ich weiß auch nicht mehr welche frage ich davor hatte ich habe da gerade schon drüber geredet deswegen aber ich weiß nicht mehr welche frage ich davor hatte und dann habe ich halt ich habe nach jeder meiner frage einfach noch kurz über meine frage nachgedacht vor allem wenn sie falsch war habe ich so gedacht fuck wie rede ich mich da jetzt raus was mache ich die runde soll ich es einfach runterspielen soll ich mag ich schluck nehmen keine ahnung so jedes mal wenn ich was gefragt wurde ein zwei runden danach war ich halt in meinem kopf drin was nicht lang ist aber dieses mal wurde halt direkt nach mir die frage gestellt welche entwicklungssteine gen 1 existieren oder seit gen 1 existieren und auf einmal höre ich nur so langsam immer lauter werden stein 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 ich so okay wir zählen entwicklungssteine auf ich habe mir kurz gedacht soll ich nachfragen was die frage war weil dann hätte ich vielleicht nachgezählt da hätte ich so nachgezählt okay du 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 vier fünf wir haben alle steine stopp aber dann dachte ich mir ach ziehst du ich bestimmt hat noch keiner leucht stein gesagt und dann so nicht gen 1 aber es ging so schnell ich meine die runde war nach zehn sekunden wieder bei mir logischerweise bei so einer einfachen frage rate sagt blattstein irgendwas aus der ersten gen und dann leucht stein ich sag doch nicht blattstein das ist die wahrscheinlichkeit ist so hoch dass es schon jemand gesagt hat deswegen habe ich extra leucht stein gesagt aber das ist halt um gen 1 geht war ich überhaupt nicht ist das graut in den or shiny lockt was man während der story begegnet japp ab gen 5 ging es los mit den shiny locks das war geil von dungi musste ich lachen war das dungi ich glaube schon als gefragt wurde ist ist ciao ciao bau wie heißt es die katze ist die shiny lockt und er so das ist aus dem neuesten spiel also wahrscheinlich ja das fand ich war die beste begründung für sowas weil es ist einfach das ist halt das ist die begründung es gibt keine andere begründung warum etwas shiny lockt ist was ist aus dem neuen spiel also ja also heißt es erst durchspielen und dann entcountern ich glaube graudon ist komplett shiny lockt es gibt eine super art und weise es herauszufinden wir machen einfach serie b shiny und dann kommen wir von der website shiny pokémon auf der können wir einfach runter scrollen und sehen die shiny locks und dann sehen wir hier pokémon omega rubin alpha saphir kai oga graudon rayquaza deoxys alle vier pokémon sind shiny lockt es geht nicht um den story mode wenn es die sind immer shiny lockt du kannst davon ausgehen dass seit pokémon xy ist jedes pokémon das auf dem cover ist shiny lockt das ist die regel ja seit gen 5 eigentlich ja gut ne seit gen 5 eigentlich stimmt und dann ab gen 8 kamen die starter dazu die shiny lockt sind ähm ähm äh gen 8 genau ab gen 8 kommen die starter dazu und gift pokémon und ab gen 7 sind es alle legis und ab gen 5 sind es box legis ups ohne worte ja für graudon musst du entweder gen 3 spielen ich weiß nicht ob graudon in gen 4 irgendwo ist ich glaub nicht ne äh für graudon musst du gen 3 spielen oder schwert und schild dünner abenteuer machen oder gen 7 in wurmlöchern wo ist denn graudon in gen 7 auch echt ich dachte immer in wurmlöchern gibt es da so viele also langsam könnte das deoxys kommen wobei rein odd technisch müssen wir bis 12.000 warten weil wir haben das letzte bei 4 319 bekommen das heißt so ungefähr bei der hälfte das heißt wir müssen jetzt die vollen odds plus die hälfte rechnen ähm alles drunter unter also ist die frage wie wir rechnen rechnen wir 12.000 als odds die wir jetzt erreichen müssen oder rechnen wir 8.000 als odds die wir erreichen müssen im schnitt gesehen müssten wir auf 12.000 gehen logisch wäre einfach 8.000 hgss gen 4 ob es da graudon gibt kann sein glaub nicht es gibt fast alle in wurmlöchern außer zygarde und die gen 7 legis mhm 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 ich weiß das nicht das kommt von alleine ich habe gestern und vorgestern äh dumme kontaktebene gegrindet und mir ist dann das aufgefallen was so logisch ist und ich habe ich habe diese tabelle die ganze zeit falsch gelesen und zwar dachte ich dass man also nochmal ganz von vorne ich muss in gen 5 schwarz weiß 2 damit ich irgendwie diese lichtungs pokémon kriege und später das level 1 garados muss ich die kontaktebene spielen da sammelt man punkte und mit den punkten kriegt man kräfte transferkräfte und die transferkräfte sind quasi wie in gen 9 sandwiches du kannst eine transferkraft anmachen die dir die wilden pokémon erhöht die dir ep mehr gibt die dir mehr die dir dein pokémon auffüllt die kp und so weiter und eben auch dass mehr pokémon in lichtungen erscheinen und eben auch dass mehr gräser rascheln und all diese ich brauche 3 fähigkeiten mehr lichtungen mehr gräser rascheln und mehr seltene pokémon erscheinen und ich dachte immer dass ich man muss punkte sammeln in schwarz sammelt man schwarze punkte und in weiß sammelt man weiße punkte und ich dachte halt wenn ich die tabelle ansehe so okay lichtungskraft 3 ich brauche 50 schwarze punkte dachte ich mir nice sammle ich 50 punkte dann bin ich gestern habe ich vorgestern auf 30 gegrindet und sehe ich halt bei 30 müsste ich jetzt schon lichtungskraft 2 haben nirgends wo ist lichtungskraft 2 aufgelistet denken wir was was sind das für ein fehler geh auf bulberpedia guck überall überall ist die tabelle gleich 30 schwarze punkte und dann check ich es ich habe die tabelle falsch gelesen man muss tatsächlich die tabelle durchlesen im fall von lichtungskraft braucht man 30 schwarz punkte und 30 weiß punkte das heißt sobald man es geschafft hat in einem spiel 30 punkte zu grinden was locker 5 stunden dauert wenn nicht mehr muss man das gleiche noch in weiß machen und dort auch 30 punkte sammeln und dann kombinierst du quasi diese punkte indem du halt den einen hosten lässt also musst du quasi zwei systeme haben was mieses also klar früher ist man einfach auf den marktplatz gegangen und hat mit all den anderen coolen kids mit seinen ds da gestanden und hat einfach die kontaktebene gegrindet zu 100 was geht theoretisch 100 leute und dann rattern die punkte so krass weil wenn man das zu 100 macht so viele punkte dann aber jetzt keiner spielt natürlich das spiel keiner ist in der kontaktebene keiner sitzt neben mir der das gerade zufällig macht also braucht man wieder zwei systeme in gen 5 man braucht nicht nur beide spiele schwarz und weiß 2 um halt alle pokémon zu fangen und was nicht alles sondern man braucht auch wieder zwei ds systeme um auf zwei systemen gleichzeitig zu spielen um auf einem system die schwarzen punkte und die weißen punkte zu bekommen ich bin jetzt bei level 30 in schwarz und level 18 glaube ich in weiß das heißt ich habe jetzt lichtungskraft 1 freigeschaltet lichtungskraft 3 wäre 50 punkte bei beiden oh gen 5 ist eigentlich sehr sehr einfach für den origin decks aber mit diesen Schwierigkeiten die ich mir gegeben habe weiß ich dachte mir da ich renne da einfach rum gehen die lichtungen rein und dann ist da ein pokémon und ich fange es aber dass manche pokémon nur zu einem prozent in der lichtung sind aber ich habe dann gestern dieses lichtungskraft 1 angemacht und direkt in der ersten lichtung war ein terribug was ich dann weiblich das heißt ich habe gestern zwei lichtungspokémon mehr gefunden aber oh mein gott wenn man sich diese regeln gibt dass man lichtungspokémon fangen muss so wie ich dann ist das ein grind aber auch wieder auf der anderen seite ist es cool weil ohne das würde ich niemals hätte ich niemals die kontaktebene ausgecheckt und die ist krass also hättet ihr also viele glaube ich wissen nicht dass es in gen 5 schon sowas gab wie sandwiches nur halt ohne zutaten sondern halt so diese transferkräfte weil viele glaube ich nie in der kontaktebene waren genau fast wie bbp genau es ist es ist eigentlich so wie barbecue points es ist wirklich so wie barbecue points dass man halt zum mehrrad die gleiche quest macht und umso mehr bei bbq ist es noch eher so dass es einfach abgehakt wird wenn du alles hast dann müsste ich nicht zwei systeme haben weil quasi das ziel ist es 20 20 items zu sammeln und dann kriege ich 20 punkte aber wenn du 40 items in der zeit sammelst kriegst du 40 punkte das heißt umso mehr punkte ich sammle doch du brauchst zwei systeme weil du ja schwarze und weiße punkte sammeln musst aber ja bei bbq ist es zumindest nicht so da muss man einfach nur das ziel erreichen und dann bling aber hier halt umso mehr ich das ziel erreiche umso mehr ich schaffe desto mehr punkte kriege ich umso weniger muss ich grinden deswegen musst du es eigentlich mit mehreren systemen machen um nicht dreimal so lange zu brauchen muss ich jetzt mal nein das mit den punkten habe ich jetzt auch gecheckt also jetzt checke ich die kontaktebene diese punkte die du kriegst ist zum einen ep um dein baum level abzugraden wie gesagt ich bin jetzt bei level 30 bei meinem schwarzen baum und inzwischen brauche ich glaube ich ich weiß es nicht das sieht man leider nicht wie viel xp man braucht für das nächste level aber inzwischen muss ich zwei runden spielen um ein level zu kriegen also 10 minuten müssen vorbeigehen weil eine runde geht 5 minuten also ein level alle 10 minuten kriege ich im moment für eine farbe man kann nie zwei farben gleichzeitig sammeln und sammelt entweder schwarze punkte oder weiße punkte das heißt ich kriege eine runde zum beispiel das beste was ich hatte bei 51 muss man auch glück haben dass man genug punkte findet das heißt wenn du in einer runde 50 punkte kriegst dann ist das für das level ab aber du kriegst auch diese 50 punkte und im moment habe ich auf beiden systemen 999 punkte mehr kann man nicht haben jedes mal wenn ich jetzt ein spiel abschieße sagtest du kannst leider nicht mehr punkte sammeln 999 dein level ab kriegst du natürlich aber trotzdem aber die punkte sind dann quasi auch deine währung dann und damit setzt du die kräfte ein das heißt ich kann die kräfte so oft hintereinander einsetzen wie ich will ich habe dann einfach leuchtungskraft lichtungskraft 3 ich weiß wie viel das kostet aber lichtungskraft 1 kostet 3 das heißt ich habe 999 punkte und ich kann einfach lichtungskraft 1 einsetzen dann habe ich drei minuten lang eine höhere wahrscheinlichkeit dass pokémon erscheinen in lichtungen und dann nach drei minuten kann ich es wieder einsetzen und jedes mal verbraue ich quasi drei punkte die sache ist nur bei den kräften die ich gerne hätte verbrauchst du 100 punkte aber dafür hält es auch eine halbe stunde das heißt ich könnte dann am ende weil ich muss zwei gleichzeitig einsetzen ich muss beschwörungskraft und ich weiß nicht wie sie heißen ich muss zwei kräfte einsetzen die jeweils 100 kosten das heißt ich würde 100 punkte einsetzen pro runde pro halbe stunde und ich habe 999 sagen wir 1000 das heißt ich kann es 10 mal 5 mal das heißt ich kann 5 mal eine halbe stunde machen und habe dann wieder null punkte aber ich glaube ich kann davor speichern und so gebe ich diese 100 punkte nicht aus also es ist easy ist kein problem und selbst wenn mein plan ist jetzt dass ich heute noch irgendwie mit beiden auf level 30 komme dann sollte ich lichtungskraft level 3 haben ja glaub schon lichtungskraft level 3 lass mich gucken ich vergesse es da und wieder das sind so viele zahlen Kontaktebene lichtungskraft genau 30 30 lichtungskraft s ist dann 50 50 das heißt ich brauche 30 punkte auf beiden systemen das könnte ich heute schaffen und dann habe ich lichtungskraft 3 und dann äh warte wie viel kosten die ich bin der meister darin tabs wieder zuzumachen weil ich denke sie nicht mehr zu brauchen lichtungskraft 3 sind 30 punkte ne 15 das heißt ich muss jedes mal 15 punkte einsetzen bam 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 hey benny hi agiraya hallo nemesis hallo kira ähm ich muss 15 punkte einsetzen ist egal 999 dich 15 bei lichtungen geht es halt nicht weil ich muss halt lichtungen ich könnte alle lichtungen leeren speichern und dann lichtungskraft einsetzen lichtungskraft einsetzen lichtungseinkraft einsetzen alle checken wenn kein gutes dabei war resetten dann habe ich keine punkte eingesetzt so sollte man es wahrscheinlich machen weil ich muss halt die pokémon oder items die da drin sind weg machen damit neues kommen kann aber ja der plan wäre es dann morgen wenn ich bei beiden 30 punkte habe kann ich einfach quasi wenn alle lichtungen leer sind stelle ich mich auf die brücke riesige brücke mach lichtungskraft an lauf drei minuten lang hin und her dann ist lichtungskraft vorbei wieder lichtungskraft an und ich würde sagen dreimal lichtungskraft so neun minuten ich weiß nicht wie viele schritte man in neun minuten geht gestern hat glaube ich neun minuten gereicht dann habe ich dreimal lichtungskraft eingesetzt neun minuten lang dann sollte eigentlich überall was neu gespawnt sein und mit lichtungskraft drei ist die wahrscheinlichkeit halt sehr hoch dass es pokémon sind und nicht items ich muss dann trotzdem immer noch die das ist die sache ich habe versucht herauszufinden was die wahrscheinlichkeit dann ist dass ein pokémon kommt weil so ist es zum beispiel ich habe drei pokémon die eine ein prozent wahrscheinlichkeit haben und davon brauche ich sogar manchmal mehrere ich brauche zwei teddy ursas äh zwei pet sneaks aber wenn ich ein weibliches pet sneaks finde passt wenn ich ein männliches finde muss ich noch ein männliches finden und das ist ein prozent dass es erscheint aber da sind die items mit eingerechnet das heißt quasi 20 prozent dass ein pokémon kommt ein prozent dass es pet sneaks ist also nicht ein prozent innerhalb von 20 prozent sondern insgesamt ein prozent wenn ich in eine lichtung reingehe ist die chance dass die chance ein prozent dass es ein pet sneaks ist und 80 prozent dass es ein item ist aber ich weiß nicht wie hoch die wahrscheinlichkeit ist dass es pet sneaks ist oder dass es ein pokémon ist wenn ich lichtungskraft an habe steht nirgendwo es ist nur stark erhöht die wahrscheinlichkeit also hast du eine währung für die baumstufe und dann noch eine für die kräfte das ist aber die gleiche währung du bekommst wenn du fünf minuten lang eine festival mission machst bekommst du 50 punkte die werden dafür benutzt um dein baum level abzugraden und du hast dann 50 punkte auf dem konto die du ausgeben kannst die haben aber nichts miteinander zu tun die punkte aber es ist die gleiche du kriegst das gleiche kriegst was ich 50 punkte zum ab zum level ab und 50 punkte zum ausgeben aber das ausgeben ist echt kein problem weil ich habe schon 999 punkte und selbst wenn selbst wenn speichere ich einfach davor und dann werden sie nicht ausgegeben punkte sind egal sage ich jetzt vielleicht finden wir noch ein problem und dann ist es nicht mehr egal aber ja deswegen mache ich das ganze ja um solche sachen weil ich finde das super interessant ich finde es es ist ein gemeiner grind weil es ist kein grind den du einfach ich kann den grind zum beispiel nicht mit euch machen weil ich muss wirklich aufpassen ich muss zwei ds systeme vor mir haben und beide aktiv spielen und genau aufpassen wo ich lang gehe und sowas um die meisten punkte zu kriegen ich kann es nicht so wie hier einfach a b und dann a maschen und dann gucken das ist halt ständig das gleiche es ist ein mieser grind weil du musst auch da sitzen und aktiv spielen bei mamfaxo mamfaxo ist auch ein grind aber mamfaxo ist halt zweimal am tag oder alle sechs stunden ein baum checken und hoffen dass zu einem prozent mamfaxo drin ist das ist eine sache von nicht mal eine minute wenn du schnell bist und darauf an wie viele systeme du hast aber sagen wir fünf minuten du checkst das dauert halt lang weil du nur alle sechs stunden den baum checken kannst aber bei der kontaktebene um das aufzuleveln du musst halt einfach die ganze zeit aktiv spielen eine grindige quest die nicht sehr interessant ist aber in gen 4 trauen sie uns nicht zu eine flöte auf einem berg einzusetzen oder wie war das ja aber sie trauen uns zu irgendwie 20 stunden die kontaktebene zu grinden aber ich frage mich echt wie viele punkte man kriegen würde wenn man dazu 100 oder sowas drin ist erstmal glaube ich dass der ds einfach abstürzen würde ich glaube nicht dass der bei also ich glaube schon bei 10 leuten würde der anfang so wer hat jetzt was eingesammelt aber 100 leute können da sein ich kann einfach eine mission starten in der wir 20 items sammeln müssen und 5 minuten zeit haben und dann können 100 leute dieser mission joinen instant mit einem knopfdruck und dann jedes item was du in deiner welt einsammelst zählt 5 minuten lang und jeder punkt ist ein punkt jedes item ist ein punkt den du kriegst das heißt wenn 100 leute ich sammle 20 das heißt 100 leute würden 2000 sammeln warte was stimmt das 20 mal 100 sind 2000 natürlich das heißt du kriegst am ende 2000 punkte naja ist ja utopisch dass 100 leute mitmachen klar aber hey wenn man so poko wenn man so jemand wie john stone der dann sich mit seinen fans trifft bei einer pokemon go veranstaltung und dann steht man da zu 50 und tauscht hin und her für eine medaille der könnte auch 50 leute zusammen trommeln um festival missions zu machen in der kontaktebene und auf einmal zack bumm bis zu level 100 instant aber ich glaube 100 packt das system nicht der kann schon zu zweit verzählt er sich manchmal und ich denke mir so die zeit läuft auch nicht gleichzeitig ab und so okay ich muss aber sagen ich habe noch nicht ganz den magi geschmack weggekriegt in mir der hals hat noch so magi geschmack ich glaube wir schaffen gleich die 8192 7 8 8 8 8 8192 wieder full odds das heißt ich bin schon zweimal über voll odds gegangen und naja das erste mal war dann der große fail ich hoffe bei euch ist schlechtes wetter und ihr schaut mir zu bei mir ist das schönste wetter in diesem ganzen jahr heute aber ich war kurz draußen hab mir ein eistmocker geholt da bin ich da dekadent rumgelaufen hab so ist der better sound than this und bin dann da mit meinem eis rumstolziert hab mich wieder größte g gefühlt und dann bin ich wieder in meinem kleinen skabuff hier hast du auch gras berührt ähm ich bin durch gras gegangen ich habe meine meine haut hat kein gras berührt aber ich würde mal sagen indirekt habe ich gras berührt ja daher kam übrigens meine idee zu dem video wie schnell kann man in pokemon ko gehen weil ich habe das video gesehen was ihr vielleicht auch kennt how fast can you how fast can you touch grass in pokemon vielleicht kennt ihr das ja wo jemand einen speedrun quasi macht in jeder gen so schnell es geht gras zu berühren da dachte ich mir das ist cool aber ich kann natürlich jetzt nicht das gleiche machen also daher kam die idee dass ich sag wie schnell kann ich in jeder gen ko gehen und es war interessant ich finde es sogar interessanter als gras zu berühren weil gras berühren ist einfach nur du rennst halt dahin ich muss halt auch noch so schnell es geht kämpfen oder halt so schlecht es geht kämpfen was am anfang nicht leicht ist bei den unfassbar leichten pokémon so schnell es geht quasi schlecht kämpfen schreibe meinen praktikumsbericht und gucke ihnen zu wie sie ein deoxys in einer anderen Farbe suchen der werte her das wetter spielt keine rolle sehr gut ich wünsche dir viel erfolg bei deinem praktikumsbericht wo hast du das praktikum gemacht 100 leute kannst du dir ein sw nicht mal aus der ansatzweise vorstellen wenn es sowas da geben würde wenn es mit vier personen in der akademie schon nicht so gut stellenweise läuft ja ja aber die spiele damals waren auch einige simpler wobei gen 5 war so glaube ich der anfang von komplexität so viele sachen wie man da machen kann es ist echt krass wie viel gimmicks sie in gen 5 reingehauen haben dann diese kontaktebene wo man man kann die ganze zeit zusammen spielen das ist nicht wirklich wie koop aber man kann halt die ganze zeit zusammen sachen machen ich glaube nicht viele leute haben das gemacht aber es ist ein bisschen so wie in gen 9 wo man auch so ein kreis zu viert aufmachen kann und dann chillt man halt die ganze zeit rum das kann man da auch machen hat es jemals jemand gemacht in gen 5 aber das finde ich halt so lustig dass man sagt oh in gen 9 da gab es das erste die sandwiches mit den fähigkeiten das ist cool oh so ein kreis wo man sich treffen kann zu viert das ist cool gen 5 hatte das zehn jahre früher aber keiner erinnert sich dran weil gen 5 einfach ziemlich untergegangen ist und ich glaube viele leute haben nicht mal das ende vielleicht das ende vom spiel gesehen aber ich glaube nicht viele leute haben jemals ansatzweise gen 5 also 100 prozenten hat glaube ich nicht mal eine handvoll von leuten gemacht aber allein so endgame content in gen 5 haben glaube ich nicht viele leute gemacht auswählen zum erzieherkindergartenpflichtpraktikum cool 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 ich habe noch viele erinnerungen am kindergarten nicht super viele aber so so flash bilder so flashes im kopf von so einfach wie es da aussah wie es dann mittags so eine schlafmittags warum gibt es das gibt es immer noch mittagsschlafpause wo man dann einfach eine stunde lang warum macht man das du musst jetzt nicht schreib deine praktik schreib deinen praktikumsbericht um Gottes willen aber warum warum lässt man Kinder eine Stunde Mittagsschlaf machen also bei uns war das so im Kindergarten da gab es dann irgendwann wahrscheinlich um 12 wahrscheinlich nach dem Essen keine Ahnung wurden die Vorhänge zugemacht und dann hat jeder so eine Matte gehabt eine Decke gehabt und dann lag man da einfach im Kindergarten alle auf dem Boden eine Stunde lang haben sie versucht zu schlafen ich weiß nicht mehr ob ich geschlafen habe aber da musste jeder einfach eine Stunde schlafen weil sie sonst bis zum Nachtschlaf unleidlich sind der Nachtschlaf der Mittagsschlaf und der Nachtschlaf Warum ist Gen 5 untergegangen? Gen 5 ist die schlecht verkaufteste Gen viele Leute haben das damals nicht gemocht nicht gekauft weil ich weiß nicht also vielen Leuten hat es nicht gefallen weil das Spiel sogar relativ schwer war und am Anfang es gibt nur neue Pokémon in schwarz weiß kannst du keine alten Pokémon fangen erst wenn du das Spiel durch hast das hat vielen Leuten anscheinend nicht gefallen vielleicht hat sich das rumgesprochen und dann haben es die Leute halt deswegen nicht gekauft ich weiß es nicht ich weiß nicht warum die Verkaufszahlen so schlecht waren ich verstehe wenn alle alles kaufen weil es ein Pokémon Spiel ist und dann sagen boh und jetzt im Nachhinein ist Gen 5 zu so einem sehr sehr beliebten Spiel geworden was viele sagen ist underrated und so und viele mochten den Grafikstil auch nicht weil es so verpixelt ist es ist auch quasi wirklich so ein Hybrid von 3D und noch Pixel Grafik und Gen 6 war dann noch mehr 3D und Gen 7 war dann noch mehr 3D und es wurde immer mehr 3D aber Gen 5 war halt so der Anfang wo sie es versucht haben mit diesen Brücken dass dann die Kamera sich so bewegt und so und ich glaube das hat vielen nicht gefallen Gen 5 Pokémon Only war der Hauptgrund was ich so viel cooler finde ich finde es blöd wenn alle mal anfangen wenn man ins Gras geht und das erste was kommt ist erstmal ein Taubsi warum? hör auf mit den Taubsis gib mir Fililu ist doch super das verstehe ich halt null dass das Leuten nicht gefallen hat ich will mein Glumanda Henriette du bist ein Schluckweg wenn meine Kinder keinen Mittagsschlaf machen sind sie den ganzen Tag schlecht gelaunt aber ich würde mir immer denken oh mein Gott wenn mein Kind einen Mittagsschlaf macht dann ist das abends nicht früh genug müde ich meine wenn wenn oder 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 es ist dann eher so dass das Kind dann immer müder und somit schlecht gelaunter wird ist doch super dann kannst du ja einfach um 8 ins Bett gehen habe ich meine Ruhe warum denn hinauszögern? warum denn das Kind wacher machen als es sein soll? ok also wird das immer noch gemacht vielleicht ist das so ein Ding wie nach dem Essen muss eine Stunde geschlafen werden um besser zu verdauen was Quatsch ist glaube ich aber was ja auch Quatsch ist ist dieses wobei darüber kann man sich glaube ich sogar streiten geh nicht schwimmen nach dem Essen du musst eine halbe Stunde warten bis du nach dem Essen schwimmen gehst sonst stirbst du ich habe mal gehört dass es daher kommt dass mal jemand drauf gegangen ist weil die Person nach dem nach dem Essen schwimmen gegangen ist und dann einen Herzinfarkt oder so gekriegt hat und dann hat man gesagt oh das gehört zusammen ich meine es ist klar dass man nach dem Essen jetzt nicht einen Marathon laufen soll aber viele denken ja ich darf meinen Körper nicht in einen Swimmingpool bewegen aber wenn ich im Swimmingpool bin und ich chill einfach dann kann ich doch sehr wohl davor was gegessen haben aber ja vielleicht die sichere Version ist dann zu sagen ey geh nichts quasi keine keine Aktion keine Bewegung sonst kotzt du es alles wieder raus oder ich habe auch gehört dass der Druck vom Wasser auf den Magen drückt und so ich bin kein Tiefseetaucher was für ein Druck eine Stunde ich habe eine halbe Stunde gelernt eine Stunde ey vor allem ist das auch noch Quatsch weil jedes Essen je nachdem was du isst wenn du einen Salat isst der Salat bleibt die nächsten 5 Stunden in deinem Magen weil Salat unglaublich schwer zu verdauen ist also wo ist denn da die, wo ist denn da die Regel? schlafen müssen bei uns nur die Kinder die frisch aus der Krippe kommen machen aber eher Hörspiel und schlafen gehen halt nur die Kinder mit Bedarf ah ok ich weiß wir mussten uns alle hinlegen und durften kein Muck sagen ich weiß nicht mehr ob ich eingeschlafen bin oder ob ich dann einfach da lag so bim ich verstehe das auch nicht spiele immer ausschließlich mit den neuen Pokémon jeder Generation ist auch sonst öde ja kleine Kinder schlafen nicht sehr lange am Stück so garantiert man abends besseren Schlaf und fördert zu sich das Wachstum und die Gesundheit ok dumme, dumme Kinder dumme zerbrechliche Kinder können nicht mal lange schlafen Gen5 hat nicht so viele coole Pokémon das lass ich nicht auf mir sitzen Gen5 hat nur coole Pokémon Brokkolos die Starter die Affen sind sogar auch irgendwie cool Stollobor Fletiamu die Nase ey Meistergriff Branawatz hier äh äh Matrifol sieht sogar cool aus Rabigatormann die beiden äh die beiden Fossilien Deponytox kann man sich streiten ich finde Deponytox inzwischen cool Olangar ne äh auch na toll hier äh hier Ding hier äh Irokex wie gut ist das denn Mobites ich mein Gen5 ich finde Gen5 deswegen cool weil sie so extrem herausstechen jedes Gen5 Pokémon schreit Gen5 weil es so hart irgendwie ist so 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 besonders so markant Zoroark hat einfach Gen5 Gen5 hat so viele markante Pokémon hier Oh mein Gott ich mein ich weiß es gibt dafür auch diese Eis und Klick die Klack und sowas wo man denkt so ja komm schon aber dafür hat es Maxax Scalabra Cesurio äh 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 hier äh Golgantes die allein Schluck Schnuthelm und und Ding Geronimatz Furnifras Trikephalo die hier Eisenblatt und was nicht alles die Genies die Legis so viele markante beliebte Pokémon und es sind eben nicht diese beliebten Pokémon von wegen oh Glura Gengar oh die sind doch so cool sondern es sind tatsächlich Pokémon mit Charakter und einfach markantem Aussehen wie Maxax zum Beispiel deswegen ist Gen5 die beste Gen mit den besten neuen Pokémon aber ja es sind halt nicht die Standard oh knuddelig und oh sie sehen alle so süß und cool aus nein die sind halt die haben halt Charakter sind halt besonders Lichtel ist was süßes wird sowas mega so mystischen coolen nein markant hässlich sagen wir nicht ich vermisse ein bisschen mehr Formen ich bin Fan von verschiedenen Formen ich meine sie haben halt mit Sesokids sind sie halt auf die vollen gegangen vier verschiedene Sesokids Jahreszeiten und cool und so aber man muss sagen es ist ein bisschen traurig dass Gen5 hat Jahreszeiten und es ist auch cool dass die monatlich ändern ähm nur monatlich quasi und man nicht tatsächlich ein Quartal warten muss aber sie spielen mit dem System Null ein bisschen ein paar Items auf der Welt sind nur erreichbar wenn es Winter ist oder wenn da Laub ist und noch hoch gehen kannst und so ja aber so gut wie kein Pokemon also nicht nur so gut kein Pokemon genau genommen ist beschränkt auf eine Jahreszeit außer die Sesokids Form jedes Pokemon und ich habe das überprüft für irgendwie in Origin Decks jedes Pokemon ist auf die ein oder andere Art zu kriegen in jeder Jahreszeit und ich finde da hätten sie also das hätten sie cooler machen können ich meine in Schwert und Schild sind Pokemon je nach Wetter nur da also aber äh streng genommen muss halt einen Monat warten wenn wir sagen es ändert sich wöchentlich dann hätten sie es vielleicht gemacht aber ich glaube es hätte wahrscheinlich viele Leute abgefuckt einen Monat warten zu müssen äh bis das nächste Pokemon erreichbar ist aber ich finde sie ja ein bisschen zu wenig mit den Jahreszeiten gespielt und auch optisch sind ich habe gedacht im Winter ist alles halt verschneit oder so ist es nicht fliegen paar Flocken rum und so sie haben sich jetzt erstmal bewegt im Kampf genau die ganze Zeit also sie haben sich schon davor bewegt wenn sie zum Beispiel rein sliden gab es eine Bewegung jetzt bewegen sie sich halt in Gen 5 bewegen sie sich die ganze Zeit Keldio hätten wir nicht gebraucht auch Keldio ist okay Shaman ist viel schlimmer also Shaman Form Zenith Form guck mal daneben Flambirix dein meistgenutztes Pokemon in Gen 5 ja guck mal daneben Flambirix die beiden die ganze Zeit Shaman Shaman Zenith Form ist besser als Keldio findest du? was? ich meine ich verstehe Keldio sieht aus wie ein Glücksbärchen ich verstehe schon dass man das nicht mag aber die Zenith Form von Shaman ist einfach nur abnormal hässlich vor allem wird einfach ein Igel zu einem Reh was? kann man mal aufhören irgendwelche irgendwelche Rassen zu kreuzen so komplett wenigstens sind es Säugetiere aber Igel zu Reh? Keldio kriegt dann einfach nur eine coolere Pose und ein längeres Horn und was nicht alles boah oh ich bin bei 8000 ey perfektes Timing Darno dankeschön für 8000 Resets und 400 Bits dankeschön dankeschön äh ja jetzt machen wir doch noch die 192 und dann sind wir bei Full Odds wieder mal aber es geht ja echt schnell wo haben wir angefangen heute? bei 7400 oder so? ne Keldio ist so viel besser als Shaman Zenith Form aber Keldio ist nicht das Beste übrigens habe ich das gestern richtig verstanden Keldio ist das Einzige das nicht als Paarhufer gilt ich hätte geschworen es ist Terrakium weil Terrakium ist das Einzige was nicht aussieht wie ein wild oh Keldio ist ein Pferd oh jetzt check ich das erst Paarhufer stimmt Rehe haben 2 Hufen und ein Pferd hat nur 1 Huf oh mein Gott es wäre so peinlich gewesen Terrakium zu sagen oh komm Terrakium sieht am ehesten nicht aus wie so ein graziöses Paarhufer Tier dachte Keldio ist ein Einhorn? ja ist ja ein Pferd Einhorn ist ja ein Pferd aber jetzt check ich das erst natürlich Keldio ist ja gar kein Reh ist ja gar kein Wild es ist ein Pferd gilt Pferd als Wild wahrscheinlich gilt sogar ein Pferd als Wild als rotes Fleisch Pferde gehen auf den Mittelfinger ja halt wenn sie nur einen Finger haben Pferde haben halt nur einen Finger es gibt Wildpferde ja ich meine nicht im Sinne von wild wild ich meine im Sinne von die Art des Tieres man sagt ja wild zu Rehen, Hirschen und sowas zumindest in der Küche sagt man das ich weiß nicht ob das allgemein auch so gesagt wird ach deswegen ist Keldio kein Paarhufer weil es ein Pferd ist ach Gott ja das ist so logisch das ist gar nicht realisiert es ist ja ein Pferd und kein Reh hat Zebra zwei Hufe? ne Zebra ist auch ein Pferd es ist ein Esel also ich meine jetzt so proportionsmäßig würde ich sagen es ist wie ein Esel und somit hat es auch einen Huf die meisten Tiere gehen auf ihren Zehenspitzen Hunde, Katzen, Pferde, Kühe gehen alle auf Zehenspitzen aber ja stimmt bei Pferden ist es nochmal extrem aber die gehen wirklich auf der Spitze der Spitze die sind wieder quasi wie Ballerinas wir können alle auf Zehenspitzen gehen aber Ballerinas das können nur Ballerinas und Pferde aber gut wenn ich einen 10 cm Durchmesser Fuß hätte oder Zehenspitze hätte dann könnte ich auch auf den Zeh gehen kriegt ihr das auch auf TikTok die ganze Zeit wie heißt der? hahaha the Hoof Guy und es ist einfach nur wie ein ich schätze mal dass das T-Ärzte sind die das machen wahrscheinlich sind die spezialisiert da drauf die quasi zu Bauernhöfen gehen und die Hufe reparieren Nate the Hoof Guy, Lucy kennt's? Hufschmiede ich weiß nicht, ja Hufschmiede klar aber ich weiß nicht ob die auch quasi kranke Hufe heilen machen Hufschmiede auch quasi weil Nate the Hoof Guy es ist irgendwie sehr befriedigend irgendwie auch eklig aber sehr befriedigend der hat dann zum Beispiel Kühe und er wird dann wahrscheinlich gerufen wenn die Kuh hinkt oder sowas und dann guckt er sich halt den Huf an und sieht dann am Huf dass da quasi so eine dass irgendwo ganz tief eine Wunde drin ist und dann muss er halt den Huf abschaben ganz runter zur Wunde gehen die reinigen und dann kriegt es so ein richtiger Verband und sowas und dann wächst halt der ganze Huf nach ohne dass es quasi ja kaputt ist ich find's auch super interessant und manchmal ist es einfach so ein Kiesel und der Kiesel über die Tonnen oder hunderte Kilo von Gewicht dieser Kiesel drückt sich immer weiter den Huf rein und irgendwann ist er da irgendwie so drei Zentimeter im Huf drin und fängt dann an dem Tier weh zu tun und dann sieht man einfach Nate the Hoof Guy wie der diesen einen Kiesel da findet und rausholt und dann eine Bandage drum macht ähm das ist aber faszinierend aber ich hätte gedacht dass das quasi Tierärzte machen aber wenn es Hufschmiede machen wenn die das auch können weil der macht nicht einfach nur ein Eisen drauf sondern der der repariert die quasi wenn die kaputt sind teilweise dein YouTube ist voller Eagle Shorts Shaman ich find das satisfying ich auch aber irgendwie auch es sieht so weil 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 man weiß okay klar das ist so wie unsere Fingernägel das tut denen nicht weh solange er nicht super tief geht ich frag mich aber äh wisst ihr das zufällig ähm tut es den Tieren weh? weil der 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 Huf von der von der Kuh zum Beispiel der 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 ist schon so fixiert in so einem Eisending aber die Kuh zuckt nicht also schätze ich mal dass es nicht weh tut aber ich habe es auch schon manchmal gesehen wenn er da richtig tief rein muss und es dann auch ein bisschen blutet dann zuckt sie schon ach aber es ist äh die Vorstellung ist einfach so gemein weil der du siehst da quasi diesen riesigen Fingernagel quasi und dann schabt der da diese Massen weg um zu dem um zur Ursache zu kommen und dann sind da wirklich so ein Zentimeter weg zwei Zentimeter weg aber irgendwie ist es auch so befriedigend wie weil ich das ist schon bei mir schon immer so als Kind auch schon gewesen ich finde es so unglaublich faszinierend Sachen die eindeutig kaputt sind hässlich aussehen wieder schön zu machen ein Beispiel es klingt so super autistisch glaube ich aber ein Beispiel war als Kind habe ich extra Bleistifte oder halt so Holzstifte kaputt gemacht so drauf genagt und so oder extra geschnitzt kaputt geschnitzt und oder mit anderen Farben angemalt und dann war diese dieser dieser Buntstift komplett im Arsch dann habe ich einen Spitzer genommen und ich das habe ich alles nur gemacht um dann einen Spitzer zu nehmen rein zu stecken und dann habe ich wieder ein perfektes schönes äh halt Buntstift und ich glaube darauf basiert ist du hast irgendwas was halt so kaputt ist und dann sind alles diese so satisfying einfach oder das ist vielleicht eine TikTok Idee schreckliche Spitz ungespitzte Sachen zu nehmen und dann so perfekt zu spitzen und dann so oh Leo der Spitz Guy Leo der Spitzer hm hat jemand Buntstifte? ja stell dir vor so ein richtig zernagter von so einem Hund zernagter Buntstift und dann spitzt du den und dann ist er einfach wieder glatt perfekt mit dieser bunten Spitze oben oh es tut nur weh wenn es zu tief ist das Horn am Huf ist Zentimeter dick danach kommt auch Blut und Fleisch ja ich habe es ist selten dass er glaube ich so tief muss aber manchmal ist halt die Wunde bis darunter ich ja ich denke mir halt immer manchmal irgendwann musst du da ja bestimmt irgendwie sedieren oder so ein guter Hufschmied behandelt auch Verletzungen und passt zum Beispiel Hufeisen an damit der Huf wieder gerade aufsetzt wie eine Schuhsohleneinlage ja tiefer gelegenes weiches Gewebe ja schaut euch mal an auf TikTok oder YouTube wahrscheinlich auch Nate N-A-T-E The Hoof Guy okay es ist wirklich befriedigend anzuschauen wie der Hufe repariert und manchmal ist es wirklich einfach holt er so ein so ein so ein Schmirgleisen wie nennt man die Dinger also nicht einfach nur so ein Sandding sondern tatsächlich so eine Kreissäge aber die halt das also quasi ein extrem schnell drehendes Schmirgleisen und dann schmirgelt der da weg und weg und weg und denkst du so nicht noch mehr Nate nicht noch mehr und es danach sieht der Huf einfach so mh mh Nate The Hoof Guy ne Flex ja quasi ne stimmt ist das ne Flex einfach ja der flext das Horn weg wenn die Mine innen kaputt war und jeder versucht den Stift zu spitzen gescheitert ist bis man frustriert aufgibt und den Stift wegschmeißt tolles Gefühl nicht ja das waren nicht die guten, die besten Momente an der Spitzsaga aber da muss man ja schon schlecht mit seinem Stift umgegangen sein dass die Mine innen drin komplett kaputt ist aber ja wenn man dann so den Stift wenn man dann irgendwie so weit ist, dass man die Mine rausnehmen kann und so ach verdammt es gibt ja Stifte Spitzen Weltrekorde ich weiß nicht was ich glaub 10 Stifte es gibt Speedrun Kategorie ist quasi ne IRL Kategorie also jetzt nicht Videospiel sondern hat Smallland ein super Video drüber gemacht das ist glaube ich sein meistgeschautes Video mit über 10 Millionen Aufrufen oder so oder mehr hat er versucht den Weltrekord im Spitze Stiften zu brechen und er hat es geschafft inzwischen haben das natürlich super viele auch gemacht und deswegen ist er nicht mehr Weltrekord Halter aber das Ziel ist es halt 10 da gibt es halt so ein DIN Format an Stift und dann gibt es genaue Regulierung welcher Stift welcher Spitze und so weiter und dann musst du es halt schaffen 10 Stifte komplett runter zu spitzen auf nichts dass die halt wirklich nur noch ich glaub die dürfen nur noch einen Zentimeter lang sein oder so und dann haben die da so Techniken entwickelt wie man Spitze so schnell es geht äh spitzt und so komischerweise sehr entertaining im Allgemeinen ist die Hufflege sehr wichtig weil eben kleine Kieselsteine sich tief ins Horn bohren können bei meinen Pferden sind es zum Beispiel 700 Kilogramm die ständig auf die Hufe drücken da ist es einfach wichtig die Hufe auszukratzen und zu kontrollieren vor allem weil wahrscheinlich Pferde halt nicht dazu oder wilde Pferde sind nicht dazu gemacht auf auf Teer und Zement mit Kieseln drauf zu laufen deswegen kriegen die wahrscheinlich Hufeisen oder? aber es kann ja nur passieren wenn man auf hartem Untergrund läuft aber wenn man auf Erde stolziert in Spitze stiften ich komm ran und hör direkt wie du dich verhaspelst Spitze stiften oh Stifte spitzen Stifte spitze stiften stiftet nicht die Spitze an ich zeig's euch ganz kurz die Taktik dann dabei hier meistgeschaute Videos ah ne es ist das dritte meistgeschaute Video mit 13 Millionen sein meistgeschautes Video ist ist das HeartGoldSoulSilver nur mit Chinese durchzuspielen und das zweitmeistgeschaute ist kann man Pokémon X kann man Pokémon X durchspielen wenn jeder Trainer Level 100 Pokémon hat natürlich kann man es anscheinend das ist die Taktik 10 Stifte in 3 Minuten 38 ist halt komplett alles erklärt welche Stifte man braucht was die Taktik ist und so weiter und man anscheinend anscheinend hat er wir müssen ihn euch anschauen wie er voller es ist nicht mehr Blei zum Glück Grafit ne die Finger sind so krass voller Grafit danach und so it's funny weil es verschwenderisch ist das war das erste Small End Video das ich je gesehen habe ja ich kenn Small End schon ich kenn Small End weil ich weiß es gar nicht mehr aber ich kannte Small End also ich hab Small End ich kenn ich nicht ich hab Small End das erste Mal geguckt da hatte der noch 300 Zuschauer 400 Zuschauer oder so und hat glaube ich Odyssee gespielt bei mir jetzt auch Small End der größte der größte es ist wahrscheinlich sogar der größte Pokémon Stream ach die komplett weg mach ich dachte nur die Spitze wie nur die Spitze was ist denn die Spitze von dem Stift wie weit ist die Spitze von dem Stift Small End Small End war nicht der erste aber der erste wo es populär wurde dann der es geschafft hat ich glaub Platin durchzuspielen ohne Schaden zu nehmen er hat Pokémon Platin durchgespielt ohne einen einzigen Schaden zu bekommen und das Video ist auch einer ich glaube es ist wahrscheinlich direkt danach das viert bekannteste Video von ihm und das ist auch einfach krass anzuschauen so viel Durchhörtervermögen und als er das gemacht hat dachte ich mir das schaffe ich auch in Legends Arceus dann haben wir das ja einmal probiert in Legends Arceus und dann habe ich es in Scarlet & Violet auch einmal probiert aber es ist so ein Pain und der hat sogar resettet wenn er Schaden genommen hat also wieder von vorne angefangen der hat nicht so wie ich einfach den Hard Save wieder geladen sondern der hat halt wieder von vorne angefangen noch 100 8.1 8.192 ja der Anfang ach du meinst ein Stift quasi der keine Spitze hat und dann musst du dem eine Spitze geben jetzt geht er Spitze ne der Stift muss weg sein 10 Stifte weg in 3 Minuten das ist schon das ist schon sackenschwer du kriegst halt so viel Schwielen an den Fingern so viel Blasen ich habe jetzt in weniger als 2 schon fast 1000 Dioxus gesehen hä kann ja gar nicht sein nicht ganz 1000 aber ja in 20 Minuten wäre ich wahrscheinlich bei 1000 da wäre ich dass ich jetzt das ist vertreten wenn ich das ist Sie fragt, was machen wir danach? Ich weiß nicht, ob ich noch über 8192 will. Man muss so schöne Zahlen ausnutzen und erstmal sinnieren über diese Zahl. Es lohnt sich halt nicht, Lichtungen zu grinden, bis ich da nicht Stufe 3 freigeschalten habe, weil warum soll ich Stufe 1 Lichtungen grinden, wenn ich morgen Stufe 3 grinden kann? Ich kann Snowboard Kids spielen. Wenn ich zur Zeit mir irgendwie eine Auszeit gebe von Pokémon, spiele ich Snowboard Kids. Ich fand es voll krass, wie die meinen Fernseher gestern so cool fanden. Bei dem Zimmer von Dungie. Weißt du, ich denke mir so, das krasseste Zimmer ever. Und dann sagt Present einfach, ja, aber der Leon ist auch schön. Hallo, hast du Dungies Zimmer gesehen? Was einfach voll ist mit einer Milliarde Pokémon Sachen. Das hat mich gefreut. Der, der, der Fernseher hat sich schon gelohnt. Fernseher hat sich schon gelohnt. Der erste oder zweite Teil? Äh, der erste Teil. Der zweite Teil ist tatsächlich einer der seltensten N64-Spieler und besitze ich gar nicht. Ähm, was ist Snowboard Kids? Ein N64-Spiel. Stimmt, das hat mich gestern auch gewundert, wo ich gesagt habe, erkennt ihr das nicht? Das ist Pokémon Snap N64 und die meisten waren so N64? Da habe ich noch nicht gelebt. Wahrscheinlich. Ähm, wobei, das stimmt wahrscheinlich, dass viele bei, bei, zur N64-Zeit noch nicht mal am Leben waren. Weil es vor 2000 war. Deswegen fragst du, ah, weißt du, ich weiß, ich weiß gerade gar nicht, ich wollte gerade mal gucken. Snowboard Kids 2. Ich weiß gar nicht, was da dann groß anders ist an dem Spiel. Snowboard Kids 2, 160 Euro. Geht eigentlich sogar, ich dachte, es wäre viel teurer. Snowboard Kids 2, N64. 160 Euro auf Ebay. Es gibt nur ein Angebot sogar. Ah ne, hier, 300. 400 Euro PAL. 500 Euro NTSC, aber aus Deutschland. Warum kostet das eine dann nur 160? Vielleicht geht es nicht mehr. 1200 mit Verpackung. 200. Ey, die sind super random, die Preise. Hier ist aus den USA USA 200. USA 100. Ja, wieder mal sind die, also oft sind die amerikanischen Versionen um einiges teurer. PAL mit Verpackung 5000 Euro. Snowboard Kids 2. Aber man findet amerikanische für so 100 bis 200 Euro. Aber ja, Snowboard Kids 2, es kommt halt oft, oft sind Spiele so unglaublich teuer, weil sie einfach selten, also wenige produziert wurden. Und anscheinend wurde PAL seltener produziert als USA. Deswegen sind die USA Spiele günstiger. Aber ja, PAL, wie ich jetzt gesehen habe, waren so 300, 400 Euro. USA 100, 200. Snowboard Kids ist quasi wie Mario Kart, nur dass du Snowboard fährst. Das heißt, ich fand die, wenn du das Tutorial spielst, war die Erklärung ganz cool. Snowboard Kids ist ein Rennspiel, bei dem du nicht bremsen kannst. Also du fängst oben an. es ist quasi wie die Schneestrecke in Mario Kart 8, nur dass du nicht bremsen kannst. Es ist ganz cool. Es ist halt ein Rennspiel. Es ist definitiv kein Party-Rennspiel, weil die Steuerung tatsächlich schwierig ist, weil du eben kannst nicht bremsen, du musst so steile Kurven nehmen. Aber ich spiel das gerade, weil ich Retro Achievements liebe und das ist so ein cooles Spiel, wo man einfach, also man kann es einfach für 15 Minuten spielen und eine Strecke schaffen und dann eine Trophäe freischalten. Diddy Kong Racing habe ich zum Beispiel 100% und das war auch, das war glaube ich die coolste Trophäe, die ich gemacht habe, weil in Diddy Kong Racing muss man, um alle Trophäen zu kriegen, jede Bestzeit schlagen von den Developern. Das sind also bestimmte Zeiten, das heißt, du musst die Strecke perfekt fahren und das Diddy Kong Racing ist so geil, da habe ich mich richtig dahinter gesetzt, diese Strecken so gut gelernt und dann habe ich tatsächlich nach ewigen Versuchen immer wieder die Strecken alle geschafft mit der Zeit vom Developer zu schlagen und jetzt habe ich da quasi 1000% dadurch in dem Schwer. Das war Bock schwer, aber es hat so viel Bock gemacht, weil es war fair, es waren keine Zeiten, die unfair waren. Es war halt einfach, du musst dieses Rennen perfekt machen und dann schaffst du es. Aber ein Fehler und du schaffst es nicht. Hallo Daniela. Ich habe mal eine technische Frage, wie bekommt man alles hin, wie bekommt man das hin, vier unterschiedliche Spiele gleichzeitig zu spielen? In meinem Fall, guck, 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 sind wir schon da? Noch fast. Halt, ich muss kurz das Shiny anschauen. In meinem Fall habe ich vier Gamecubes, die gleichzeitig laufen. Alle haben Gameboy Player mit Gameboy Advance Spiel drin. Also Gen 3 Spiel, Feuerrot, Blattgrün, das ist das einzige Blattgrün, die alle sind Feuerrot. Und die haben alle ein Alter, Jay, Verzögerung. Ist Ente noch passiert? Ja, Ente habe ich seit Half-Ods nicht weitergemacht. Tequila. Und jede von den vier Gamecubes ist mit einem Adapter hinten drin, dass ich der HDMI-Ausgang habe. Und es ist auch gute Qualität dadurch, weil es ein guter Adapter ist. und die gehen alle in einen Splitter rein, der dafür sorgt, dass du alle vier Ausgänge gleichzeitig sehen kannst. Das ist halt so ein Splitter, wo du vier HDMI-Eingänge reintust und einen raus. Und der eine geht dann in meinen Computer mit Capture Card und dann kann ich euch das Bild zeigen. Und dann wie du gesehen hast, stecken da so anstatt Controller stecken da so Dongles dran. Und die sind von Inside Gadgets. Inside Gadgets hat da was entwickelt, das du kaufen kannst. Und davon kaufst du dann vier Stück. Und dann steuerst du jedes Signal gleichzeitig mit einem Spiel. Und dieses Spiel hier stellt eine Verbindung her mit diesen vier Dongles. Und dann kann ich das Gen3 Spiel spielen, als ob es hier auf dem Gameboy Advanced wäre. Nur halt so viele gleichzeitig wie ich nur will. Es gibt mehrere Arten gleichzeitig zu spielen. kannst auch einen Controller Mod in die Gamecube löten. Und dann kannst du jeden Bluetooth Controller anschließen, den Bluetooth Bluetooth funktioniert oft so dass Bluetooth reserviert quasi ein Signal und dann wenn du ein anderes Bluetooth Device hast kann es sich nicht da einloggen weil das schon mit einem anderen Device verknüpft ist oder andersrum. Aber wenn es halt so konzipiert ist dass du mehrere Sachen anschließen kannst wahrscheinlich ist es dann nicht mal Bluetooth weil ich glaube Bluetooth ist speziell so dass du immer nur eine Koppelung machen kannst zwischen zwei Geräten aber du kannst nicht mehrere dazwischen machen glaube ich keine Ahnung aber ja es gibt es halt mit Dongles zum reinstecken aber es gibt es auch für Mod Indie Gamecube du kannst auch die original Wavebirds von der Gamecube kaufen die können das auch der und ja was hast du noch für Fragen 8 192 gleich erreicht ich liebe Dong Diddy Kong Racing ich finde Diddy Kong Racing ist das beste Racing Game allein dass man halt fliegen kann allein dass man ein Hovercraft hat und so Linky du bist ein Pamo wird dann mit wachsender Anzahl von Konsolen teurer wegen zusätzlichen Inside Gadget Dongle ja deswegen das günstigste ist da Blue Retro da kostet so ein Dongle 10 20 Euro und der hat schon vier Anschlüsse wo hingegen das Inside Gadgets kostet ein Ding 20 Euro 30 Euro dann brauchst du den HDMI Adapter der jeweils 60 kostet dann brauchst du den Splitter der knappe 100 kostet brauchst den Capture Card brauchst den Gameboy Player vier mal brauchst vier Spiele das ist teuer oder man emuliert es einfach um Benzi Nemesis ein Carados genau Blureto war das was ich am Anfang hatte das funktioniert aber echt beschissen nicht so beschissen ich meine der ist halt nicht dafür gemacht das hier ist dafür gemacht der Blureto ist halt allgemein einfach ein Open Source Projekt was Retro Konsolen mit Bluetooth verbinden lässt dass du zum Beispiel deine Atari mit einem PS5 Controller steuern kannst das ist halt speziell ne GBA Gamecube und so das ist alles das hast nur dafür gemacht aber das Blureto kann halt noch viel mehr und ich habe versucht halt diesen einen Nutzen daraus zu ziehen und es geht und ich benutze das Blureto auch weiterhin wenn ich Colosseum spiele weil bei dem Ding funktioniert die Z-Taste nicht weil der GBA hatte keine Z-Taste aber für ein Gamecube Spiel brauche ich Z-Tasten jetzt könnte ich entweder ich habe Inside Gadgets angeschrieben und die haben gesagt ich muss ein Update drauf machen auf die Dongles und dazu müsste ich so ein Update Kit kaufen wo ich dann weil das Ding hat keinen USB Anschluss das heißt ich muss einen USB Anschluss an diese Dongles dran löten kann dann das Update drauf tun das heißt ich muss wieder löten und ein relativ teures Kit kaufen mit dem ich diesen USB Anschluss anlöten kann also nicht kann sondern dieses Set USB Kabel und sowas und dann das löten kann ich natürlich machen 8192 und bevor ich da jetzt wieder so ein Set kaufe was ich dran löte und sowas sage ich benutze hier mein Blue Retro weil das Blue Retro funktioniert super bei 3D halt hier geht's nicht weil das Blue Retro ist nicht so genau das hier ist super krass genau aber es ist nicht genau genug um zum Beispiel das Rätsel von Deoxys zu lösen weil manchmal keine Ahnung kommt halt das Signal eine Millisekunde später an bei einem Dongle und dann geht der halt den einen Schritt zu spät und dann bist du auf einmal nicht mehr du musst halt das Rätsel von Deoxys musst du halt exakt lösen und das ist dann schwierig aber Entei funktioniert super mit dem Blue Retro und ich hab einfach eine Z Taste Nein Fuck Ich dachte ich war tief genug drin Hallo Domi und dann sind wir wieder bei Full Odds Deoxys 8192 hier ist Entei wo ist mein Entei Entei 4096 da ist der Unterschied zwischen 4 zu 3 und GBA GBA hat nämlich natürlich nicht 4 zu 3 sondern das hier und Gamecube ist 4 zu 3 oder 16 zu 9 das wäre dann so interessant ist dass der PAL das sind alles bei allen 4 Konsolen ist es die gleiche Gameboy Gameboy Player Software aber wenn man ein PAL Spiel drin hat ist die Gamecube so die Skin quasi mit diesem Licht da unten und bei japanisch ist dieses Licht unten weg das Orange ist das kann man einstellen aber das Layout allein ist anders einfach nur weil es ein PAL Spiel ist und kein japanisches rum ist halt so aber es jetzt gewesen ich war noch nicht drin ich habe keinen Shining weggeschmissen ich war noch nicht in meinem Spiel es wurde noch kein Frame generiert erst wenn ich hier reingehe oder wann werden die Frames generiert jetzt ups ich habe B gedrückt doch nicht jetzt oder jetzt oder jetzt ich glaube jetzt werden die Frames generiert wenn ich das Spiel starte ein Bonus ein Bonus Deoxys zählt nicht zählt wird jetzt den Timer nicht erhöhen ein Bonus Deoxys vier Bonus Deoxys keins dabei nicht mal Bonus Deoxys hat gegönnt ich habe Homeboy nicht gedankt Homeboy bist du noch da Homeboy dankeschön für sechs Monate von 19 Minuten was haben wir denn von 19 Minuten nein das ist länger her schon wieder nicht aktuell hier oder vor einer Stunde Homeboy dankeschön und vor zwei Stunden wollte Naxo Who's Dead Pokémon bist du noch da für eine Runde Who's Dead Pokémon Naxo nicht mehr da Naxo kriegt Punkte zurück dann machen wir es so ohne ohne Naxo das ist einfach einfach oder einfach man sieht's weil es könnte es könnte auch eine Ultra Bestie sein Naxo ist noch da dann ist das für dich hast trotzdem Punkte zurück gekriegt Chui Testo Interesting Ich sag auch Drift Zeppeli aber ich finde es ist safe Drift Zeppeli aber es könnte auch dachte ich mir wie heißt es Necrozma sein es steht auch so da so aber ist es nicht das ist Drift Zeppeli in Shiny den Schrei muss man sich merken Hallo Mihailo was das ich glaube ich weiß es Rokara stimmt könnte aber ich glaube Rokara wäre runder wieso wusstest du mehr ich habe auch Drift Zeppeli gesagt was wenn das Glurak ist schenke ich dir einen Sub ich sage das ist Parfi Flabebe auch interessant ja ich sage Parfi so shiny trifft Zeppeli habe ich gesagt ich sage Parfi links die Nase rechts geht es so ein bisschen hoch runter die Flügel Tan hell auf einem Hocker snomnom ich glaube das hätte kein Penis unten dran hängen ich meine es kann auch Togekiss sein und die beiden Eier sind extra groß heute Nigiragi niemals Poregon 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 wäre glaube ich viel größer ich sage die Nase okay das ist unfair shiny Burma Dame das war gemein das hat die Pixel sehr zusammen komprimiert und nur nur weil das eine Blatt an der Seite so hoch steht es rechts anders obwohl es so krass symmetrisch ist das ist kein Schatten das ist eine Verpixelung das ist eine Zensur ein Schatten würde um einiges anders aussehen Schatten ist viel zu einfach Schau manchmal ist es nämlich so einfach manchmal ist es so markant dass jeder das sieht und sofort schreit Brataland Bratan Bratalanda Bratalanda manchmal ist es so einfach und manchmal ist es getrennt von etwas da unten hä sieht aber auch sehr markant aus ich habe zuerst gedacht an dieses Feuerkelch Ding Unheils Pokémon zuerst habe ich kurz gedacht Alola Raichu aber ich verstehe nicht warum ich an Alola Raichu gedacht habe Safcon wie soll das ein Safcon sein Rameidon Mantax nee Vespota Regigigas nee Regigigas hatten wir letztens das habe ich als einziges erkannt Navitaub nee das hatten wir auch letztens oh ich sage auch Alola Raichu ich verstehe nicht warum ich meine Alola Raichu macht das so das Surfbrett nach oben vielleicht deswegen aber warum ist das dann da unten es ist nicht abgetrennt wahrscheinlich die Verbindung ist nur so dünn dass die Pixel verschwinden ich sage Alola Raichu einfach weil es Bauchgefühl war aber ich sehe es gar nicht welcher hat oh mein Gott Agiraya du hast aber falsch du hast nicht Shiny Navitaub gesagt die Beine sind so dünn dass sie sich abgetrennt haben hast du einfach das Navitaub gesehen ja der cheatet echt ist ein besseres grün besseres grüner als psianer grün das ist wieder sackeneinfach das ist wieder sackeneinfach wort ich sieht nein nicht Ibitak Agiraya gerade so gut vorgelegt mit Navitaub und jetzt siehst du nicht sehe doch die Käfrigkeit Leute was sagt ihr für Pokémon seht ihr nicht die Käfrigkeit das Käfern Dasein Maskerregen habe ich gedacht dass das jemand sagen wird aber wir hatten letztens Maskerregen das sah ein bisschen anders aus seht ihr nicht die Käfrigkeit von Ninjask Leute Ninjask hatte riesige Flügel nach hinten natürlich Ninjask natürlich also wenn es jetzt falsch ist bin ich natürlich ein bisschen blöd aber easy Ninjask hatte riesige Flügel die fallen einem nur nicht so auf Ninjask Rektozio mit dem tier 3 sub vielen vielen dank wie ist das Wetter bei euch bei uns ist das Wetter unfassbar schön es fühlt sich sehr schlecht an tatsächlich drin zu hocken du hast Ninjaturm nur ich dachte mir schon warum sagst du jetzt Ninjaturm das Ninjaturm hat nicht mal Flügel ist das Final Fancy 13 naja stimmt ich bin einer von den wenigen die Final Fancy 13 mögen ich mag die Charaktere das erste mag ich das zweite blöd und das dritte war dann schöner Abschluss aber mir auch nicht wir haben noch den Call von Lurky what is this oh das kennt man das kennt man was ist das ich habe noch nie Final Fantasy gespielt hat man da was verpasst ja und keine Angst viele Leute denken ich kann nicht Final Fantasy spielen wo soll ich denn da anfangen egal fangen bei 16 an jedes Final Fantasy ist losgelöst von allen anderen Mariko Mariko vielen vielen Dank für 200 Bits du meinst herzlichen Glückwunsch zu deinem Glück gestern wäre richtiger gewesen Dankeschön jeder der noch nicht Final Fantasy gespielt hat es ist okay aber wenn ihr RPGs mögt dann solltet ihr Final Fantasy mal eine Chance geben vielleicht 15 15 ist glaube ich ein guter Einstieg ist sehr modern ich mag's wenn ihr nicht so modern wollt sondern ihr Oldschool RPGs wollt dann spielt das alte 7 8 oder 9 nein dann spielt ihr 10 spielt 10 wenn ihr richtig Oldschool wollt dann 7 8 oder 9 aber wenn ihr modern aber trotzdem noch rundenbasiert aber cinematografisch wollt dann 10 aber Final Fantasy 7 Remake ist nur richtig gut wenn man das alte gespielt hat also dann ist es erst recht richtig gut 7 Rebirth ich bin schon jetzt ich bin ich komme langsam voran 7 Rebirth ich bin bei ich bin jetzt ich habe jetzt noch ein paar 100% Sachen so gemacht auf den Inseln ähm bin jetzt ziemlich überlevelt glaube ich und jetzt gehe ich auf die letzte Insel ich kann jetzt auf die letzte Insel weil wenn sie 13 hat super Grafik gehabt ja was ist das ist das echt Gira Pharek ich kenne es halt wirklich ich glaube für Phare Gira hört es sich zu altern da haben sich die anderen Final Fantasy Games ernst jedes Final Fantasy Spiel nimmt sich ernst es gibt nur Nebenquests die lustig sind und so ist Rebirth eigentlich auch nur dass Rebirth nur aus Nebenquests besteht aber in Rebirth bist du halt fast also du hast halt Bock die ganzen Nebenquests zu machen wenn du die Nebenquests nicht machst ist es trotzdem hier und da ziemlich es ist halt damals 7 war halt damals nicht Pixelgrafik aber schon sehr sehr alt und da ist dieser Humor nicht rüber gekommen weil du keine Gesichtsausdrücke siehst und so weiter sondern alles war Text aber es war schon genauso lustig und die Dialoge waren genauso dumm oft aber es war halt Text löst bitte auf gedulde dich junger Padawan das ist hier kein TikTok jetzt 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 nehme ich mir nochmal extra Zeit das aufzulösen jetzt löst er erst recht nicht auf korrekt ähm jedes Final Fantasy nimmt sich sehr ernst was die Story anbelangt aber zwischendrin gibt es immer wieder Sidequests und sowas dieses ganze auflockern und lustig sind und vor allem plem plem sind aber eigentlich ist die Thematik immer sehr sehr ernst hallo da ist gell 13 ist Lightning genau Final Fantasy 13 ist Xbox 360 und äh Playstation 3 ja das hier ist natürlich ein Farigiraf der Schrei klingt ultra low res oder low bitrate und klingt ja so low so schlechte Qualität aber Farigiraf ist richtig die Hühner Quest die war ich hatte so Angst dass ich das Huhn komplett zurückbringen muss und dann kam dieser Angriff Gott sei Dank zu einfach kannst du mal kurz den Girafarig Cry anmachen ja aber Achtung das wird jetzt sehr laut weil jetzt ist es genau andersrum die Tonreihenfolge Achtung ist einfach tiefer es ist anders aber es ist frech anders die schießt ab Siana komm es war zu einfach du kriegst noch ein schweres wenn das abspielt ok das sieht schwieriger aus ich habe übrigens heute ein Shiny Onyx in Pokémon Go gefangen aus einer Feldforschung Meng Kick oh krass ich hätte nicht ich habe die ganze Zeit auf Ranken geachtet ich dachte irgendwie das sind Ranken aber ist das Rasav das sieht irgendwie zu dünn aus für Rasav ne Klippe sieht anders Klippe hatten wir letztes Mal und wir waren sehr sauer dass es Klippe war ihr sagt alle Rasav wenn das jetzt nicht Rasav ist das sollte sein ja krass wie das wie das sich verzieht alles die Mankey steht einfach nur so da und Rasav springt so zur Seite das warst du vor Gott ja du bist der Einzige der das gemacht hat ich übe manchmal mit der Pokémon Home App da kann man ja das Pokémon anklicken dann hört man den Ruf aber halt nur auf dem Handy wieder verschenkte verschenktes Potential übergestern der Dümmste fliegt Miko musst du nachschauen dann weißt du es ich bin genau in der Mitte rausgeflogen also vor mir sind drei rausgeflogen ne warte wie war es vier war noch übrig vier vier das heißt ich bin als viertes rausgeflogen genau genau die Mitte gibt es nicht die genauge Mitte dafür müssten wir neun sein egal es war lustig sehr gut das ist das wichtigste ich verstehe es eh nicht warum sie die App zweigeteilt haben ich glaube tatsächlich ich habe irgendwie das Gefühl es liegt daran wegen der Internetstabilität ich kann mir vorstellen dass wir auf einem Handy mehr machen können von wegen diesem GTS und sowas was trinkst du Maggi ich habe doch extra das Logo in die Kamera gehalten war Schuft war am besten da wusste ich nicht mehr ob das nur ein Gerücht war oder ob es wirklich gestimmt hat ähm ich kann mir vorstellen dass sie sich halt gedacht haben tauschen online etc ist auf dem Handy einfacher ne du hast da klickst da da dies und da hast du dieses typische Smartphone Ding dann auf Home ist wirklich dieses auf der Switch ist wirklich dieses Storage und verwalten und sowas und auf dem Handy ist dieses ich hol's schnell raus check etwas und kann da ganz einfach Sachen tauschen und sowas ich finde es Quatsch man sollte alles auf allem machen können aber vielleicht dachten die sich taktisch gesehen damit beides eine Daseinsberechtigung hat aber theoretisch kann die Switch ja alles was das Handy auch kann ist ja 1 zu 1 dieselbe Hardware ne die Switch Hardware ist definitiv älter als ne Hardware von einem Standard Handy Benutzer würde ich sagen ich glaube der Durchschnitt der Bevölkerung hat ein besseres Handy als die Switches du brauchst schon ein sehr altes Handy das ist wie eine Switch ist es gibt bestimmt Leute die 10 Jahre alte Handys haben aber die Switch die Technik in der Switch ist 10 Jahre alt die kommt aus dem Tablet es gab damals Tablets die hatten den Prozessor von der Switch daher den haben die genommen in die Switch reingepackt deswegen es gibt ja Gerüchte dass diesmal Nintendo zusammenarbeitet mit Nvidia und vielleicht einen eigenen Switch Chip machen anstatt einfach einzunehmen von genau aus einem Nokia Tablet oder so gibt es überhaupt ein Nokia Tablet wie lange hattest du eigentlich noch Theotica Speedruns gemacht die Phase war ja noch recht schnell vorbei was ja weil ich ein Typ bin der leider schnell Sachen aufgibt wenn ich kein quasi ich hab das ist eigentlich nicht der Spirit von Speedrunnen der Spirit von Speedrunnen ist eigentlich dass du es einfach machst weil du Spaß dran hast aber bei Tears of the Kingdom keine Ahnung es hat sich die ganze Zeit ich fand es am Anfang cool und dann gab es auf einmal so krasse Änderungen die so asozial schwer wurden dass ich gesagt habe das schaffe ich nie dann habe ich aufgegeben ich hatte dann nicht mehr den den Drang besser zu werden weil die die Tricks wurden dann abnormal so wie bei Ocarina of Time ich würde am liebsten Ocarina of Time oder Majora's Mars Speed runnen aber wenn du dir da ein paar Tricks anschaust ich weiß nicht wie meine alten Knochen das hinkriegen sollen bei Tears of the Kingdom am Anfang war es cool du musstest einfach gute Moves machen coole paar Glitches und sowas und dann bestand es nur noch aus Glitches die Frame Perfekt sein müssen und dann bin ich halt ne da komme ich nie auch nur ansatzweise irgendwo hin wo es mir Spaß machen würde bist du bei Gen 5 ich bin bei Gen 5 so weit dass ich nur noch die Lichtungspokémon brauche also ich grinde gerade das sagt dir vielleicht alles nichts aber ich sag das einfach mal ganz schnell ich grinde gerade Kontaktebene um Transfer Ops zu bekommen und mit den Transfer Ops kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen dass mehr Lichtungspokémon kommen und dann wenn ich heute auf Level 3 gegrindet habe für Lichtungskraft können wir morgen die Lichtungen grinden wodurch ich hoffentlich alle finde weil die Wahrscheinlichkeit dadurch extrem gesteigert ist dass Lichtungspokémon erscheinen und wenn ich das habe bin ich fertig und dann ist das nächste Projekt das Garados auf Level 1 zu kriegen das ich auch mit der Kontaktebene mache deswegen ist zumindest der Grind für die Kontaktebene nicht umsonst weil ich sowieso für Garados mache aber ich kann es auch für die Lichtungspokémon benutzen aber für Garados muss ich es machen weil sonst ist es unmöglich Garados zu finden aber auch so merke ich gerade es wäre auch unmöglich Lichtungspokémon zu finden wenn ich nicht Lichtungskraft grinden würde aber ja Gen 5 wenn man sich schwer macht es ist sehr grindig weil die Kontaktebene ist krass ich habe leider nirgendwo eine Tabelle gefunden wie viel XP man braucht für Level 100 aber ich kriege pro Runde ungefähr 40 XP aber ich weiß nicht wie viel XP man braucht für Level 100 habe ich nirgendwo eine Tabelle gefunden Gen 5 ist sowieso es hat dieses ganze Data Mining hat voll mit Gen 6 angefangen weil das dann auf dem 3DS war und so aber Gen 5 hat eine große Data Mining Community die ist aber französisch es gibt einen fetten Forum Beitrag über Shiny Odds in Gen 5 weil diese Kräfte die ich gerade grinde erhöhen auch die Shiny Chance also diese Beschwörungskraft die ich brauche für Garados erhöht auch die Shiny Kraft das heißt wir könnten sogar Shiny Carpador und sowas finden oder Garados wenn wir das machen weil die ich weiß nicht wie hoch die Schiller Kraft ist aber auf diesem französischen Forum steht das alles nur ich verstehe nichts was da steht aber man könnte es vielleicht mal mit Google Translate durchschauen du hast heute wieder 2 Arcus gefangen du hast jetzt 12 Shiny Arcus von 18 gib mal eins her Leute wenn ihr Shiny Arcus braucht meldet euch bei Dave der hat genug du kannst französisch wenn es hilft ich suche mal kurz die Seite dann kann ich euch aus aus Interesse also musst du musst es nicht übersetzen um Gottes Willen ich könnte auch mit Google Übersetzer rangehen ähm Shiny Chance Lucky Power S Gen 5 das Lucky Power actually increased Shiny Odds und dann war auf dem Reddit dann war auf dem Reddit Hallo Marco ich höre dein dein Flöt Reddit lädt nicht Ohne RNG würde es Jahre dauern deswegen frage ich mich warum machst du es mit RNG weil willst du nicht jahrelang Beschäftigung weil jetzt stehst du wieder vor Leere wenn du sie alle hast okay hier steht es nicht das ist der Lucky Lucky Power wo ist denn jetzt diese französische Seite Lucky Power S ich finde es nicht mehr letztes kamen da 10 Links und alle haben die auf diese französische Seite weitergeleitet ich finde es nicht sorry also auch egal vielleicht finde ich fürs Video raus aber was war wie war nochmal der Link Command zur Hardware Ausruhezeichen Equip ich möchte eine Capture Card holen meine momentane Capture Card ist ja gar nicht aufgelistet aber meine Capture Card war auch 400 500 Euro oder so die ist von Blackmagic und wird für für quasi die Filmindustrie benutzt deswegen ist meine Capture Card jetzt so unglaublich gut muss ich sagen keine Fehler mehr nichts mehr und so eine 1 zu 1 sau schnelle latenzfreie Übertragung aber ansonsten äh mach lieber Ausrufezeichen 4 und geh da auf meiner Website auf ähm Equipment und geh da zu den Capture Cards da siehst du eine bessere Auswahl als die die ich hab weil es gibt um einiges mehr die ausreichen du kannst zum Beispiel Capture Cards für 20 Euro kaufen die für deinen Zweck vielleicht vollkommen reichen um was willst du damit machen etwa RNG Manipulation oder vielleicht einfach nur dein Gameplay aufnehmen Hallo Silver ich überlege was wir jetzt machen entweder ich höre auf und ich grinde Gen 5 oder wir wir können auch einfach Deoxys weiter machen aber ich will nicht oder wir spielen Ocarina of Time oder Tears of the Kingdom oder Majora's Mask oder Snowboard Kids oder Snowboard Kids ich würde gerne auch noch andere Projekte machen Ribbon Challenge aha also doch Alpha Challenge und Zeichen Challenge macht Zeichen macht Zeichen ich hab so viel Groundwork geleistet mit meinem Video und Sachen rausgefunden die zwar verteilt im Internet schon stehen aber ein paar Abzeichen sind schon überraschend gewesen wie schwer die sind Manafi kein Bock mehr ne Manafi ey OT bitte komm schon soll mal kurz OT durchspielen danke möchte einfach die Switch Spiele mit Sound spielen am PC dann gehe ich kurz auf die Toilette und dann äh spiele ich Ocarina of Time mit drei Herzen ohne getroffen zu werden dafür gibt es nämlich ein Achievement zumindest bei den Bossen nicht getroffen zu werden ich muss ja keine Fragen für dich spielen wir ähm Gott wie hieß dieses Fuchsspiel wo man so ein roter Fuchs ist aber es gibt auch eins wo man ein weißer Fuchs ist das hat Rosa gespielt hab ich mir einfach 100% dann kannst du mir sagen wo zum Teufel das letzte Herz ist was mir fehlt ich find das letzte Herz nicht hier in meinem 100% Spiel Durchgang und ich bin in der Liste im Internet durchgegangen und meiner Meinung nach hab ich alle fällt dir ein Herz ein das jeder vergisst wieso find ich dieses Herz nicht warum steht da eigentlich 002 was heißt 002 warum steht da 002 wie ihr seht ich habe sehr viel Trophäen schon in dem Spiel die die mir fehlen sind sowas wie eben äh defeat Kay Dodongo mit nur drei Herzen und bevor er bevor er das erste Mal Feuer macht zwei ah ich hab nur zwei Rubine stimmt oder defeat Volvagia without wearing the Goran Tunic keine Ahnung wie das geht defeat Morpher without falling into the water ich muss halt das ganze Spiel nochmal durchspielen mit drei Herzen und ja mal schauen Sommer Game Over ne da sollte 0 stehen geht mir mit in GTA Vice City so mit den letzten zwei versteckten Päckchen oje mit dem Vice City habe ich Vice City ich glaube ich habe Vice City nie zu 100% gemacht hier obtain all 20 hearts oh Boden get a kiss from King Zora das ist auch cool das wusste ich nicht dass es existiert ist deswegen sind Trophäen so cool man kann einen Kuss kriegen habe es oft auf der N64 durchgespielt und für den 3DS auch oft 100% ich mag die Remakes nicht ich finde die wurden nicht gut umgesetzt mir fehlt nur ein einziges Herzteil lass mal kurz reinschauen ja Moment alles Kulchula ne 100 Skulchulas geben nicht ein Herzteil was ist bei 100 was kriegt man eigentlich bei 100 weiß gar nicht mehr Skulchula sicher ne 100 gibt nicht Herzteil immer 200 Rubine eben ist ja die Verarsche ich hab echt ich anscheinend bin ich nicht alle abgegangen ich muss einfach nochmal gucken glaube ich ob ich wirklich alle abgegangen bin äh jetzt kann ich hier aber nicht raus okay aber wir fangen einen neuen Spielstand an wo ich keine Herzen einsammel und wo ich all die Trophäen mache mit den mit den verrückten Bossbedingungen Hamke du bist hier du bist ein vielen vielen Dank für Tier 2 Dankeschön Hamke natürlich nennen wir uns Link man darf sich nicht anders nennen in diesem Spiel vielleicht I Farted Steuerkreuz nicht benutzen hast du das eine beim Friedhof wo ein Gypto drin ist ja ist halt ihr könnt jetzt alles eigentlich sagen was ihr wollt ich hab halt ich bin ne Liste abgegangen und trotzdem hat mir eins gefehlt all die Trophäen 100 gibt's bei jedem Besuch 200 Robine ist ach bei jedem jedes Mal das heißt ich kann rein raus rein raus rein raus krass man kriegt die guten Sachen immer erst dann wenn man das Spiel schon durch hat ne wie immer soll ich durchlaufen lassen oder sollen wir keine Angst er träumt es nur das wird alles nie wirklich passieren linky boy ein Friedhof wo ein Gypto drin ist ja da geht man runter und dann ist da ein Gypto und dann ist da eine Truhe und da ist ein Herz drin Marika hat sich so sehr auf Ocarina of Time gefreut So dann können wir jetzt spielen nachdem der nachdem Taya nicht Taya Navi uns nervt ich freue dich wie Waldtempel weißt du wie weit weg der Waldtempel ist also ich würde Waldtempel ist nicht so lang hin da bräuchte ich wahrscheinlich drei Stunden hin aber wir machen Trophäen wir kommen nicht zum Waldtempel ich muss Bosse besiegen ich weiß nicht mal ob ich ich glaube nee der nächste Boss der wichtig ist King Dodongo die anderen also den äh den davor habe ich eigentlich davor war quasi besiege wer ist sie besiege Goma ohne dass sie an die Decke geht das ist nicht schwer ja Wassertempel ist neben dem Waldtempel ist neben dem Wassertempel dein Lieblingstempel ich glaube du bist die einzige Person die ich kenne die den Wassertempel mag so wie ich hab letztens wieder random Streamer gesehen Streamerin die im Wassertempel war und komplett verzweifelt war komplett verzweifelt aber ich mag ihn aber ich mag ihn hauptsächlich nur weil ich weiß wohin man muss und trotzdem obwohl ich weiß wohin man muss verkacke ich es immer sehr gerne weil man doch irgendwo dann einen Schlüssel vergisst und wenn du eine Sache jemals vergisst musst du das krasseste Backtracking machen was es gibt in dem Spiel Schattentempel Beste ich glaube wenn ich ein Tempel wählen müsste Schattentempel ist Spirit Tempel ne Schattentempel ist Unlicht oder in Pokemon Terms bitte OT spiele ich eigentlich nur noch als Rando ja ich würde jetzt auch nicht unbedingt Ocarina of Time einfach so spielen ich spiele es jetzt wegen den Trophäen und davor haben wir es halt hier ganz viel gespielt als No Hit Run ob ich das jemals schaffe ob ich das jemals wieder mache ob ich mich jemals wieder da hinsetze weil es ist schwieriger als man denkt ich habe mal jemanden geradet einen Zelda Rando Menschen und habe gesagt ja ich habe No Hit versucht und er gesagt ah kann nicht so schwer sein sein erster Versuch waren 80 Hits und dann hat er gesagt okay ist schwerer als ich dachte da müssen wir nicht rein nur Rando muss man da rein Junik ist auch ein Spiel mit dem Fuchs ne ich meine das wo man quasi ein Inuit spielt so im Eis und so Bongo Bongo Schattentempel stimmt der Witz ist ja immer dass es genau andersrum ist als man Moment ich habe noch nicht 40 was aber muss man doch die Truhe aufmachen ist doch in der Truhe was ey in der Truhe sind keine na egal ich gehe da hoch aber ja Tönig ist auch ein Fuchs stimmt ne aber ich meine das wo man so Eislandschaft 2D das sah aus wie ein Glitsch den ich machen wollte ich wollte nur umdrehen so ich glaube warte mal es gibt noch eine Trophäe die ziemlich cool ist die kriege ich glaube ich hin ich muss die sowieso jetzt einmal alle anschauen also Dodongo besiegen ohne Bomben zu benutzen Barinade ohne getroffen zu werden Volvagia ohne Goron Tunic Morphe ohne ins Wasser fallen Bribe the Guard ja das muss ich machen wenn wir da sind Engar Guard müssen wir auch machen Open any chests in Goron City Boulder Room Without das muss ich auch machen wenn ich da bin Receive some news from a dying Guard sollt ihr auch sofort machen 32 Rumors hatte ich nur keinen Bock drauf bisher Kiss the Frog ja müssen wir machen 20 Herzen 100 Gold Skullers der Rare hat irgendjemand von euch jemals den Rare Hyrule Loke den krassen Fisch gefangen ich dachte früher als Kind dass es nur ein Gerücht ist bis ich diese Trophäe hier gesehen habe es gibt tatsächlich diesen krank seltenen Fisch der krank schwer zu fangen ist und ich habe mir schon Videos dazu angeschaut und noch keinen Bock gehabt Dodongo bevor er das erste Mal Feuer Breathe Barinade in weniger als 1,51 easy Phantom Genon Without Getting Hit Volvagia mit dem Megaton Hammer Morpha mit drei Herzen Bongo Bongo ohne die Linse Defeat Twin Rovers ist das ohne getroffen zu werden easy Ganon Without Getting Hit easy Complete the Game Without das da Complete the Game Without Getting Any Map oder Compass in any Dungeon in 3 Hearts Only Sollte ich hinkriegen ich weiß auf jeden Fall welche Truen ich nicht aufmachen darf jetzt bei Goma den anderen muss ich vielleicht nachforschen wo aber eigentlich habe ich in meinen No-Hit-Runs auch immer die Truen natürlich ausgelassen wo Map und Compass drin sind Alter reden die hier lang ich habe verdammte vier Monate in dem Dreckswisch gesessen gesessen echt du hast es probiert du hast es geschafft oh Gott ist ja sogar wichtig welche Uhrzeit es hat 100 Triforce Stücke zu finden und das Spiel zu beenden 100 Triforce Stücke wo findet man denn 100 Triforce Stücke also inzwischen gibt es krasse Randos es gibt ja Rando MM und OOT in einem und dann gibt es das alles auch aber das alles random ist also sogar jeder Graspüschel kann alles haben und sogar Bosse können freigeschalten werden jetzt durch Graspüschel also dass die Seelen von Bossen quasi in Truhen sind in Checks drin sind sodass man erst zu dem Boss kann wenn man die Bossseele gefunden hat und so weiter also ist schon krass ich dachte immer wie sagt man Gate Randomizer also quasi Door Randomizer also das Entrance Randomizer wahrscheinlich dass das so das Non-Pos-Ultra ist nope Gräser jedes Gras kann ein Item haben mit was ja 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 was passiert wenn ich dann Nein sag und mit Speed New oh shit New Der Deko Tree den wir immer und immer wieder als Kinder gemacht haben weil wir nicht gecheckt haben wie man speichert Drop 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 Warte du gibst mir eine Deko Nuss wieso ich versuche es oh shit ich versuche es solange es geht nicht getroffen zu werden mal schauen ob meine Taktiken immer noch funktionieren shit um Deko Deko Nüsse zu kriegen muss man den zweimal hintereinander schnell treffen und Deko Nüsse sind der shit um dieses Spiel gut durch zu spielen man ich habe Deko Nüsse nie benutzt als Kind und diese Truhe dürfen wir eben nicht aufmachen denn in dieser Truhe ist eine Karte und ich habe nie mit Deko Nüssen um mich rum geschmissen aber man muss halt vor allem wenn man Stahlfoss besiegen möchte das ist der einzige Gegner den man mit einem Schild besiegen darf ist die einzige also wenn man No-Hit-Run macht ist das der einzige Gegner bei dem man das Schild benutzen darf weil selbst getroffen zu werden und das Schild oben zu haben gilt als getroffen weil du wirst getroffen und dein Schild wird getroffen deswegen ist No-Hit-Run so viel schwerer als No-Damage-Run No-Damage-Run heißt einfach dass kein Herz runtergehen darf aber No-Hit heißt ich darf nicht mal getroffen werden von irgendetwas selbst wenn es keinen Schaden macht aber wie langsam die Texte sich hier auf Dingsen ist schon eine Frechheit gewesen jetzt haben sie einen MM gebessert da kann man B gedrückt halten und dann zoomt der Text an einem vorbei und dann gibt es Leute die haben Ocarina of Time durchgespielt ohne getroffen zu werden und ohne zu bonken für die zählte auch ein Treffer wenn man das macht also er hat jedes mal extrem aufgepasst nirgendwo dagegen zu bunken das ist auch man kann sich auch extrem schwer machen die Speedtaste eine wunderschöne Erfindung Moment mal ich muss hier nirgendwo rein wer ist da der Kompass soll ich es probieren soll ich es probieren äh warte mal soll ich warum wofür habe ich letztes mal die Skulltulas gesammelt was ist das erste Geschenk von von den Verfluchten für 10 für immer nur 10 gesammelt ach für die Geldbörse naja ja Geldbörse 200 das braucht man schon apropos Money ich habe den Randall letztes gesehen wie man den Boss vom Wasser damit ganz einfach besiegen kann vorher nie gewusst das da werden wir heute nicht hinkommen aber das kann ich auch das ist super einfach das kann jeder man muss es noch wissen so muss ich es auch machen ähm für die Trophäe hier weil die heißt unter 2 Minuten besiegen dann musst du es eigentlich so machen halt dich fest warum kannst du das nicht so und ich probiere jetzt so lang ein Glitch nur um euch das zu zeigen weil es cool ist aber es kann gut sein dass ich jetzt ewig brauche ich glaube das war jetzt schon falsch hätte ich zweimal nach rechts gemusst hätte ich zweimal nach rechts gemusst wie geht das nochmal ich glaube ich glaube ich jetzt zweimal nach rechts gemusst wartet wartet let me cook let me cook lasst mich kochen wie die Deutschen anscheinend sagen das verstehe ich nicht so ganz well der bewegt sich leicht wenn ich ziele das soll er nicht machen ne es ist nur einmal das ist zu weit ne es war einmal das stimmt schon hier ist so die erste Stelle hier ist so der erste Punkt den ich glaube ich nicht richtig mache muss in diese Ecke sliden dass man sich nicht mehr bewegt hier 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 ah das war falsch ich muss davor mich positionieren nochmal nochmal der Anfang war glaube ich besser jetzt du wusstest nicht dass man die Seile an der Zugbrücke vor Hyrule hochklettern kann ok weißt du dass du bei jedem Steinkreis den Song of Storm machen kannst um um Geld ne was war es um Geld zu machen ne um für die Doku für die Dekus ich weiß gar nicht mehr was es war jetzt im Endeffekt was ist falsch kann auch immer irgendwas anderes sein Controller aber das sieht jetzt viel besser aus warum ist das jetzt so nah dran das ist viel besser wenn das irgendjemand kennt und sich denkt warum machst du das das ist falsch dann sagt es mir was ich falsch mache mein Controller ist halt nicht original ich kann nicht so fein oh Gott ey muss ich hier ein feiner stellen Gott ich gebe nicht auf ich mache das jetzt so lange bis ich das habe ich glaube ich habe zumindest die Reihenfolge richtig und alles was versuchst denn da sag ich nicht ah ok das war besser ich weiß nicht warum es nicht geklappt hat weil eigentlich ich dachte wenn man springt schafft man schau man muss es halt nur mit Confidence machen und schnell und dann geht es was versuche ich da das wenn man das natürlich schnell macht umgeht man alles alle Gegner und was nicht alles da bei dem Kreis ist das ist ungefähr der einfachste Glitch den du machen kannst der ist echt nicht schwer du musst nur dir merken was die Abfolge ist und selbst Jahre später wüsste ich es immer noch ja ich bin auch doch eine schwere Stelle nicht getroffen zu werden ah es war falsch rum ich weiß doch dass es falsch rum war oh man trottel und das war ein Hit mein erster Hit mein zweiter Hit Mann ich weiß doch dass ich zuerst ihn machen muss oh mein Gott 2 3 1 wie war der Spruch die Mitte zur Titel nee was ich habe nie Videos oder Speedruns damals geschaut ich habe keine Ahnung was in OOT alles möglich ist in einem Speedrun würde man nicht mal machen was ich gerade gemacht habe in einem Speedrun würdest du ähm da sind wir hier gar nicht du du gehst durch Warps durch durch Wrong Warps durch und bist einfach bei Goma ohne jemals glaube ich hier groß rein zu gehen wobei es stimmt nicht du musst hier rein wegen ein paar Skulltulas glaube ich so ich glaube ich muss hier nix machen was ist denn hier was raschelt denn da mal schauen ob ich jetzt first try schnell bin meistens bin ich nicht schnell genug fuck ich bin einfach zu langsam beim ersten beim ersten Schuss bin ich zu langsam und so eigentlich schafft man das dreimal hintereinander als die tot wenn man wirklich perfekt schnell hintereinander die drei Stöcke macht und so einfach kann der Dekobaum sein wenn man weiß was man machen muss und ich habe da als Kind die ersten Tage wenn nicht Wochen alles angeguckt versuch erstmal zu checken wo man das Schwert herbekommt und so weiter Rosa ist angekommen beim Eurovision Song Contest iiii Ryanair Rosa ist wieder mal auf dem Eurovision Song Contest ich habe keine ich weiß wie der deutsche Contestant Contestant Teilnehmer klingt nein danke niemals gewinnen wir damit ich glaube vielleicht werden wir diesmal nicht letzte no thou must know my time is short listen to my story Rosa ist wieder live dabei aber nicht beim Finale sondern es gibt ja es sind ja es ist Vorentscheid also es gibt quasi sechs Stück und ich glaube also es gibt immer quasi ein eine Pre-Show was quasi deren wie sagt man deren Probe ist Generalprobe aber bei der Generalprobe ist Pubikum da das heißt da wird quasi die ganze Show gemacht nur halt nicht live fürs Fernsehen aber halt mit Zuschauern dafür kannst du Karten nehmen die sind halt günstiger als dann die tatsächliche Show aber es ist wie die tatsächliche Show aber es gibt halt ein Vorentscheid Teil 1 Vorentscheid Teil 2 und dann das Finale und alles hat nochmal so ein Generalproben Ding und sie hat glaube ich diesmal finale Generalprobe ich bin mir nicht so sicher bei dem Contest wird mir zu viel geschoben du meinst geschummelt ja ich glaube den Leuten die da sind denen geht es da nicht drum denen geht es darum dass Musik verbindet und dass da die ganze ganz Europa zusammenkommt und sie einfach alle zusammen Spaß haben und Musik sie sagt die Stimmung da ist halt super weil jeder applaudiert für jeden und es ist auch ganz anders da im Fernsehen zuzuschauen da ist einfach dann nur so die Stimmung und alle tanzen und feiern und sowas und im Fernsehen ist es dann so oh das war aber ein Schieferton Kohlen und sowas das kriegst du anscheinend wenn du da richtig im Publikum bist und so gar nicht so mit weil du da halt einfach nur diesen Moment genießt dass alle zusammen alle zusammen halten Musik verbindet Mr. Deku please don't die The Dome Gott stimmt sowas gab es ja warum gibt es sowas nicht mehr so Veranstaltungen wo einfach diese ganzen Top Top 20 Charts die haben alle keine Zeit mehr für sowas es ist alle viel zu wichtig geworden haben keine Zeit mehr alle weil es ist schon krass eigentlich wenn man bedenkt das es ist wie ein Festival dass halt alle zu einem The Dome zusammenkommen die ganzen Stars und dort auftreten das muss ja ein schrecklicher das muss ja schrecklich gewesen sein zu Organ zu organisieren das Ganze die alle so ich kann da nicht du als Zuhörer weißt ja auch gar nicht was die auf dem Blatt stehen haben und meistens vergreift man sich nur um einen Halbton das ist nicht so schlimm wie komplett falsch dead und jetzt lauf Link lauf einfach gefühllos davon ich hoffe dass Erasmus dieses Jahr wieder nach Europa kommt in den Shadows na 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 so ein Drittel von der Kindheit dann so Ding gesehen aber nicht zeitlich gesehen ach Gott warum probiere ich es überhaupt ich will noch nur cool sein nicht so cool bin ich so cool ich kenne die Winkel nicht ich höre auf ich bewege mich wie jeder Link gehst du einfach ohne Tschüss zu sagen hier meine hölzerne Ocarina die genauso gut ist wie jede andere Ocarina nur du kannst nicht den Song of Time damit beeinflussen also du kannst ihn spielen aber er bringt nichts du kannst zwar es macht den exakt gleichen Sound nur eine einzige Tür öffnet sich deswegen nicht ich habe noch nie probiert sie blau anzumalen vielleicht wäre das mal ein Probe äh ein Versuch wert sie blau anzumalen und dann einfach nochmal zu spielen dadadan dadadan alter so viel text jetzt jetzt kommt der awkward backwards walk ähm sollen wir uns küssen ich weiß nicht ich bin noch zu jung äh Link ich werde sterben dann wirst du mich wieder finden mit 17 Jahren und ich werde immer noch so klein und kindlich sein wie jetzt ja Ramu Silvia nicht Ramu doch Ramu Roma nein Ramu Ramoth Mothra so jetzt laufen wir aber rückwärts denn sonst macht das Türchen zu wenn man hier normal läuft auch wenn man perfekt zum Tor läuft schafft man es nicht rein man muss rückwärts laufen was schneller ist dann kommt man gerade so rein aber wenn man das nicht macht keine Chance da munkelt man dass hier die Weisen sind aus Tears of the Kingdom Rauru natürlich meine ich Rauru da fällt mir Rauru nicht ein vielleicht schaffen wir noch ein 40er ein 40er ein 40er ein 20er was war's? 20 zoppelt oh da kriegt das nicht hin oh hallo einen wenigstens einen hab ich wenigstens Rauru äh will ich nachts hier sein ist es hier schon mit dem sterbenden ja 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 irgendwo ist hier ein sterbender Soldat aber ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt und den muss ich ansprechen es muss als Kind sein weil in meinem 100% Spielgang ist der nicht mehr da wann ist der da? bräuchte ich das magische Auge dafür? das macht keinen Sinn der ist nur zu einem gewissen Zeitpunkt da das ist eine verpassbare Trophäe ich muss mal kurz gucken ich darf das nicht wieder verpassen wir haben ja schöne Musik wenn du alle drei Steine hast das weißt du einfach so aus dem Petto? mir fällt gerade auf wie komisch wie schön wie komisch Marlon eigentlich singt oh 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 als ob sie keine Töneübergänge machen kann ah wo ist das der sterbende Soldat ich glaube dir ich habe das ich Frage zu ihm bevor es das ich hab mit Ihnen ich habe die Ocarina ich habe nicht gesagt das die Guard appears after Sälder und Impa rauskommt in der Castle ich habe das währenddletortunat auf der Niveau und es durbend ich habe ihn during the day okay am tag nachdem selda und impa vom dorf flüchten also dauert ein bisschen aber am tag sitzt er da ok also wir brauchen erst alle drei sachen du hast recht natürlich hallo reggie rock hallo madila habe eine frage zu stream elements ich werde die dir wahrscheinlich nicht beantworten können aber schieß los und dann war noch eine mit dem tor die ist interessant ich wusste ich auch nicht dass es die gibt trouble maker anger a guard the goal isn't to get caught it's actually a bit more hidden than that badge icon is a hint not gonna lie this one is pretty clever use slingshot in room with selda before talking to her ah das war das genau ich muss die bilder abschießen in dem garten und dann kommt jemand und schmeißt mich raus auch etwas was ich noch nie gesehen habe okay ich muss davor speichern ich darf nicht mit selda reden das ist nix was wir machen können wartet und dann gibt es noch die andere sache pay bribe the guard in front of the gate to gain entry to the courtyard you have to get caught and thrown out first wie viel geld braucht er the interaction will not work until you've hatched the cuckoo then you can talk to the guard to get the offer go to the sleeping talon talk to go to guard get thrown out talk to marlin get egg talk twice to guard at the gate and pay him wie viel will der ok wie rum go to sleeping talon talk to guard get thrown out talk to marlin get egg das heißt ich soll zuerst mit talon reden ist doch voll die zeitverschwendung die punkte und watch time die meine zuschauer sammeln verschwinden immer lokalität habe ich eingeschaltet was kann ich da machen darf ich fragen warum du das überhaupt machst warum benutzt du nicht die punkte die dir twitch gibt weil du kein affiliate bist weil du kein affiliate sein willst ich würde sagen bevor du dich mit stream elements punkten rum oh shit warum du dich mit stream bevor du dich mit stream elements punkten herum ärgerst würde ich einfach mal eben kurz affiliate sein und dann einfach die twitch punkte nehmen selbst schilder kann man reparieren mit dem lallebei ja kann ich eigentlich schilder reparieren ohne das lied zu haben ach du meinst die schilder ich dachte grad mein schild das das cutscene muss aktivieren din 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 du weißt du bitte mario fenster ja ja dass die alle da sind aber anscheinend wenn ich die die bilder darin abschieße kommt ein gard raus und schmeißt mich raus das habe ich auch noch nie gesehen deswegen lebe ich trophäen aber jetzt muss ich gleich den gard briben ich habe gar nicht genug geld das sind alles missable trophäen weil das alles nicht mehr passieren kann wenn man wenn man quasi mit selder geredet hat bei dem bauch ist auch ein loch was ist denn im baum drin ich meine ich kann das loch nicht aufmachen aber was ist da drin nur geld wahrscheinlich hallo raus jetzt reden wir mit marlon oder talon talk go to guard get thrown out talk to marlon get egg talk twice to guard to the gate and pay him ok aber ich kann nicht pay ihn wahrscheinlich kostet nur 10 vielleicht eine goldene spinne ist da skaltschüller hallo so you say you want to see princess selda eh you probably hear and heard about her in town nochmal do you really want to go through this gate that much let me think about it ok but in return give me 10 rupees du bist ja leicht käuferlich das geht das geht wer wusste das moment kann ich jetzt kann ich kann ich an allen vorbeigehen ein unglaubliches spiel keiner ja danke fürs zuschauen aber sag mir wusstest du das ich kann dem 10 rupee geben der macht bestimmt auch nur die tür auf oder ja der macht nur die tür auf äh sorry nein ok das haben wir richtig gemacht das muss ich nur leider das ist eigentlich immer technisch ziemlich geil weil du kannst super schnell da durch weil talon äh marlon gibt dir quasi das ei und dann wird es tag und dann ist es sofort ausgeschlifft aber jetzt müssen wir einen zyklus warten mal die ich habe dir einige fragen gestellt du musst sie mir beantworten dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen aber wir probieren jetzt noch eine ganz andere sache die keiner wusste können nämlich noch auf eine andere art rausgeschmissen werden hier ich hab keinen affiliate da die 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 da look at all this chicken it's not blue okay da ich weiß nicht wie du das mit stream elements löst keine ahnung das ist jahre her dass ich stream elements benutzt habe fragt stream elements frag im discord von stream elements die haben auch ein deutsche eine deutsche rubrik so hier gibt es auch ein glitch oder ein exploit mit dem man ohne diese fässer ohne diese kisten rüberkommt aber den kann ich nicht dafür braucht man auch eine bombe und ja man kann zu diesem zeitpunkt eine bombe haben ich glaube ich eine bombe zu haben keine bombe weil für eine bombe braucht man vom sack wenn man ein no hit run macht davon auch nicht von den wachen jetzt gesehen werden weil das zählt als hit so ich hasse die stelle einfach nur weil es so nervig ist wie lange man manchmal warten muss aber ich kann ja so machen es ist tatsächlich random wie die laufen ist komplett egal wann man wie wo ankommt können immer die laufen auch mit unterschiedlichen geschwindigkeiten genau man kann die kabelmine ja man kann die auch in truhen schon finden glaube ich so jetzt probieren wir das mal linkes fenster hieß es da ist gar keins ich will das lieber zuerst gucken was linkes fenster auch mal linkes fenster echt super truhen nichts es gibt einfach zuerst denken die es gibt einfach nur eine kurze kurze die Wie creepy. Don't cause any trouble. Aber so ein PNG wird da davor geschoben. Oh! Das ist ein bisschen aggressiv. Jetzt, wo ich die Bombe gesehen habe, das habe ich schon mal gesehen in so einem Eisberg-Video, glaube ich. Okay, es geht noch einmal. Der schmeißt einfach eine Bombe raus. Bisschen übertrieben. Und die Dinger kann man... Oh! Okay, das... Wusste ich auch nicht. Leute, free Rupees. Den grünen von Yoshi? Nee. Ich meine, ich schieße auch nur aufs Fenster und nicht auf die Bilder. Ich bin sicher, dass ich jetzt, äh, die Sachen habe, die missable sind. Ich meine, die sind alle missable. Ich muss halt... Ich darf halt diesen Toten nicht vergessen. Den Sterbenden. Double Trouble. Wo sind die? Kiss the Frog, da habe ich auch nicht vergessen. Das ist, wenn man... Wenn man die Wasserrüstung hat... Wenn man die Wasserrüstung vom König kriegen sollte... Dann gibt er einem keine Wasserrüstung, sondern einen Kuss oder sowas. Irgendwie so war das, glaube ich. Last Breath, genau. Okay, dann, äh... Ewige Cutscene. Ah! Das war zu laut. Heiner, danke schön für 100 Bits. Danke schön. Wo sind Sie? Wie haben Sie die Garten? Die sind alle bestechlich, Zelda. Da müssen wir mal reden. Und der eine hat gerade eine Bombe auf mich geschmissen. Nee, den Sterbenden Soldaten habe ich schon gar gewusst, dass er existiert und auch schon selber mal gefunden. Aber anscheinend hat er nur ein ganz kleines Zeitfenster, wann der da sein kann. Und letztes Mal habe ich den gesucht und mich gewundert, dass der da nicht ist. Ich dachte, er wäre einfach immer da. Aber der ist nur da, wenn man... ...quasi zwischen... ...Zelda verlässt, das Schloss und Link wird alt. Komischerweise ist er nicht mehr da, wenn man einfach zur Kindheit zurückkehrt. Danke, Maddy. Hm. Hm, 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 hm. Linkes? Wen meinst du bei Linkes? Ich weiß, ich kenne Linkes natürlich. Aber was hat der gemacht? Bam, 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 bam. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Ich muss alle... Ich meine, ich muss alle drei Edelsteine haben. Wer ist der Achievement Tracker? R.A. Tracker. Retro Achievements Tracker. Ich finde es komisch, ich weiß nicht, vielleicht inzwischen. Aber ich finde es komisch, dass es auf der Website eigentlich keinen Download-Link dazu gibt. Einfach Retro Achievements Tracker. Gibt es bestimmt GitHub-Seite. Und dann gibt man da einfach sein Passwort ein. Mit Nutzernamen. Und dann... ...kriegst du da verschiedene Fenster, die du alle übertragen kannst. Alter. Ja, Gannon. Oh nein, oh nein. Hilfe, Gannendorf. Er schaut uns an. Hihihihihi. He doesn't have any idea. Weil Linkes Fenster... Oh Gott. Oh Gott. Raus. Okay, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir vorspulen. Ich kann nicht mehr. Hier ist mein Brief. Bring mir lieber das Lied bei. Dann sparen wir uns den Dialog mit Impa. Ich finde, Impa hat sich von Ocarina of Time zu Breath of the Wild ziemlich verändert. Da ist einiges passiert. She's seen some stuff. Wunderschön. Lass mich... Lass mich raus. Let me out. Wollen wir noch ein paar Extrasachen machen, um ein bisschen besseres Equipment zu haben. Ich glaub schon. Der Trick ist es, sich nicht ganz oben hinzustellen, sondern ein bisschen weiter unten und dann einfach um 90 Grad drehen. Dann kriegst du beide. Und Rollen. Und scheinbar hat man 40 Rubine. Aber du musst es mit Rollen machen. Übrigens, wenn man springt, immer Rollen. Man kommt so viel weiter. Hallo Marowyn. In Breath of the Wild ist Impa nicht mehr so eckig. Ach, du glaubst nur, dass Anti-Aliasing sorgt dafür, dass sie halb so groß ist und doppelt so breit. Und einfach... Puff. Kleine alte Dame. Äh, hier müssen wir rein. So, pass auf. First Try. Wobei, mein Controller ist, glaub ich, nicht so perfekt eingestellt. Okay, First Try. Pass auf. Oh Gott, mein Controller. Oh Gott, der Controller. Nein! Okay, ich geh mein Geld zurück. Das ist so einfach eigentlich. Ich geh mir mein Geld wieder. Again. Oh, shit. Es ist unmöglich. Das zählt als First Try. Ich hab ihm nie nochmal Geld geben müssen. Okay, gib mir mehr. The Bullet Seed. Welcher Controller nutzt du? Na, selbstverständlich. Unser Lieblings-Controller. Aber ich könnte halt hier im... Hier im Retro Arc könnte ich halt noch viel mehr so Sensibilität einstellen. Das hab ich jetzt nicht gemacht. Oh, es funktioniert ja alles. Äh, was kann ich hier noch machen, was uns vielleicht etwas Vorteile bringt? Und ein bisschen mehr Zeug. Was hab ich hier immer sonst gemacht? Nichts mehr. Böser Dieb. Böser, böser Bombendieb. Okay, wir gehen. Ah. Achtung, Achtung, Achtung. Ziel acquired. Go! Nice. Oh, zur Sonnenuntergang. Wie schön. Mhm. Ich... Sollte das machen. Sollte ich das machen? Glas ist nicht schlecht zu haben, oder? Bräuchte das Glas unbedingt? Ist Glas eigentlich storyabhängig? Ne, man kann das Spiel ohne Glas durchspielen. Ich mein, Gendorf muss immer mit Glas besiegt werden. Ich glaub, die Trophäe hab ich schon. Mach ich eh. Aber jetzt eins zu viel weg. Ne, da unten. Da sind noch zwei. Hm. Bleib, bleib da. Ich brauch dich. Perfekt. Es läuft alles nach Plan. Hey, wie er direkt dahin geht. Ist ja super. Ey, du bist nicht schlecht gesprungen. Was war das denn? Was war das für ein Sprunglink? Ich hab immer Angst ins Loch da rein zu fallen. Pass auf. Trick 17. Trick 17. Verkackt. Warte, ich probier's so lange, bis ich's schaff. Trick 17. Der Speedrunner Trick. Um nicht runtergehen zu müssen. Oh Mann. Ey, ist das so schwer? Ich dachte, es sieht immer so einfach aus. Ist das ein perfekter Winkel? Ist das so schwer? Ich bin wahrscheinlich nur dumm. Vielleicht muss ich bis ans Ende und dann quasi gegen die Wand springen und dann rübersliden, dass der Winkel stimmt? Nee. Ich glaube, ich muss früher abspringen. Cool. Also so ungefähr. So. Noch eins. Oh Gott. Das ist immer peinlich, wenn man vorspult und es dann was umsonst ist. Die Kamera dreht sich um auf der Treppe, so komisch. Oh Gott. Ich liebe es, dieses eine Herzteil zu holen, was auf dem Dach hier ist, weil es sieht so krass aus, dass man so krass einen Skill hat, aber ist das so unfassbar einfach. Man muss aber auf den Turm klettern und rüberspringen. Aber es sieht so geil aus, wie man es macht. Aber ich darf mir kein Herzteil holen. Gimme, gimme, gimme. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Ich mache es trotzdem einmal, was so Spaß macht. Wie kommt man zu dem Typen? Easy. Oh, ich stehe nicht richtig rum. Oh, ich stehe falsch. Nee. Oh, ich muss nochmal runter. Ich war nicht ganz am Rand, aber es ist super einfach. Mr. Guard. Gardo. Hier. Nehmen Sie meinen Brief. Ich bin der Gesandte der Königsfamilie. Shut up, Shut up, Shut up, Shut up, Shut up, Soldat. Ich stehe über dir. Ich bin der Bote, der heilige Bote, der Ritter der Welt, der Knechter des Dorfes, des Ganonendorfes. Na, hör auf zu reden. Okay, jetzt ist wieder der Gechillt. Das finde ich ja immer frech, wenn Gegner einem nichts geben. Wofür existieren sie? Wo wollen wir versuchen, den Berg zu machen, ohne Schaden zu nehmen? Das war schwer. Und es war Glück dabei. Weil es so random ist, wie die Brocken fallen. Aber zu... Was macht man eigentlich zuerst? Geht man zuerst? Nee, ich muss zuerst. Ist schon. Was passiert, wenn ich das Lied spiele? Doch, ich glaube, ich kann das Lied spielen, ohne es zu haben, ne? Weil da unten ist Money, aber großes Money. Was ich nicht einsammeln darf. Nee, man muss es auch haben. Man könnte meinen, du redest nicht gerne mit NPCs. Niederes Volk. Die NPCs. Die redest nicht gerne mit NPCs. Achso. Boah, ich habe gerade vergessen, wie man die Tür aufkriegt. Warum so wenig Stöcke? Ich habe ja immer 10 Stöcke. Erwartet mal, zum Glück ist hier immer ein gratis Stock. Den hätte ich, glaube ich, nicht entzünden sollen. Falsch! Jetzt muss ich die andere Trophäe überprüfen. Weil es gibt hier eine Trophäe, die sagt, dass ich so früh es geht diese Truhe aufmachen soll, die hier ist hinter diesen ganzen Steinen. Und es geht anscheinend extrem früh, dank den Blumen. Aber vielleicht brauche ich auch den Armreif. Welche ist das? Klingt auch noch was anderem. Also wir müssen da hin. Wir müssen dahin, wo der Weg versperrt ist von den drei Dingern. Ich glaube, ich muss das wegspringen. Ich glaube, ich muss das wegspringen. Aber jetzt komme ich hier nicht weiter. Also dann kann ich das erst machen, wenn ich Bombe machen kann. Es ist missable, cause rocks and entrance have permaflags. Okay, aber ich brauche Bomben, um hier durchzukommen. Weil die darf ich zerstören. Ich dachte, ich darf die auch nicht zerstören. Okay, dann können wir später erst wiederkommen. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, die gemein ist, wenn man das Ganze versucht, ohne Hits zu machen. Denn hier sind Dekus. Und wie ich gesagt habe, es gab diese ersten vier Dekus. Die darf man mit dem Schild blocken, weil sie nicht anders bezwingbar sind. Aber diese Dekus hier kann man sehr wohl töten, ohne ein Schild zu benutzen. Aber zuerst holen wir uns noch ein Upgrade. Halt, dass es nicht hier ist. Sondern hier. 50 Stück. Wir werden niemals zu wenig haben. Hier steht Mido, der Drecksack später. Lässt es nicht durch. Gab es sonst noch was? Ah, doch, doch, doch. Es gab noch was. Aber das kann ich nicht machen, weil ich keine Bombe habe. Hier gibt es ein Dekus Upgrade. Ich glaube hier, da drunter ist ein Dekus Upgrade. Was auch schwierig ist, weil die einen abschießen. Und ja, hier ist auch was zum Wegbauen. Ich weiß, hier ist ein Loch in der Mitte. So, und das ist jetzt das Gemeine. Aber das geht, wenn man... Okay, das ist jetzt Quatsch. Hier muss ich gar nicht hier... Drei. Hinlaufen. Und zweimal schlagen. Ich könnte sie auch blocken jetzt. Außer hab ich's mir... ...sie beigebracht. Und das war's. Und dann könnte man denken, dass... Oh ja, hier ist ein schöner Trick. Könnte man denken, dass das hier schwer ist. Weil hier... ...stehen ganz viele davon. Und die sind gefährlich. Aber, wenn man die einfach ignorieren möchte, dann klettert man hier hoch. Drückt Z. Ist jetzt genau mittig. Und das drückt man einfach runter. Bye. Und schon ist man da, ohne... ...dass die einen treffen können. Aber als Erwachsener Link ist die Stelle ein bisschen gemein. Weil man dem... ...Bokoblin ausweichen muss. Das sind übrigens Bokoblins. Oder Bokoblins auf Deutsch. Diese fetten... ...hammerschwingenden Dinger, die da stehen. Die sehen heute in Breath of the Wild ein bisschen kleiner und putziger aus. Als diese riesigen Bären. Ich glaube, das waren Bokoblins. Oder vielleicht Mobblins. Okay, wir haben uns vor 10 Minuten gesehen. Serie, chill. Wie wir wissen, kommt jetzt gleich einer der besten Cutscenes ever in dem ganzen Spiel. ...Dancing Durunia. Du... Welche heißt er? Dancing... ...Dancing... ... ...Übrigens war es ja... ...Zurückweg genau exakt gleich. Den haben wir jetzt verkackt. Aber es sollte gehen. Du... Du... ...Durunia. Was? Du... ...Durunia. Durunia. Ups. Hoppala. Hoppa. Hoppa. Darunia, genau. Mein Gott, die Vokale. Ich die durcheinander bringen. Ach ja, die ist schon wieder mit mir. Nein. Diese Dumme. Doch nein. Ich kann nicht. Nein. Willst du, dass ich das alles nochmal wiederhole? Natürlich. Äh, ich muss den Weg zurückfinden. Doch, der erste Arunia. Stimmt schon. Und bumm, 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 bumm. Also die Strafe schnell vorspürt. Dadurch haben wir es dreimal gelesen. Ja. Ich weiß, das sind immer wieder Strafen. Aber dann... ...gibt es immer wieder Momente, wo es sich einfach lohnt. Dancing Darunia. Ich meine, wie geht das Lied? Falsch. Lass mich nochmal. Nein. Bum, 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 bumm. Oh. Oh. Come on. Come on, come on, come on. Hot. What a hot beat. Wow. Yeah. Yahoo. Chill. Hey, what a nice tune. Just like that. My depression is all gone. If it was that easy. Darunia. Okay. Kann ich die jetzt dahintragen zu der Kammer? Nein. Niemals. Es kann übrigens sein, dass ich ganz viele Stöcke brauche für, für, ähm, ähm, Dingens. King Dodongo. Deswegen fülle ich kurz auf. Warte, warte. Wie weit muss ich gehen, dass sie resetten? Hey. Listen. Taya so viel besser als Navi. Keiner braucht Navi. Taya hat wenigstens Charakter. Ah, was? Ach, resetten die nur, wenn ich, wenn ich da rein und rausgehe. Verdammt. Okay, wir machen's doch nicht. Wo hole ich. Wo hole ich mir nochmal die ganzen Stöcke? Geht das eigentlich? Ne, ne? Ja, dann wäre es ja vorhin auch gegangen. Wo hole ich mir immer die ganzen Stöcke für King Dodongo? Weil ich brauche genau zehn Stöcke. Hier ist einer. Wenn Zorra ist reich, sind sie ganz einfach zu resetten. Ich glaub... Ich glaub, ich kauf die immer in, äh... So, ich hab die immer in Hyrule gekauft. Naja. Wann war Shiny Dogs ist da? Musste kochen. Gar nicht. Wieso glaubst du wahrscheinlich die Oxys da war? Ich hab bis 8.192 gemacht. Und dann... Musste die Oxys wieder weggelegt werden. Weil 8.192, da muss man sich erstmal drauf ausruhen. Kann ich jetzt hoch eigentlich? Ne, das macht man immer erst danach. Weil ich brauche Bomben, um hochzukommen. Ja, stimmt. So, ich versuche nicht in das Herz da reinzuspringen. Aber ich glaube, solange ich nicht vier Herzen tatsächlich habe, ist es egal, ob ich Herzteile mir hole. Aber ich spring trotzdem. Ja, ne. Und schauen wir mal, wie schnell ich den Tempel schaffe. Oh, ich darf kein einziges Mal Karte oder Kompass finden. Oh, das kriegen wir hin. Zur Not lade ich neu, aber ich hab noch kein einziges Mal gespeichert. Aber eigentlich hab ich hier nie Karte oder Kompass eingesammelt. Ich muss einfach das gleiche machen, wie immer. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, don't go. Cavern. Nee. Moment, ich mach das immer anders. So mach ich das immer. Ja, so nicht halt. Aber so ähnlich. Fork. Jetzt kommen die Sufcons. Sufcons können einem sehr viel Angst machen. Wenn man sich keine Zeit lässt. Wenn man sich Zeit lässt, sind die Sufcons ganz einfach zu machen, ohne getroffen zu werden. Aber man muss halt entspannt bleiben. Wir können auch einfach durchlaufen. Der Umkreis von denen ist nämlich sehr groß. Noch eins. Und noch eins. Noch zwei. All die Türen nebendran, vollkommen egal. Und ich habe nur sieben Stöcke. Das ist nicht gut. Ich brauche... Kommt jetzt nicht sogar schon der erste Kampf? Da brauche ich vier Stöcke. Ich glaube, ich habe echt in Hyrule die ganzen Stöcke gekauft. Krasse. Halt, halt, halt. Und ich habe auch zu wenige Nüsse. Das ist eher das Problem. Wobei, ich habe genau vier Nüsse. Das sollte also reichen. Komm her. Hier bin ich einmal... Hier bin ich einmal gestorben. Weil ich... Superschnell nach dem Sieg... zur Tür gerannt bin. Und dann kommt die Cutscene, dass die Tür sich öffnet. Und die Cutscene kam, als ich in der Luft war. Zwischen den Plattformen. Während dem Sprung. Und durch die Cutscene hört dann die Animation vom Sprung einfach auf. Und man geht einfach senkrecht runter. Und ich bin in die Lava gefallen. Während der Cutscene. Weil ich sie nicht abwarten wollte. Ich probiere es noch, wie ich es schaffe. Ah, jetzt. Ah ne, ich war schon drüben. Aber wenn man schnell genug springt, dann ist man genau in der Mitte und dann fällt man einfach runter. Was genau ist das für eine chillige Maggi-Flasche gestern gewesen? Was meinst du? Gut. Salz. Ich bin wie so ein Pferd. Wann ist Pferde? Die immer Salz lecken? Ja, ne? Wie so ein Pferd. Das Ding ist einfach nur geil. Äh, das ist... Da steht Polnisch drauf. Und wurde... Haben wir hier im Asienladen gefunden. Hallo Tiger. Schnell weg mit dem Stock. Jetzt haben wir noch drei Stöcke. Aber ich brauche noch vier allein für die Echsen. Mache ich einfach die Echsen ohne Stöcke. Laniha. Hallo. Äh, ich muss... Da rüber. Milchgans. Hallo. Bam bam bam. Bam bam bam. Ich glaube, da drüben ist keine Leiter. Warum renne ich hier hin? Ach, da ist eine Leiter. Tatsächlich. 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 Okay, guck mal hier. Äh, Ginkaku Edo. Du bist eine Bibor. Hallo Gary. Gary. Kali und Gary. Kali und Gary zusammen ist Gary. Hallo Kali. Ich bin ne Biene. Bist ne Biene. Bam bam bam. Bam bam bam. Warte auf. Perfect Position. Acquired. Look. Boom. Oh, ein seltenes Bild mit OOT hatte ich jetzt nicht gerechnet. Es ist Sonntag. Hab nix besseres zu tun. Wir chillen. Tiger ist nen Frosch. Und Laniha ist Efeu. Let's go. Schotto. Ich hab jetzt gar keines Skalchulas gesammelt die ganze Zeit. Viel zu wenige. Aber ein Jabu Jabus Bauch sind paar. Und haben wir hier. Kali. ein Medi-Tee. Nicht die Statuen treffen. Eines der besten Zelda-Teile. Korrekt, korrekt. Nicht der beste. Aber eines der besten. Nornite Raven. Dankeschön für neun Monate. Vielen, vielen Dank. Ich muss die Exalfos mit Schwert besiegen. Sonst hab ich keine mehr für Dodongo. Ich könnte zwei benutzen. Aber ich will nicht. Ach komm. Ich probier das hier gerade so zu machen, wie ich damals das immer gemacht hab. Um ja keinen Schaden zu nehmen. Für No-Hit-Run. Aber ich kann auch einfach durchlaufen, ey. Mieser Raum, wenn man null Ahnung hat, wie man den machen soll. Ansonsten sehr einfacher Raum. Das war, glaube ich, ein Raum. Vor allem in der Master-Quest ist der Raum hier abnormal schwer. Das war einer von diesen Räumen, wo man durch irgendwie ewig hing. Als Kind. Halt. Ich mach Quatsch. Ich finde ich am besten. Also, bitte. Guck doch in meinen Hintergrund. Was ist das beste Zelda? Ich frage dich. Du weißt es. Oh, das wäre fast perfekt gewesen. Alter. Die Maske des Majoras. Moment, so hab ich noch nie dran gedacht, dass das der deutsche Titel wäre. Die Maske des Majoras. Äh, ja. Zum Glück haben wir das nie verdeutscht. Selbstverständlich. Majora's Mask. Danach würde ich sagen, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom würde ich als eins nehmen, weil das quasi das gleiche ist. Aber das eine ist vollständiger. Dann wahrscheinlich OOT. Wegen der Vielschichtigkeit und Randos und sowas. Und dann Wind Waker. Oder Wind Waker vielleicht sogar noch vor OOT. Nicht ganz sicher. Ich hab keine Nüsse mehr. Ich muss tatsächlich kämpfen. Ah. Wie, du hältst einen ganzen Sprung aus? Okay, jetzt gehst du aber zurück. Anderthalb Schläge brauchen die. Also, drei. Sprung ist quasi zwei Schläge. Und dann nur noch zwei. Also, insgesamt halten sie fünf Schläge aus. Oh. Einmal hast du mich gekriegt. Der gerade zählt nicht. Sagt, ich hab die Majora's Mask nicht klar gespielt, aber dennoch. Mein TS-List ist Top 3 OOT, Wind Waker und Twilight Princess. Twilight Princess ist einfach nicht in meiner Top 4 oder Top 5. Ich weiß nicht. Mir gefällt die Grafik nicht. Mir gefällt der Style nicht. Mir gefällt nicht, wie das progresst und sowas. Ich mag die Charaktere. Ich mag die Story. Ich mag die Gimmicks nicht, die man freischaltet. Also, die Skills und sowas. Dieses dumme Drehrad, das ist das Dümmste. Und dann dieser Stab, mit dem man andere Sachen... Das sind alles unbrauchbare Sachen. Das ist so das größte Manko. Allgemein gesagt. Twilight Princess, wenn du was in einem Tempel freischaltest, wie eben dieser Dreidel, Dreidel, Dreidel oder was auch immer, dann brauchst du es nur im Tempel. Quasi die Sachen sind nur gemacht für die Tempel und außerhalb der Tempel sind sie dann egal. Wohingegen hier bekommst du ein Item, wie die Bombe zum Beispiel. Aber klar, ist jetzt sehr basic. Aber hier bekommst du Items, die aufbauend in den Tempeln danach auch brauchbar sind. Aber in Twilight Princess kriegst du ein Gimmick, was nur für den Tempel ist und dann war es es. So ein bisschen schade. So, who's that Pokemon? Tiger, sag es uns. Wenn es überhaupt geht in dieser Szene hier. Das geht gar nicht in der Szene. Wer ist das Pokemon? Ihr rätselt, ich gehe kurz auf die Toilette. Das geht gar nicht in der Szene. Das geht gar nicht in der Szene. Schniebel. Spion Starter Endentwicklung? Nein. Dakuma? Interesting. Aber Taiga hat selber nichts gesagt. Was ist da los? Hat by the way das Ente mit deiner Save-File in Kolo gedroppt? Dein Ernst? Welche Nummer? Wie, wie? Ich bin bei 406996. Wie? Also wie heißt wie? Ich weiß wie, aber krass. Das ist ja dann meins. Das ist meine Save-File gewesen. Sie ist ein Missing No. Das ist mein Leben ist. Ich sehe es selber nicht, aber Dakuma klingt nicht schlecht. Es ist ein... Das ist ein Dakuma. Dakuma. 25.000 mit nur einer Gamecube oder hast du auch vier Gamecubes? Bist du des Wahnsinns? 25.600. Fünf Gamecubes. Trotzdem. 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 Ich habe vier und diese 4.000 allein jetzt, wo ich bin, die waren schon... Dauern so lange. Ein Entei dauert eine Minute. Das heißt, du hast 25.000 Minuten gebraucht. Das ist verrückt. So, Achtung. Ich sollte vielleicht jetzt die Beschreibung durchlesen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Bombalicious. Defeat Kei Dodongo before he uses fire without using bombs from your bag. Und das andere Kei Dodongo ist... Defeat Dodongo before... Nein. Das andere... Dangerously delicious. Defeat Dodongo before he uses fire without using bombs from your bag. Taking damage and with 3 hearts only. Also alles wieder vor, nur ohne Schaden zu nehmen. Und mit 3 Herzen. Das haben wir. Eine Minute, das dauert locker 3 Minuten pro Run. Ne, ich teile durch 4. Also um zu Entei zu kommen, brauchst du 4 Minuten. Ich habe 4 Gamecubes, deswegen brauche ich eine Minute pro Entei. Wenn du 5 Gamecubes hast, brauchst du genau genommen 4 durch 5 Minuten. 17,8 Tage sind das. Okay, jetzt ist nur die große Frage, wie man Dodongo besiegt ohne dass es Feuer sprüht. Hoe gut geht das denn? So, jetzt habe ich esいる gerade. So, jetzt brauche ich Ihnen einigen. Bitte nähe. So, jetzt habe ich das. Ich zeige, ich will nur die Verkaufung mit dem Daher. So, jetzt habe ich hier etwas tidig. So, jetzt habe ich hier. So, jetzt habe ich hier ein paar Minuten. Und das habe ich hier. So, ein bisschen. So, jetzt habe ich hier. Ich lebe es gerade nach. You can make him roll around the arena if you run behind him at the beginning if you aren't able to throw a bomb in his mouth. It's the start of the fight. Never knew that all these years. You can make him roll around the arena if you run behind him at the beginning. Achso, weil er am Anfang, ah, das Problem ist, dass er am Anfang direkt Feuer speilt, aber du noch keine Bomben hast. Das heißt, du musst ihn in der ersten Runde daran hindern, Feuer zu speilen und dann ist es ganz normal. Okay, und ich glaube der Trick war, dass man Bomben im Menü hat, aber sie nicht benutzt. So, the quick method I have found seeing a rush on the boss and pass him. Why? Even if he touch you, you have the chance also he will obliged to make a quick turn on myself. Okay, ich glaube, ich check wie es geht. Mal schauen. Jemand sagt, dass man 20 Bomben haben muss? I doubt it. Nochmal, who said Pokemon? Leute, ich spiele Zelda. Noah, du bist ein Shiny Paras. Shiny Paras. Ist das eigentlich original? Oder als 3D-Remake auf dem 3DS? Also, wenn das das 3D-Remake ist, dann, äh, dann haben die echt erst recht keinen guten Job gemacht. Nee, das ist original, original. Und jetzt habe ich mein Schild verloren. Aber das macht nichts. Mein Raikou hat vor Enter nur 4.290 gekostet. Vielleicht braucht man ein Raikou so lang. Äh, mein Entei. Braucht's das? Ich darf nicht getroffen werden von ihm. Das heißt, ich muss irgendwie an ihm vorbeikommen. Ohne von ihm getroffen zu werden. Ah, dann muss ich das hier alles nochmal machen. Wenn ich das jetzt nicht schaffe. Hm. Hm. Ich kann in der Szene kein Hustet-Pokémon machen. Müsst euch gedulden, wenn ich fertig bin. Warte, ich will volle Herzen. Okay. Stock. Ich darf nicht die Bomben nehmen. Okay. Was ist eigentlich hier drin? Bomben. Ah. Ah, ich muss hier eine Bombe nehmen, um hier aufzumachen. Ah, hätte ich mal davor. Egal. Das ist schon. Okay, ich renne an ihm vorbei, sodass er aufhört, Feuer zu speien. Dann drehe ich mich um. Ich weiß es nicht, wie das geht. Wir gucken mal. Wie soll ich denn an ihm vorbei, ohne Schaden zu nehmen? Schaden genommen. Aber wir probieren's. Okay, nicht so. Ich will nur schauen, ob ich alles richtig habe. Aber ich darf keinen Schaden nehmen. Läuft der jetzt bis zu mir? Okay, ich darf nur nicht in den Rhein rennen. Der läuft niemals bis zu mir. Ich probier's. Mach es! Tu es! Oh Gott. Genau, so. Und dann. Okay, okay. Ich muss nur beim ersten Mal... Muss ich... Naja. Gut an ihm vorbeilaufen. Again. Okay, who said Pokemon? Der Rapagos könnte sein. Isso könnte nicht sein. Entei. Entei. Wo kommt ihr eigentlich auf einmal her? Ihr gehört doch alle zusammen, oder? Habt ihr mich geradet? Weil ihr habt mich nicht geradet. Habt ihr gerade Entei gestreamt? Und da gerade ist es gepoppt? Seitdem Entei hyped? Dieses was Pokemon? Das Guide Pokemon? Das Glide Pokemon? Aber ist so... Ist doch nicht so... Hat doch nicht drei Dinger unten. Welches Geist-Pokémon? Der Sarg? Olangar. Äh, auch na toll. Achso, äh... Du meinst... Makabaya. Das ist nicht Makabaya. Der Rapagos. Das sah so aus, als ob das verschiedene Beine hätte. Oh, okay. Okay, okay. Touché. Touché, touché. Bam, bam, bam. Hm, 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 hm. Ich hab halt bessere Augen als ich. Hm, 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 hm. Ich muss irgendwie... Also er tut mir nicht weh. Ich hoffe übrigens, dass ich mir das noch nicht jetzt kaputt gemacht habe. Dass ich gespeichert habe, nachdem er mich getroffen hat. Kann sein, dass ich es mir kaputt gemacht habe. Aber wobei, da unten steht immer noch, dass ich die Trophäe kriegen kann. Okay, vielleicht nicht. Ich glaube, ich kann bis nach da rennen. Okay, das scheint einfach zu sein. Zählt das? Ich habe beide geschafft. Drei Herzen, nicht getroffen. Besiegt, bevor es Feuer späuen konnte. Ohne die Bomben benutzt, die ich habe. Nummer eins. Nummer zwei. Easy. Okay. So einfach kann man den besiegen. Wir nehmen nicht das Herz. Wir gehen hier raus. Okay, worauf müssen wir jetzt aufpassen? Ich meine, wir gehen jetzt hoch auf den Berg. Holen wir uns Magie. Barinade ohne getroffen werden. Und das andere war... Barinade... Nee. Nur Barinade ohne getroffen zu werden. Kann ich, weiß ich wie das geht. Ist nur schwer. Ah nee, Defeat Barinade weniger als eine Minute 51. Sollte trotzdem gehen. Barinade dauert ein bisschen, bis wir da sind. Habe eben Reste von meinem Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf gegessen. Äh. Nein, schmarr. Ich habe auch noch ein bisschen Suppe von gestern. Didi, 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 didi. Äh. Okay. Jetzt habe ich Bomben. Moment. Wir gehen jetzt zuerst dieses Tide-Rope-Ding machen. Doch die Trophäen, sie ballern nur so. Hoah. Äh. Ah, und ich kann dich anhalten. Moment mal. Sonst habe ich noch nie so gemacht. Too easy. Ach Gott. Also wenn, wenn man ihn quasi nicht perfekt mit der Bombe trifft, dann sagt er, das zählt nicht. Dann machen wir es so, wie ich es immer mache. Das war auch nicht perfekt, aber ich glaube, beim zweiten Mal nimmt das immer, oder? Ja. Entweder man trifft ihn perfekt, oder zweimal so halb. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Man darf eben nicht das hier kaputt machen, aber man kann anscheinend hier dran vorbei. Oh, okay. Ist einfacher als Tide-Rope. Ich hoffe, das zählt da jetzt. Sollte aber. Wie kommt? Ich glaube, man muss hier lang, oder? Nope. Cool. 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 Das ist schon mal ein paar Sachen. Nice. So einfach ist das. Dann gehe ich jetzt hoch und hole mir Magie. Oder? Ich kann mir doch jetzt Magie holen. Mal schauen, ob ich das schaffe ohne getroffen zu werden. Dann brauchen wir wieder 10 Stöcke, aber die kriegen wir eh von den Zoras. Das brauche ich nicht kaputt machen, da ist noch Geld drin. Ich kann da tatsächlich jetzt drauf gehen. Nein, hier ist noch Geld drin. Oder gehe ich? Warte mal, wenn ich jetzt hier zu der Kuh gehe, dann gibt die mir Milch, mit der ich mich sowas von geil heilen kann. Keine Milch? Wie geht das? Ist das nur in Majora's Mask so? Muss ich beim Euter stehen? Ach, es war Eponas Lied. Ja, das habe ich noch nicht. Egal, ich schieße ein Herzen. Mehr bin ich doch eh nicht. Aber ja, wenn man nicht hat vergessen. Es war natürlich Eponas Lied. So, jetzt kommt hier Trick 17. Pass auf. Ich habe kein Schild, gar nichts. Und eigentlich soll man hier erst lang gehen, wenn man das Hylia-Schild hat. Was ich mir nie holen werde, weil man es nicht braucht. Okay, ich zeig's noch nicht. Wir warten, bis der Jay genug gespannt hat. Din, din, din. Din, 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 din. Jay, spann mich aus. Du Spanner. Und zwar schaut man auf diese Wand. Ziemlich, dass man senkrecht darauf guckt, wo man hin will. Dreht sich perfekt um. Und dann, mit ein bisschen Glück, weil man muss Glück haben. Wird man nicht getroffen. Man muss nur das Glück haben, dass man nicht am Ende hier steht und auf einen was drauf fällt. Weil das quasi passieren kann. Random. Ansonsten ist das hier geschenkt. Red nicht mit mir, red nicht mit mir, red nicht mit mir. Okay. Hahaha. Okay. Brauchen wir das unbedingt? Vielleicht. Dann kann ich tatsächlich weggebracht werden. Schnell. Dann kann ich das jetzt gehen. Du, 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 du. Hallo? Ich glaub hier oben ist sogar eine Skulltulla, solange es Nacht ist, hier sehe ich. Ich glaube, die Geldbörse habe ich mir immer nur geholt, um mir das Bigoron Messer zu holen. Okay, wir brauchen Waze, Waze, Waze. Wir gehen einfach zum Waze. Ist hier nicht auch eine drin? Ne. Ich hab zu viel Geld. Komm, Vorspulen ist schon. Also, komm schon, Vorspulen. Wichtig. Ah, Eule. Ah, Eule. Was ist denn mit dir? Ach, und jetzt fragst du mich nicht, ob ich alles verstanden habe. Aber hier ist eine drin. Brauche ich eh nicht. Mal mehr Geld. Ich meine, ich kann jetzt Grottos öffnen. Nicht schon. Es ist schon halb acht hier. Es ist soo hell draußen. Die Welt. Ein Wunderwerk der Wissenschaft. Komm, ich mache auf jeden Fall noch jetzt. Das war schlecht. Ich mache aber auf jeden Fall noch Dingens. Yabu, Yabu. Kenne ich auch ein paar Tricks, womit es schnell geht. Was heißt Tricks? Ich weiß halt den perfekten Weg. Sollte da ein Skullschüler sein. Ne, ich hole keine Skullschüler mehr. Bei 200 Münzen. Schon hilfreich. Vielleicht. Ah, komm her. Nein. Ich kann nicht. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pada-pum. Schichtig. jedes mal wenn man hier springen will und jetzt schnell das spiel oben machen ich lese mir noch mal das durch mit küsst den könig wie geht das hier okay melding das ist sowieso erwachsen sein in hyrule ist man mit 17 erwachsen habe ich genug geld die stöcke holen wir uns da unten weil das sind gar keine stöcke das sind deko nüsse wo habe ich mir hier die stöcke doch das sind stöcke die deko nüsse stöcke ihr müsst nicht glauben dass ich vorspule wie king sora sich weg bewegt das werden als einziges nicht vorspulen schauen ob ich zwei kriege mit einem sprung nope nicht mal eins oh mein gott spiel verlernt spiel verlernt ich würde so gern jetzt einfach dadurch das tor schwimmen aber ich muss ja zudem hoch ich muss zudem hoch dass er mir die silberschuppe gibt silberschuppe aber ich könnte schon mal fischi fangen freust dich drauf meep 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 hier sollte ein stock drin sein ok wo habe ich denn die deko nüsse gefarmt ich glaube jetzt bin ich zurück ahja jetzt sollte man eigentlich zurück gehen in den wald und dort das upgrade für die deko nüsse holen somit hat man volle deko nüsse das könnte ich machen das sollte ich machen gib 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 komm ich am schnellsten jetzt wieder in den wald ewig alter röd nicht mit dem nein ich hab nein ich hab b gedrückt b ist nein krass in dem spiel ist b a ich hole mir das geld wieder ich hole mir das geld wieder alter sogar rosa ne kann ich einfach raus aus dem game hallo itako wunderschön warte ich komme am schnellsten in den wald indem ich einfach vorne bei den zoras in den wald gehe oh come on flasche flasche meep 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 it's mapping time uah komm gib mir noch einen stock soll ich die stöcke jetzt farmen muss ich ich brauche wie viele stöcke brauche ich um barinade zu besiegen ich glaube ich glaube sechs brauche ich tatsächlich hallo tapsi ähm warum steht da unten 0 32 04 ach weil ich das spiel nie beendet hab das kann ich nicht da stehen lassen es gibt ein geheimgang also bei yabu yabu was meinst du was für ein geheimgang also da gibt es ein fe gibt es halt äh ich lade meine videos auf youtube immer am donnerstagnachmittag hoch weil die leute ja damit das halt da anfängt und dann übers wochenende und sowas das ist meistens eine gute zeit die leute benutzen aber du kannst als youtuber einfach in dein youtube studio reingehen dann ist da ein tab der dir quasi deine analytics gibt für deine zuschauer und dann siehst du zu welchen zeitpunkten deine zuschauer die du bis jetzt hast youtube benutzen und wenn du halt schon ein paar hast kannst du dich daran halten zum beispiel dann weißt du aha deine zuschauer sind am meisten am donnerstag abend auf youtube also bringe ich doch mein video am donnerstag abend raus aber das sind natürlich nur deine zuschauer potenzielle zuschauer das kannst du natürlich nicht wissen naja es ist in der regel so donnerstag glaub ich nein ach so der geheimgang ja 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 den kenn ich so dann gehe ich kurz zu dem da hinten und beende das spiel wenn das geht aber da steht die zeit da immer unten habe ich es jetzt kaputt gemacht vielleicht bleibt die zeit da immer stehen weil wir in dem raum sind boah ich hätte jetzt fast einen fisch da ausgeleert ne 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 mep 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 so lange dauert es gar nicht aber als kind waren das halt jahrhunderte die hier vergangen sind die Das war's für heute. und dann hat jeder probiert man kann ja halt keine rolljump machen oder weil er immer im weg ist ok ich will zurück ich will mir doppelte nüsse holen denn die werde ich noch brauchen denn nüsse sind sehr sehr wichtig und dann gehen wir durch abu yabu durch und dann kommt der ich würde behaupten schwerste boss marinade ist der barinade ist der schwerste boss von allen hitlers zu schaffen und ansonsten sind das stahlfoss das schlimmste aber die sind kein boss das mini besser all das wasser fließt zwischen mein eier entlang du meinst das war so eine meme ist nicht im spiel aber oder ich glaube ich muss da lang ich hasse es dass das lied verschwindet warum ist das lied nicht immer da die sitzt doch da die sitzt doch da die sitzt doch da zumindest jetzt als kind so noch eins weiter der zwischenboss von der marinade hier gibt es leider keinen trick die sind ein bisschen gemein zu besiegen muss einfach gut sein aber man kann sie stammen stimmt soll ich das aber ich kann sie nicht dann das war das problem aber ich glaube so wie besiegen man die okay so kann man sie besiegen gib 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 und so hat man auf einmal 30 nüsse danke dir auch für die inspo und unterhaltung deiner video streams und bots tab sie vielen dank dankeschön hallo kein mit dieses e-mod von dir kenne ich gar nicht ich hoffe ich kann dir da helfen tab sie aber ehrlich gesagt ich achte dabei sowas nicht so drauf ich erlade meine videos einfach donnerstags hoch ich habe auch schon donnerstags videos hochgeladen die super schlecht liefen und manche die super gut liefen ich glaube ein es macht schon unterschied aber ich kann da nicht so viel dazu sagen wir brauchen fischi das hier dann den boomerang was war denn der zwischenboss bei der marinade ach so die tentakel meinst du die sind pipifatz man muss sich ein bisschen konzentrieren aber ansonsten sind die pipifatz du hast bock zu animieren aber nicht deine sachen ich meine es leidet halt rein ich hätte ja auch ich meine jeder streamer hat inzwischen platz animierte emotes platz irgendwie was so viele wie man normale emotes hat ich könnte dir alle irgendwie befüllen lassen oder selber aber ich habe irgendwie auch ich weiß nicht animierte emotes sind schon cool aber mir fällt gar nicht ein was ich meine wir könnten jedes meiner emotes animieren aber das wäre schon cool aber ich habe das gefühl so viel benutzt werden sie auch nicht das war dumm das war dumm ich hätte keinen schritt gehen sollten das kenne ich gar nicht von holly leute falls ihr ein bisschen leo's mind lore wollt verratet mir woher kommt dieses geräusch wer weiß es vielleicht ist das gerade ein zufall dass wir hier bei zora sind äh bei ruto sind und diese zahlen ist immer noch nicht weg ich glaube ich habe das spiel kaputt gemacht beziehungsweise retro achievements kaputt gemacht weil ich quasi die quest verlassen habe deswegen starte ich kurz das spiel neu wir sind ja eh gerade am anfang von dem dungeon weil die zahl da unten nervt mich von dieser hübschen dame die ruto es klingt zwar ein bisschen seltsam aber ich finde ruto sieht als kind besser aus als erwachsen als erwachsen hat sie irgendwie so ein komisches gesicht sieht doch viel cuter aus als kind also so als link kind gesprochen nicht so als ich 35 jahre alter mann gesprochen ich meine es ist ein fisch leute es ist ein fisch chillt animierte emotes sind nicht so billig ja kann man dich am besten per dm erreichen überall wo du willst insta twitter discord mehr gibt's nicht oder ich meine twitch hat auch dms aber vielleicht nicht oder auch ich finde am besten schreibt es sich auf discord aber mir ist das egal ja gut ja wisst ihr wie lang ich jetzt so oh mein gott wo soll ich hin wo soll ich hin wer kommt denn auf die idee mit einem npc nochmal zu reden niemand kommt auf die idee auf jeden fall ihr habt es natürlich richtig gesagt die dies gesagt haben woher kommt dieses geräusch ich liebe das auch ich liebe das auch ich liebe das so stopp nein ist die stimme so anders es ist die gleiche datei aber ich schätze mal einfach durch das ambiente vielleicht ein bisschen haben die hier ist ja auch hallig glaube ich eher so es gibt ja räume wo auch die musik oder die effekte dann hallig werden kann man da eigentlich klettern nein hat sie das quer auch beim schalter gemacht halt ach das ist auf zeit ist es auf zeit oder habe ich ihn wieder getroffen das kann nicht auf zeit sein das ist kein zeitschalter ich glaube ich habe den schalter wieder getroffen oh no oh no oh no dass man einen gedrückten schalter wieder treffen kann ist aber auch lustig jetzt gehen wir da durch hoffen dass wir ein herz bekommen manövrieren vorsichtig hier durch erschrecken nicht von der riesigen kölle die von der decke fällt wir gehen hier zuerst rechts ich glaube es ist egal nee ich glaube man geht sogar zuerst links egal nee nee du kommst mit wir dürfen sie nicht alleine lassen muss man überhaupt das machen was ich gerade gemacht habe muss ich überhaupt ich glaube ich bin richtig doch 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 oh die greifen so selten an ich habe recht lang gebraucht das ist schon der bummerang ne doch sollte im anderen raum sind glaube ich quallen es gibt zwei räume einen mit kompass glaube ich oder karte und einen mit bummerang sollte der bummerang sein ok gut ich darf karte und kompass nicht einsammeln so mariko meintest du das als zwischenboss diese dinge da also die jetzt von der decke hängen die schlongs die besiegt man sehr einfach indem man so macht geht kurz rein und dann bleibt man hier drin stehen hier können sie einen nicht kriegen und dann geht man kurz rein wartet bis er runter kommt wirft zurück wartet bis er runter kommt wirft kann nur sein dass man zu spät wirft nicht weit genug zurück geht und dann wird man getroffen aber ansonsten ach der octopus oh ja da kann ich dir auch einen trick zeigen moment die darf ich jetzt nicht aufmachen genau ich mache das nur um die schlongs weg zu kriegen oh gott ich finde es so krass das ist mir nie früher aufgefallen dass diese dinge sich bewegen einfach so wenn man still steht der die 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 der darm transportiert einen ich glaube ich muss jetzt einfach zurück ich hole die trophäen wie du siehst hier unten sind die ganzen trophäen und eine Trophäe besagt ich muss das spiel durchspielen ohne karte und kompass eingesammelt zu haben und ich spiele auch das spiel nur mit drei herzen und bei jedem boss gibt es eine challenge die man machen muss ansonsten die ganzen normalen sachen und so habe ich schon gemacht das sind jetzt quasi die challenge trophäen bei denen man die bosse und das spiel auf eine gewisse weise spielen muss Marinade jetzt zum beispiel bei der darf ich nicht getroffen werden und ich muss sie unter zwei minuten besiegen es sollte machbar sein ich kenne die strategie auch noch aber vielleicht brauche ich ein paar versuche weil es ist sehr man muss sehr präzise sachen machen bei der barinade ich habe ein stück was in einem magen spielt aber das set das musst du erstmal bauen und du baust es ja auch krass die qualle nervt muss ich muss ich ach ich musste wenn die tür auf geht ok das ist in Wind Waker natürlich geil dass man mehrere Gegner auf einmal anvisieren kann mit dem bummerang war das bummerang? also in Twilight Princess ist auf jeden Fall dieser Wind bummerang bei dem Wind Waker gab es glaube ich auch bummerang oder halt so ein oder war das das Seil? naja jetzt haben wir auf jeden Fall Platz gemacht wir müssen hier, oh mein Gott das war knapp dann können wir hier rein wir finden hier zwei Skullscholoss Skullscholoss hallo ich drücke so viel Z und da ist jetzt der Miniboss Moment wie machen wir den nochmal? mit dem bummerang ne? ja oder? ja ja oder? mach ich den mit was anderem ich renne, ich renne, ich renne, ich renne Stock killt ihn sofort und davor ist bummerang oder ist davor das muss bummerang sein ja, weil, ja doch hier ich meine sie ist schon sehr süß sie verliebt halt die Süßigkeit wenn sie so komisch groß wird so auseinander gezogen wird sie da jaaaa okay, ich hätte nicht vorspulen sollen man läuft einfach, muss ein bisschen aufpassen läuft, man läuft, man läuft, man läuft, man läuft, man läuft und dann wartet man so lange bis Navi ihn anvisiert und sobald Navi ihn anvisiert, visiert man ihn an und schmeißt den bummerang jetzt jetzt bummerang bäm Stock rausholen drauf tot Stöcke als Kind immer nehmen immer nehmen scheiß auf Schwert Stöcke und dann gehen wir hoch fes Quatsch hier, du musst aufpassen, da kam schon Rauch aus deinen Ohren da ist alles mit Schaumstoff überzogen, alles ist rosa-rot und so es gibt auch komische geformte aufblasbare Sofas, welche extra dafür gemacht wurden sieht mega strange aus aber klingt sehr cool so, wir gehen jetzt nicht runter und besiegen den da unten ist mir jetzt egal es wäre einfacher wir sind gleich da wir sind gleich beim Boss Eieieiei das war auch so gemein, da denkt man sich ich muss irgendwie Ruto wieder finden ich weiß nicht, ob ich hier lang gebraucht habe, um zu checken, dass ich die Box einfach nehmen kann eigentlich kriegt man ja beigebracht durch Ruto, dass man Sachen auf Schalter stellen kann ich weiß nicht hier könnte ich einfach durch aber ich ich will die Skullschiller holen for the money die eigentlich die die diese die Oh ne, warum machst du nicht? Oh ne, warum machst du nicht? Okay, there it is, wir haben Bumerang, okay, wenn ich hier draufgehe ist es halt super nervig, weil der Weg, ja wobei, besser als bei Dodongo, ich werd's sicher nicht für das Stry schaffen. Okay, aber ich guck noch einmal kurz, ob ich irgendwas Buggy mäßiges beachten muss. Rolling Thunder, one hit reset game, save your game before defeat boss, I used only three attempts to unlock these achievements, okay. Stun baronade with, oh ja ja, ich weiß wie man's killt, gibt's irgendwas was ich beachten muss. Oh manche Leute benutzen Deans Fire, hm. Warte mal, was ist bei der Zeit? Wo ist die Zeit? Und race against the clock. This one was tough. Echt? Ist unter 2 Minuten schwer? Oh nein. I timed it so that right after I cut it loose, I threw the boomerang at it just a little afterwards to stun it before the floating creatures were released. Ja, das ist klar. Time is totally broken. Definitely the hardest achievement. The medicals sind jetzt unterschiedlich. Das heißt, defeat baronade in less than 2 minutes with 3 hearts. Und das eine ist ohne getroffen zu werden. Ach so. Das heißt, beides zusammen wird schwierig. Das heißt, ich speicher, mach die Trophäe, lad neu und mach die andere Trophäe. Okay, probieren wir erstmal ohne getroffen zu werden. Mal schauen, ob ich es noch kann. Man muss sich genau positionieren, weil diese Jellyfische, man denkt sie düsen random los, tun sie aber nicht. Man kann sich an eine Stelle stellen, wo man nicht getroffen wird von denen. Und das Timing, wenn man es richtig timet, sind alle auf einen Schlag tot. Die baronade. Ich glaube, wo war der Punkt nochmal? Ich glaube hier. Okay. Ja, ich war zu langsam. Versuchen wir jetzt Zeit. Kann man so überhaupt Schad machen? Ist grad gar nicht. Ich glaube, das war Zeitverschwendung. Vielleicht ist das auch... Ich weiß nicht. Okay, das ist natürlich nicht gut. Zeitlich gesehen. Was man hier auf jeden Fall machen kann, ist einfach das hier. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Schaden davor gezählt hat. Warum hab ich eigentlich... So, muss ich sagen. Ich hatte gar nicht die richtige Ausrüstung. Oh ja, dadurch, dass man hier warten muss, ist die Zeit halt echt schwer anscheinend. Okay, der Schaden davor hat nicht gezählt, also das war totaler Quatsch. Ich erinnere mich wieder, glaube ich. Sehr gut. Das war fast Hitless, oder? Ich wurde nur einmal getroffen. Aber nein. Ich habe nichts von beiden gekriegt. Okay. 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 Also Non-Hit schaffe ich gleich. Nerfig wird nur, da jetzt wieder hinzugehen. In der Master-Quest sind hier super viele Kühe in den Wänden, um quasi anzudeuten, dass... nicht nur anzudeuten, dass Yabu-Yabu Kühe frisst. Ist die Tür wenigstens offen? Hm, ne. Aber die Zeit... Also in Speedruns benutzen die halt ISG. Und damit besiegt man die halt Sacken schnell. Aber das kann ich nicht. Muss ich den Schalter auch aktivieren? Was ist der überhaupt? Wo ist der Schalter? Ich glaube, ich muss den aktivieren. Ja. Merfig. Oh. Aha. Schalter falsch. Fleischfresser, du. Ja. So. Aber... Die Dinger müssen... Das ist kein Fischfresser, der Fisch. Okay. Nochmal, nochmal, nochmal. So, muss das... Fast. Stunnen. Dann geht mal rum. Siegt die. Siegt die. Siegt die. Stunnen. Siegt die. Und dann hopp und direkt rein. Siegt alle. Hey, das war perfekt. Puh. Das war perfekt. Und jetzt ist es easy. Außer es passiert irgendwas dummes. Ey, das war auch sacken schnell jetzt. Das Problem ist anscheinend zählt bei der Zeit, ähm, die Animationen vom Anfang und vom Ende dazu. Dass der Timer startet, sobald ich den Raum betrete und sobald die Marinade explodiert. Komm schon. Das war zeitlich. Das kann nicht so einfach gewesen sein. Komm schon. Das war Hitless. Aber zeitlich war das sicher. Ich habe vor allem vorgespult. Ich glaube nicht, dass das... Rolling Thunder. Aber die andere ist weggeploppt gewesen. Damn. Okay. Schwerste Trophäe. Ich habe mir das nicht so schwer vorgestellt. Wie machen wir das? Ah, wenn man getroffen wird, wenn sie im Boden ist und auf einen Schick fließt und man wird getroffen, kommt sie sofort wieder raus. Das ist mal eine Geschnelle. Ich glaube, wenn ich das mache, hätte ich es vielleicht geschafft. Oder ich muss getroffen werden. Okay. The Fast Guy. Guten Tag. Guten Tag. Lieber nicht vorspulen, weil Frames machen wahrscheinlich die Zeit. Bringen die Zeit durcheinander. Eben. Eben. Hot. Eben. Eben. Geh. Bekommen wir nun den Sterbenden zu sehen? Ja. Sobald ich wieder zurück gehe, sollte der Cutscene kommen. Geil. Jetzt habe ich ein bisschen wenig Herzen, um getroffen zu werden vom Boss. Droppt ihr Herzen? Ja. Das gleiche nochmal, ich hatte aber Glück, sollte nicht so einfach gewesen sein wie gerade. Ähm. Ja. Nein, nicht Vorspulen. Ah, habe ich es jetzt schon verkackt. Ähm. Ähm. Äh, hallo? Shit. Bin ich falsch? Ah, ich bin nicht durchgekommen. Zu slow. Ah, die sind so weit weg. Das kann man bestimmt auch beschleunigen. Ach. Bin ich. Ach, die sind alle so weit auseinander gewesen. Shit. Ja. Wenn man da nicht durchkommt. Direkt am Anfang. Nee. Hallo Sakura. Ich muss quasi, wenn man die letzte Quale besiegt, kommt sie raus und während sie rauskommt, kann sie getroffen werden. Dann muss man sich sofort wieder treffen, kann eine Dekonuss werfen. Haha. Ninja. Da. Wie war es gestern beim Quiz? War leider schon woanders. Äh, da wird bestimmt wieder eine YouTube-Folge draus gemacht. Aber es war sehr cool. Ich bin bei der Hälfte rausgeflogen. Also viel als vierter rausgeflogen. Aber es war gut. Es war witzig. Ich habe mich natürlich blamiert mit einer fetten Frage. Aber ich habe auch viele gute beantwortet. Oder viele gut beantwortet. Ich hatte viel Glück am Anfang. Ich habe keine schweren Fragen gekriegt. Wie erklärst du dich mit dem Maggi? Ich weiß nicht, was soll ich denn da erklären? Was möchtest du von mir hören? Ja, das ist maximal eklig. Was ist daran eklig? Was ist daran eklig? Was ist daran eklig? Babys trinken Muttermilch. Und dann sagst du zu mir, ich bin eklig? vara gut. Hahaha. Mhm. Okay. Oh mein Gott. Nochmal. Kann ich irgendwie die erste Runde ... Ich muss einfach sauschnell die Dinge werfen. Mal gucken. Was ist jetzt los? Das hat nicht geklappt. Hä? Ich verstehe es nicht. Der lässt seine Dinger nicht los. Lass deine komischen Dinger los. Hä? Okay, wow. Das geht unendlich. Langsam. Lass deine Quallen los. Hä? Hä? So lange musst du dann nie warten. Okay. Hä? Der lässt sie nicht los. Warum lässt du sie deine Quallen nicht los? Was ist denn Quatsch? Warum lässt er die so spät los? Hä? Das war perfekt. Warum hat er die so unsagbar spät los gelassen? Okay. Das war so gut. Komisch. Ich habe hier so eine große Flasche Maggi gesehen. Dann musst du dich mal in den Einkaufsläden besser umschauen. Ich meine, ihr könnt ja Trinken einlösen. Dann muss ich aus der Magikflasche trinken. Wenn es euch gefällt. Wie ich mich mit Salz vollstopfe. Salz ist gesund. Was? Was? Ah gut. Das war so klar. Ah. Ah. Das war ein bisschen zu viel. Ähm. Könnt ihr weg? Ein bisschen albern ist es schon. Albern? Mein zweiter Vorname ist Ernst. Gibt mir Herzen. Buh. Gibt's mir schlecht. Gibt's mir schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo? Nein, schon wieder nicht. Komm raus, warum kommen die nicht raus? Warum? Ich bin zu gut. Ja, und dann geht er ja nicht durch, wenn sie rauskommen. Wow! Und dann, wenn ich getroffen hätte, kommt sie wieder raus? Ja, okay. Ja, und dann darf ich das zweite aber auch nicht getroffen werden. Okay, also so. Triff mich. Oh Gott. Oh! Triff mich, dann sofort bewegen und draufschmeißen. Aber letztes Mal stimmt, jetzt check ich's. Letztes Mal, als ich sie besiegt habe, ist quasi das Zeichen, dass die Missable Trophy da ist, kurz vor dem Ende erschienen. Das heißt, wenn ich das schaffe, so wie ich's grad vorhabe, hab ich's auf jeden Fall. Ich hab das gleich. Ich hab das gleich. Ich muss nur ein bisschen warten bei der einen Attacke. Ich bin zu schnell. Bambambam, bambambam, bambam, bambambam. Ich denke auch nicht, dass da wirklich Magie drin ist. Nichtsdestotrotz hat er sich mal gigantisches Magie gekauft. Tja. Fragen über Fragen. Die Geheimnisse des Minds. Ist mein Mind doch nicht so ein offenes Buch. Ich dachte, ihr kennt mich. Erzähl uns deine Geheimnisse auf Patreon. Patreon.com. Slash LeoSmile Gutes Training, aber. Gutes Training, aber. Oh, es ist voll auf mich zugedüst, Mann. Gutes trotzdem. Ah, warum gehst du nicht durch? Okay. Noch einmal. Eeeeee. Mag nimmer. Die Barinade ist ne dumme Kuh. Mag nimmer. Iiii. Mag nimmer. Na, das machen wir nicht. Was genau versuchst du gerade? Die Barinade in unter einer Minute 51 zu besiegen. Davor hatte ich glaube ich so eine Sekunde zu viel. Muss es nur nochmal machen und ein bisschen besser. Aber diese eine Phase, in der ich sie zum zweiten Mal treffen muss, ist ein sehr kleiner Zeitraum. Wann ich schon immer schwer fand zu treffen. Wann ich schon immer schwer fand zu treffen? Ist wie mit den Olivenrollen? Naja. Ich sollte mal jetzt speichern. Der Pizza. Krausma, fei, Krausma, fei. Die Rheinmetall, Krausma, fei, Krausma, fei. Die Rheinmetall, Krausma, fei. Hey, jetzt blockt das so der dumme Kuuuuh! Das war sehr knapp. Aber auch, dass ich immer so nah dran bin. Ich muss weiter weg sein, dass ich sie da treffe. Oh, das war Glück. Das war nicht schlecht. Das war schlecht. Das war scheiße. Okay, wir machen weiter. Vielleicht kriegen wir's. Vielleicht kriegen wir's. Oh Gott, von der getroffen zu werden aber auch, ey. Soll ich denn gerade schneller sein als sonst? Das war glaube ich einige schneller als letztes Mal, obwohl alles falsch lief. Komm schon. Rechts unten darf nicht wegploppen. Yes! Bin, 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 bin... Easy... Hoa! Was? Man kann nicht rückwärts rein? You're too late. What took you so long? You're useless. Every day. At home. Nice. Das soll die schwerste Trophäe gewesen sein? Nah. Süße Katzin. Das ist meine Verlobte. Gebt euch diesen Blick. Lasziv. Schon mit 10 Jahren. Wobei in Fischjahren, weiß ich nicht. 10 Jahre alter Fisch. Also ich bin 10. Ich weiß nicht wie alt sie ist. Das ist jetzt nicht diese eine Stelle, wo sie super dumm reinguckt, während wir den Kristall in der Hand haben. Du hast ja schon auch mehrere Anläufe gebraucht. Naja. Fünf oder so? Das war voll gut. Aber ich habe die Marinade auch früher sehr viel geübt, um die Hitlist zu schaffen. Ich glaube, wenn ich die nie geübt hätte, dann hätte ich jetzt sehr lang gebraucht. Doch nicht. Ich dachte, man sieht sie jetzt hier so. Don't tell my father. Können wir? Sollen wir? Wir tun das auf jeden Fall. Okay. Okay. Was kriege ich hier nochmal? Doppelte Magie? Oder Schild? Ne, 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 ne. Magic. Jetzt schon doppelte... Ah, ne. Ja. Der Warp. Warp ist wichtig. Der Warp ist wichtig. Furores Wind. Damit kann man sehr viele Abkürzungen nehmen. Vor allem im Wassertempel. Kann man einmal... An der Stelle, wo man das Wasser ganz hoch machen kann, da kann man einmal den Furores Wind hinsetzen und dann, egal wo man ist, kann man einfach immer da hin. Okay, jetzt sehen wir die Cutscene mit Zelda. Und wenn wir dann direkt zu dem Soldaten gehen, sollten wir die Trophäe bekommen. Alles läuft nach Plan. Oh mein Gott, wo bin ich? Alles läuft nach Plan. Nioh, nioh, nioh. Okay. Die Porno-Fee findest du? Dann musst du auch Tomb Raider mögen. Ich glaube, was du meinst, ist später, wenn sie erwachsen ist, im Ritus-Raum. Kann sein. Es gibt so eine Stelle, wo sie so dumm reinguckt. Sieht fast wie ein Grafikfehler aus, meine ich. Sollen wir uns anschauen. Die ikonische Szene. Impa. Link. Catch. Oh. Die kann aber krass werfen. Also, in dem Alter haben bei uns die Menschen beim Bundesjugendspielen Minus geworfen. Ich auch, ne? Ich auch. Gut, dass ich dir gefolgt bin. Arrg. Ich habe sie verloren. Hey, du. Kleiner Kind. You must have seen. The white horse, Scallop, passed just now. Which way did it go? Answer me. Ähm. Links. So, you think you can protect them from me? You've got guts, kid. Genau, nimm dein Schwert raus. Hey. 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 Die Ohren. Das ist schon geil, die Sicht, wenn man denkt, er hat keine Haare. You want a piece of me? Very funny. I like your attitude. Ah. Es war halt damals bahnbrechend, Leute. So ein richtiges 3D-Spiel mit Story und allem. Bahnbrechend. Tassetic, little fool. Do you realize who you are dealing with? I am Ganondorf. And soon I will rule the world. It's dangerous to go alone. Take this blue Ocarina. I know you have a brown one. But this blue one is better. It sounds different. Äh. Ich hole jetzt mal nicht die Ocarina und gehe direkt da rein. Anscheinend gibt es, also es gibt diesen Soldaten, den kennen wir alle. Aber anscheinend, wenn man jetzt direkt danach zu dem geht, am Tag, hat er eine besondere Textzeile oder so. Und dann kriegt man die Trophäe. Da ist er, da ist er. Don't die, my man. Der Marktplatz ist gleich nebenan. Da gibt es bestimmt einen Arzt. Unk. Are you the by from the forest? I've finally met you. I've something to tell you. Ganondorf, der Gerudo-King of Thieves, betrayed our King. Ähm. Ja. Zelda's Nanny Impa sensed danger and escaped from the castle with our princess. I tried to stop Ganondorf's man from chasing them. Er erzählt quasi das, was passiert ist, was wir nie sehen. Und wenn wir nicht direkt mit ihm danach reden, dann kriegen wir das nie zu hören. The princess was waiting for a boy from the forest. That's you. She wanted to give something to the boy. If you received it from the princess, hurry to the temple of time. Last breath. Bad. Bad. Genau, man muss jetzt mit dem reden. Ich glaube, die Ocarina hätte ich holen dürfen. Ich muss nur zwischen Zelda rennt weg. Reitet weg. Und Temple of Time muss ich mit dem reden. Weil der ist quasi, der sagt uns, dass man das tun soll. Macht halt niemand. Jeder weiß halt, dass man das tun soll wahrscheinlich. Yeah. He's not moving anymore. Ah, he's sleeping. Taya so. Äh, Navi so zu link. Don't worry. He's sleepy boy. Wie lange streamst du heute noch? Ich mach gleich aus. Ich geh noch kurz 17 Jahre alt werden. Oh, fast. Kann man hier nochmal anreden? Meine Kerlezeit damals. Ich hab das Spiel so gesuchtet mit einer Freundin zusammen. Ich glaube, wir haben zwei Tage nicht geschlafen. Ich hab die Spieler mal allein gespielt. Aber ja, ich hatte schon... Es war Grundschulezeit. Grundschulzeit bei mir. Es war... Ich hab schon so... Vor allem hier. Stimmt, hier wird es erklärt, was ich machen muss. Egal. Ähm, Grundschulzeit. Ja. Wir hatten N64s und haben immer Mario Party und Diddy Kong Racing gespielt. Aber Singleplayer haben wir eigentlich alle nur für uns selber gespielt. Manchmal vielleicht so abwechselnd. Controller. Meistens haben wir immer Tipps ausgetauscht am Schulhof. Was das für ein Lied, das kenn ich gar nicht. Äußerbildschirm. Wie schön. Now, Link. Playlist. Melodie. Schau, sie sagt einem, was man tun soll. Warum sollte ich diesen Typen in dieser Gasse, diesen sterbenden Hund, warum sollte ich den hin und anregen? Aber ja. Deswegen sind Trophäen so geil. Die sorgen dafür, dass man echt alle so auch Easter Eggs und so findet einfach. Alright, alright. Dann führen wir mal Ganondorf. Es wäre so cool, wenn jetzt irgendwo da hinten so ein kleines PNG von einem Ganondorf sitzt, der uns beobachtet. Weil wir führen jetzt Ganondorf. Äh. Naja. Zum Tor. Weswegen sieben Jahre später die Welt quasi untergeht. Weil wir, kleines dummes Kind, Ganondorf zum, 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 zum Zeitportal führen. Zum Triforce. Wo führen wir ihn eigentlich hin? Weil das Einzige, was man da machen kann, ist das Schwert rausziehen und dann vergehen sieben Jahre und ich bin der Time-Travel-Krieger. Aber was hat Ganondorf davon, da drin zu sein? Oder, oder kriege ich in dem Moment eigentlich das Triforce des Mutes, wenn ich da reingehe? Äh, was? Äh, was? Ist der Typ weg? Oh, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Die Hand, die dich packt. Gott, wie hieß die Hand nochmal, die einen packt? Greg, grab it. Nee. Die hat einen coolen Namen. Wall. Er kommt so ins Heilige Reich. Und warum komme ich nicht ins Heilige Reich? Aber ja, aber, aber ist nicht so, dass ich jetzt in dem Moment das Triforce des Mutes bekomme? Ab, ab welchem Moment habe ich das? Hat man das quasi immer? Bin ich damit geboren? Nee, oder? Das kriege ich doch jetzt. Ich war nicht alt genug. Stimmt. Isn't that... It is. My dear old friend. It is. Wallmaster? Ich glaube, ja. Ich glaube, die heißen Wallmaster. Weil sie es gemeistert haben, an der Wand zu klettern. Is that the legendary blade? The Master Sword. Und jetzt zieht sich mein Körper auseinander und ich wachse und wachse und wachse. Die Gelenke schmerzen. Die Haut kriegt Risse. Die Pubertät setzt auf einen Schlag ein. Und der Typ beobachtet alles. Ja, dann gib mir doch die Hälfte des Kingdoms wenigstens. Die Hälfte des Kingdoms, ich, ich kriege Zora reich, du kriegst den Rest. Ich will nur das Zora reich. Link. Weg ab. Link, the chosen one. Die Ohren sind schon geil von ihm. Gendorf hat schon einen guten Schritt gemacht an Design von jetzt zu Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom ist top Gendorf. Also so cool, muss man erstmal aussehen. Aber Windraker ist auch cool, finde ich. Der Samurai Gendorf. Eigentlich ist er immer so ein, hier ist er nicht so ein Samurai Design, aber in Windraker ist er definitiv ein Samurai und in Tears of the Kingdom auch. Okay, das skippen wir, es tut mir leid. Aber Rauru kann leise sein. Der hat nicht mal seinen eigenen Tempel, du langweilige Eule. Uäh. Danke für das Medaillon, danke für nix. Also, dass ich nix gemacht habe. Theotica Peak Design. Der Kampf ist auch so legendär. Rauru hat sich auch etwas verändert. Ich glaube nicht, dass es der gleiche Rauru ist. Aber es ist halt, weil Breath of the Wild oder die Welt davon quasi eine Zusammenkunft von allen Universen ist. Ist das halt, aber halt nicht wirklich, würde ich sagen. Wohingegen Impa ist schon das, weil die hat ja sogar die gleiche Rolle quasi. Außer, dass sie vielleicht nicht die Babysitterin von Sheik ist. Oder von. Weil Impa und Zelda haben nicht viel miteinander zu tun in Breath of the Wild, oder? Sie kennen sich bestimmt, so zum Kaffeekränzchen oder so, aber trainiert hat sie sie jetzt, glaube ich, nicht. Beinor. Ich habe Hunger, ich muss mir was zu essen machen, aber es war schön mit euch in Ocarina of Time ein bisschen abzutauchen, zu chillen. Das mache ich zur Zeit sehr gerne, wenn ich nicht Pokémon spiele, so Spiele spielen und da die Trophäen hanten. Und mir fehlt hier jetzt gar nicht mehr so viel. Ich muss irgendwie dieses eine Herz finden in meinem 100%-Spiegeldurchgang. Und sonst muss ich nur noch die Bosse auf verschiedene Arten killen. Keine Ahnung, wie man Volvagia besiegt ohne die Koronen-Rüstung. Ich habe Angst, dass ich dafür 20 Herzen brauche. Morpher besiegen ohne ins Wasser zu fallen ist einfach. 32 Rumor-Steine ist einfach. Kiss the Frog ist geschenkt. 20 Herzen, ja, muss ich noch eins finden. 100 Skullas, das ist halt ein dummer Grind. Oh ja, okay, das Schwerste ist wirklich, den seltenen Fisch zu fangen im See. Vergiss es. Keine Ahnung, wie ich das hier mal schaffen soll. Phantom Genin ohne getroffen zu werden. Volvagia mit dem Megaton-Hammer besiegen. Morpher ohne ins Wasser zu fliegen und ohne getroffen zu werden. Bongo Bongo ohne Linse besiegen, easy. Fenrova ohne getroffen zu werden. Genin ohne getroffen zu werden. und das Spiel durchspielen, ohne eine Karte oder Kompass eingesammelt zu haben. Easy. Nicht schwer, aber der Loke, wie spricht man Loch eigentlich? Hyrule Loch. Sag ich als irisch anstämmiger, anwohnender Hyrule Loch. Keine Ahnung, wie man den fängt. Die Tutorials dafür sehen schon schwer aus. Angeln. Dankeschön fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. Ich grinde jetzt Schwarz-Weiß 2. Dann sollten wir morgen Level 30 jeweils sein. Und dort endlich die Lichtungsmons fangen können. Und dann ist Gen 5 fertig. Tschüssi, bye bye. Auf Wiedersehen. Bubu. Bubu. Tschüss.